Das Eine-Million-Dollar-Date-Serie, ein neuer Versuch für ein Date, Buch 1 Von Susan Hatler Kapitel 1 Auf meinem Weg zurück in die Innenstadt von Sacramento raste ich die Landstraße entlang, während mich so viele Emotionen durchströmten, dass ich gar nicht entscheiden konnte, welche davon am meisten hervorstach. Verzweiflung? Schmerz? Zorn? Kummer? Frust? Eine tiefe und zugrunde liegende Wut gegen das Unrecht auf der Welt? Jede unverarbeitete Emotion prallte in mir umher, als würde ich sie probieren wie verschiedene Sorten Eiscreme. Nur, naja, weniger angenehm. Und wie konnte ich, Abigail Apple, mich für nur eine Sorte Eiscreme entscheiden? Wenn das Leben ein Sammelsurium an Gefühlen austeilte, dann fühlte ich diese tief in jeder Ecke meiner selbst. An diesem Abend war das nicht lustig. Definitiv nicht lustig. Da ich mich während des Fahrens nicht zusammenrollen konnte, ließ ich meine Frustration am Gaspedal meines Autos aus, indem ich meinen Fuß fester auf das Pedal drückte. Ich blinzelte durch meine heißen Tränen hindurch, während der Tacho weiter anstieg. Wenn man mit dem Herzen denkt, so wie ich es tue, neigt man dazu, Emotionen gewaltig zu fühlen. Ich wischte die Feuchtigkeit unter meinen Augen weg, schniefte und blickte dann zu meinem Hund, Benene, der mich von seinem Platz in meiner Handtasche auf dem Beifahrersitz aus anstarrte. Die Fragen in diesen großen braunen Augen warfen in mir die Überlegung auf, ob ich einen Kuss zum Trost oder einen wilden Kampfhund brauchte, um mein Herz zu beschützen. Die Vorstellung der letzteren Option brachte ein Lächeln auf mein Gesicht. Benene war ein Chihuahua-Dacke-Mischling und könnte nicht einmal einem Schmetterling Angst einjagen. Der Tag war bis vor 15 Minuten wunderbar gelaufen. Die Sonne schien, was in Sacramento nicht anders zu erwarten war aber trotzdem. Ich hatte für heute Abend ein Date mit einem Kerl geplant, mit dem ich per E-Mail geflirtet hatte, seit er sich in der Tierhandlung, die ich verwaltete, wegen Informationen über die Adoption von Hunden gemeldet hatte. Obwohl ich ihn noch nicht persönlich getroffen hatte, konnte ich anhand seiner Freundlichkeit und seines Humors erkennen, dass er ein süßes Lächeln haben würde. Und der beste Teil meines Tages? Vor 20 Minuten hatte ich mit Welpen gespielt. Das ist richtig, Welpen. Du wirst zu spät zu deinem großen Date kommen, wenn du nicht bald losfährst, hatte Regan gesagt, während sie einen Welpen hochhob, der sich neben der Wasserschüssel in der Nähe der Scheune gesonnt hatte. Ich rieb einem der Welpen den Bauch und sah zu, wie Benene einen anderen Welpen durch das sich leichtwiegende Gras jagte. Eh, wer braucht die Umarmung eines Mannes, wenn man die Küsse von acht Welpen haben kann, fragte ich und grinste Regan an. Sie lachte. Naja, wenn du bleibst und dein Date sitzen lässt, dann hole ich die Kotschaufel und du kannst dich daran machen, dir diese Küsse auch zu verdienen. Meine Güte, sieh sich mal einer die Zeit an, ich sprang auf die Füße und startete einen halbherzigen Versuch, einen Teil der Rundehaare von meinem blauen Strandkleid zu klopfen, obwohl ich wusste, dass es sinnlos war. Ich musste schnell nach Hause und mich vor meinem Date umziehen, nicht das Einstreu der Welpen wegräumen. Sorry, ich muss los. Dachte ich es mir doch, Regan schüttelte den Kopf, bevor sie den Welpen wegscheuchte, der versuchte, in die Wasserschüssel zu krabbeln. Albernes Ding. Ich bin wirklich spät dran, ansonsten würde ich bleiben und helfen, sagte ich, dann rief ich nach Benene, während Regan mich zu meinem Auto brachte. Ich deutete auf die Hügellandschaft, die großen Bäume und den strahlend blauen Himmel über der roten Scheune. Du weißt, wie sehr ich es hier liebe. Deine Hunderettung ist der perfekteste Ort, der je existiert hat. Regan lebte in einem kleinen Haus auf dem Grundstück und führte die Hunderettung in einer Scheune, daher der Name Rescue at the Barn, wo sie den Hunden das bestmögliche Leben bot, bis sie adoptiert wurden. Unsere Freundschaft hatte begonnen, als ich eines schicksalsträchtigen Tages zur Scheune gefahren war und wahre Liebe in den größten Augen des winzigsten Hundes mit dem größten Herzen gefunden hatte. Ich hatte mit Benene und Regan zwei für eins bekommen, was der beste Deal meines Lebens gewesen ist. Jeden freien Moment, den ich zwischen der Zeit mit meinen Freundinnen und dem Leiten der Tierhandlung hatte, nutzte ich für eine Fahrt südlich außerhalb der Stadt, um Zeit in der Hunderettung zu verbringen. Ich half Regan dabei, die Hunde zu füttern, mit ihnen zu spielen und sauber zu machen. Die ehrenamtliche Arbeit war eine Quelle der puren Freude in meinem Leben und half, den Hunden eine zweite Chance zu geben, die sie ohne Regan und ihre selbstlose Arbeit nicht hätten. Weshalb Alders Reagans nächste Aussage sehr schockierend machte. Na ja, genieß es hier, solange du kannst, denn es sieht nicht so aus, als würde die Auffangstation noch lange da sein, sagte sie. Mein Herz setzte aus und ich hielt neben meinem Auto an. Was hast du gesagt? fragte ich, davon überzeugt, dass ich sie falsch verstanden hatte. Sie seufzte und fuhr sich mit den Fingern durch ihre kurzen, roten Locken, dann hob sie den Kopf, um in den strahlend blauen Himmel zu sehen. Regan? fragte ich und streckte eine Hand aus, um ihren Arm zu berühren. Was ist los? Ihr Blick traf meinen, und da bemerkte ich, wie traurig ihre Augen aussahen, bemerkte die Trauer im Einsacken ihrer Schultern, in der Art, wie sie sich auf die Unterlippe biss. Oh! Das war nicht gut. Es wird wahrscheinlich gut werden. Ich meine, es wird gut werden müssen. Irgendwie, sie nickte zu meinem Auto. Du solltest los, ansonsten kommst du zu spät zu deinem mysteriösen Adonis. Versuche, dir keine Sorgen um mich zu machen und hab einfach Spaß. Ich weiß, dass du dich auf dieses D gefreut hast. Ohne nachzudenken, warf ich meine Schlüssel soweit ich konnte in das hohe Gras, das die Schotterstraße umsäumte, die von Reagans Grundstück wegführte. Abigail, rief sie aus. Ups, erwiderte ich, wobei ich Verlegenheit vortäuschte. Ich denke, du kannst mir genauso gut auch sagen, was los ist, während du mir hilfst, die Schlüssel zu finden. War es die cleverste Idee, die Schlüssel zu meinem einzigen Fortbewegungsmittel in ein Durcheinander aus Unkraut und Gras zu werfen? Vermutlich nicht. War es ein wenig schmerzhaft, sich durch die Dornen der Wildblumen zu wühlen, die entlang der Straße verteilt waren? Ganz bestimmt. Ich wusste, dass, wenn wir je meine Schlüssel fanden und ich es irgendwie schaffte, zu meinem Date zu kommen, er wahrscheinlich blitzartig wegrennen würde, mit dem Gedanken, ich hätte Windpocken oder Masern, mit all den kleinen Stichen an meinen Händen. Kurz gesagt, war meine Handlung ein klein wenig unüberlegt? Ausgeschlossen. Ich war Abigail Apo, also war es mehr als unüberlegt. Aber es hatte funktioniert. Nachdem Reagan fertig damit war, mich über gesunden Menschenverstand und Sachlichkeit und nicht so stur zu sein, belehrt hatte, enthüllte sie endlich die schlechten Neuigkeiten, Reagansvermieter verlängerte ihren Mietvertrag nicht. Für den Durchschnittsmenschen mit einem Mietvertrag wäre diese Neuigkeit eine Enttäuschung. Es würde bedeuten, Stunden im Internet auf der Suche nach neuen vier Wänden zu verbringen, mit neuen Mitbewohnern die Würfel rollen zu lassen und den Gehaltscheck zu verschleudern, um Freunden Pizza und Bier zu kaufen, damit man sie dazu bringen konnte, beim Umzug zu helfen. Aber für Reagan waren die Neuigkeiten ein komplettes und totales Desaster. Es gab keine anderen Mietobjekte wie dieses, also würde der Umzug bedeuten, dass die Hunderettung sehr wahrscheinlich geschlossen wurde. Es bedeutete, dass die Hunde, um die sie sich kümmerte, ins Tierheim gehen mussten. Es bedeutete, dass diese Sonnenstrahlen-Hunderettung, die gut und wundervoll und nett war, ihr Ende fand. Nein, ich war nicht dramatisch. Die Neuigkeit war niederschmetternd. Wie kann dir dein Vermieter das antun, fragte ich. Sie zog eine Schulter hoch. Der Grundstückswert hier draußen schießt mit all den kürzlichen Erschließungen in die Höhe, und mein Vermieter muss abkassieren. Ich kann es ihm nicht verübeln. Er war großzügig, dass er meine Miete so lange so niedrig gehalten hat, da er wusste, was ich hier Gutes tue. Du bist viel zu verständnisvoll, grummelte ich, während ich ein wenig Gras teilte und nichts als Dreck und Wildblumen fand. Wir sind alle gemeinsam auf dieser Erde, was bedeutet, dass dein Vermieter auch eine Verantwortung für jeden dieser Hunde hat. Für Hänsel und Gretel und Tiny und Fido und Nemo und gefunden, rief Reagan aus, wodurch sie meine Rede unterbrach und dann meinen Vorschlag abwies, dass wir zum Haus des Vermieters stürmen und Gerechtigkeit verlangen. Wir gingen zurück zu meinem Auto und sie behielt die Schlüssel in ihrer Tasche, da sie vermutlich Angst hatte, ich würde sie erneut wegschleudern, wenn sie nicht einem meiner Pläne zustimmte. Ich hob meinen Finger hoch in die Luft. Wir könnten die Hunde auf seinen Rasen bringen und uns weigern zu gehen, bis er deinen Mietvertrag zum selben Preis verlängert. Es ist ein brillanter Plan. Er wird nachgeben müssen. Nein, Abigail. Das wird nicht funktionieren. Er hat zwei Kinder, die im Herbst auf das College gehen und muss verkaufen. Oh, na gut, wenn du damit ganz vernünftig sein willst. Ich atmete lautstark aus und durchwühlte mein Gehirn nach einer weiteren machbaren Möglichkeit. Wir könnten eine Wohnung in der Stadt für dich finden, die eine Dachterrasse hat und die Hunde dann heimlich dort oben halten. Das wird nicht funktionieren, Abigail. Wir könnten eine Bank ausrauben, schlug ich vor, obwohl ich wusste, dass das weit hergeholt war. Ich besaß keine Klamotten für einen Einbruch und ein orangefarbener Jumpsuit würde mir nicht stehen. Ja, wir wären bei einem Bankraub fabelhaft. Du bist viele wundervolle Dinge, aber unauffällig sein gehört nicht dazu. Außerdem, du weißt schon, der ganze unmoralische Aspekt, sie drehte sich zu mir um, als wir an meinem Auto ankamen. Jetzt werde ich dir deine Schlüssel geben, sagte sie, zog aber ihre Hand zurück, als ich danach griff. Iiii. Zuerst musst du mir versprechen, dass du sie nicht dafür verwenden wirst, um zu einer Bank zu fahren, die du ausrauben willst. Haben Banken überhaupt noch viel Geld in ihren Tresorräumen? Ich rollte mit den Augen. Du weißt, dass ich keine Bank ausrauben werde. Sie knifft die Augen zusammen. Ich will dein Versprechen hören. Na gut, ich verspreche es, erwiderte ich und gab ihr eine große Umarmung, während sie darauf bestand, dass wir einen, legalen, Weg finden würden, um die Hundeauffangstation zu retten. Ich versprach, mir über eine Lösung Gedanken zu machen. Dann packte ich Benene in das Auto, sprang auf den Fahrersitz und raste los, bevor sie sehen konnte, wie ich zu weinen anfing. Ich fing nicht zu rasen an, weil ich voller Hundehaare und Dreck war und schnell nach Hause musste, um mich für mein Blind Date sauber zu machen. Nein, ich raste, weil ich aufgebracht und traurig und wütend und frustriert war und so viele andere Emotionen in mir tobten, dass ich schließlich entschied, dass ich mich nicht nur auf eine festlegen musste. Ich würde einfach all diese Emotionen an meinem Gaspedal auslassen, was sich so gut anfühlte. Der Plan funktionierte gut, bis in meinem Rückspiegel rote und blaue Lichter aufleuchteten. Nein. Uck, ich presste eine Hand auf meine Stirn, als ich realisierte, dass der Polizist wollte, dass ich anhielt. Ich, die keinen Strafzettel mehr bekommen hatte, seit sie 16 und an einer roten Ampel rechts abgebogen war, nicht, ohne vorher anzuhalten, obwohl dort anscheinend ein kleines Schild gewesen war, auf dem stand, dass ich das zwischen 16 und 18 Uhr nicht tun dürfte. Wie sollte ich denn wissen, dass dieses winzige Schild dort war? Ich meine, hätten sie es noch kleiner machen können? Unwahrscheinlich. Eine schrille Sirene ertönte hinter mir, was mich auf meinem Sitz zusammenzucken ließ. Dann folgte eine tiefe Männerstimme aus einem Lautsprecher, die mich anwies, ich solle anhalten. Ich rollte mit den Augen. Hab ein wenig Geduld, Kumpel. Ich habe die Lichter eben erst gesehen, also gib mir eine Sekunde, um anzuhalten. Wirklich lächerlich. Ich lenkte zum kiesigen Rand der Straße, schaltete den Motor aus und sackte dann an der Lehne meines Sitzes zusammen. Ich wollte Trübsal blasen, aber was würde mir das bezüglich des Strafzettels bringen? So ziemlich nichts. Also zwang ich mich, munterer zu werden, als das Polizeiauto hinter mir zum Stehen kam. Dann schaltete ich in den Es tut mir so leid, Officer. Ach bitte, bitte geben Sie mir keinen Strafzettel-Modus. Als der Polizist aus seinem Auto ausstieg, wischte ich mir die mit Mascara durchsetzten Tränen weg, bis meine haselnussbraunen Augen so ziemlich frei von Make-up waren, dann legte ich ein wenig pinkfarbenen Lippenstift auf. Hey, konnte nicht schaden. Ich nutzte meine Finger als Kamm, um sein seidig-dunkles Haar zu glätten, bis ich ein Klopfen am Beifahrerfenster hörte. Ey, was machte er ganz da drüben und nicht an meinem Fenster? Okay. Ich fuhr das Beifahrerfenster herunter, schob meinen herzzerreißenden Kummer, mein überwältigendes Gefühl der Verzweiflung und die bedrückenden Bilder von obdachlosen Welpen beiseite, die drohten, frische Tränen mit sich zu bringen. Ich erzwang ein süßes, geben Sie mir keinen Strafzettel-Lächeln. Guten Tag, Officer. Führerschein und Fahrzeugpapiere, Mom, erwiderte der Polizist. Sein Mangel an Freundlichkeit brachte mich durcheinander. Aber ich war Abigail Apo und meine Heiterkeit war unaufhaltsam. Also lehnte ich mich zur Beifahrerseite, sah zum Officer auf, öffnete den Mund und vergaß sofort den kitschigen Satz, den ich vorbereitet hatte. Oh, wow. Der Kopf war heiß. Das musste der Polizist sein, der die Redensart definiert hatte, dass ein Mann in Uniform gut aussah. Er war groß, mit breiter Brust und eng geschnittener, marineblauer Uniform, die gebügelt und makellos war. Seine blauen Augen konkurrierten mit dem Himmel über ihm und sein dunkelblondes Haar war zurückgekämmt, nicht eine einzige Haarsträhne war die platziert. Starke Kieferpartie, scharfe Nase, gebräunte Haut. Ja, dieser Polizeibeamte war attraktiv. Sehr attraktiv. Die einzige Art, auf die er besser aussehen würde, wäre, wenn er wenigstens das winzigste Lächeln bei diesem Eisesblick aufbringen könnte, den er mir zuwarf. Ich meine, wirklich, Kumpel. Das war ein 1a-Lächeln, das ich ihm schenkte. Erneut, Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte, er streckte seine Hand aus und ich streckte meine sofort aus, um sie in seine zu legen. Mein Arm kribbelte und plötzlich spielte sich in meinem Kopf eine Filmszene ab, wie mich dieser heiße Kopf von meinem Sitz holte und in seinem Polizeiautogen Sonnenuntergang fuhr, während Aureo Speedwagons Can't Fight This Feeling aus den Lautsprechern ertönte. Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte, wiederholte er, womit er mich aus meinem Tagtraum riss. Ich blinzelte und starrte meine Hand an, die peinlicherweise in seiner lag. Warum drückte er meine Hand nicht zurück? Und dann traf es mich. Oh nein! Dieser Kerl erfüllte nicht seine Rolle in meiner Liebeskomödien-Fantasie, indem er mir seine Hand gab. Nein, überhaupt nicht. Er wollte nur, dass ich ihm meine Informationen gab. Und ich meinte nicht meine Finger. Oh, peinlich. Meine Wangen wurden heiß und ich zog meine Hand weg. Entschuldigung, mein Fehler. Sie sehen das wahrscheinlich dauernd, sagte ich, wobei ich ein wenig zu laut lachte. Ich hörte mitten im Kichern auf, als ich sah, dass der Beamte nicht mitlachte. Noch nicht einmal der Anflug eines Lächelns. Oh, so peinlich. Kein guter Start für die Operation, meide den Strafzettel. Sehen Sie mal, Officer, ich wartete darauf, dass er mir seinen Namen nannte, aber stattdessen führte er nur eine Reihe an Zahlen auf. War das Ihre Händenummer? Meine Dienstmarkennummer, Mom. Okay, musste er mich Mom nennen? Ich meine, wirklich. Ich war erst 26 und er sah nicht viel älter aus als ich. Mein Lächeln wankte. Reiß dich zusammen, Abigail. Ich trommelte mit den Fingern auf die Leiste unterhalb des Fensters und sah den Polizeibeamten mit zusammengekniffenen Augen an. Naja, Mr. A. Nur ihr Führerschein und die Fahrzeugpapiere, Mom. Ich sträubte mich vor Frustration. Der Kerl war wie eine undurchdringliche Wand. War ich ein wenig schnell oder sowas? Wenn ja, dann nicht mit Absicht. Ich bin eine exzellente Fahrerin. 25 Kilometer pro Stunde über der Geschwindigkeitsbegrenzung, Mom. Ich stieß einen Atemzug aus und entschied, eine andere Taktik zu versuchen. Es tut mir so leid, dass ich die Geschwindigkeitsbegrenzung ein wenig überschritten habe. Ich wurde für eine Sekunde von meinem süßen Hund abgelenkt und wollte nicht so schnell fahren. Ich nahm Benäne aus meiner Handtasche und hob ihn hoch, sodass der Officer ihn sehen konnte. Ich wusste, dass es ein wirklich schwacher Zug war, Benäne zu benutzen, um einem Strafzettel zu entgehen, aber ich war verzweifelt. Niemand konnte diesen großen, flehenden Augen und kleinen Pfoten und dem eifrig wedelnden Schwanz widerstehen. Es war menschlich unmöglich. Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte, sagte er, und in diesem Moment entdeckte ich, dass dieser Polizeibeamte in Wirklichkeit nicht menschlich war, da er seinen Kopf an Benäne vorbeisträgte, sodass er mich ansehen konnte. Geben Sie zu, dass Sie zusätzlich zur Geschwindigkeitsüberschreitung auch noch abgelenkt gefahren sind, Mom? Ey, ich wackelte ein weiteres Mal mit Benäne vor seinem Gesicht. Ich meine, vielleicht hatte er einfach nur wirklich schlechte Sehkraft. Was sonst konnte das Fehlschlagen von Bananas-Magie erklären? Schließlich setzte ich Benäne wieder ab und holte meinen Geldbeutel aus meiner Handtasche. Sehen Sie mal, Officer. Besteht irgendeine Möglichkeit, dass Sie dieses Mal ein Auge zudrücken können? Es war ein harter Tag und ich würde es als Zeichen sehen, dass es immer noch Gutes in der Welt gibt, wenn Sie es einfach dabei belassen könnten. Gesetz ist Gesetz, Mom. Ja, aber Sie sind derjenige, der entscheidet, wie es vollstreckt wird, gab ich zurück. Sie könnten ein wenig Gnade und Verständnis zeigen. Sehen Sie, meine Freundin hat mir soeben gesagt, dass sie ihre Hunderettung schließen muss und all diese armen Hunde ohne zu Hause sein werden. Was mir das her? Führerschein und Fahrzeugpapiere, Mom, wiederholte der Officer wie der gefühllose Roboter, der er eindeutig war. Ansonsten muss ich sie bitten, aus dem Auto auszusteigen. Aus irgendeinem Grund ahnte ich, dass das nicht war, damit er mich drehen, in den Arm nehmen und mir zuflüstern konnte, dass er einer so schönen Frau wie mir nie einen Strafzettel geben könnte. Aber durch irgendeine unbekannte innere Stärke schaffte ich es, mein Lächeln aufrecht zu erhalten, während ich meinen Führerschein aus meinem Geldbeutel fischte. Der Name Abigail Adams starrte mich an, und ich schalte mich dafür, dass ich das nach meiner Namensänderung nicht rechtens hatte aktualisieren lassen. Immerhin war Abigail Adams die Frau, die ich geschworen hatte, nie wieder zu sein, die Frau, die nur mit dem Kopf denkt und eine leidenschaftslose, unglückliche Anwältin aus Harvard ist. Jetzt war ich Abigail Arbo. Lebhaft, lustig und mit einer Leidenschaft für die Sicherheit von Welpen. Aber, naja, die Kraftfahrzeugbehörde ist so eine Qual mit den langen Schlangen und dem Geruch nach einer staubigen Lagerhalle. Also lebte Abigail Adams noch eine Weile länger auf meinem Führerschein. Ich reichte dem unmenschlichen Polizeibeamten den Führerschein und den Fahrzeugpapiere und sackte dann über meinem Lenkrad zusammen, als er zurück zu seinem Auto ging. Ich blickte zu Benerner, der mit dem Schwanz wedelte. Ich kann mir die Art von Frau nicht vorstellen, die ein Date mit diesem Kerl überhaupt in Erwägung ziehen würde, ich schüttelte den Kopf, selbst als ich mich dabei erwischte, wie ich die Kehrseite des Officers betrachtete, während er wegging. Ich nicht, das steht fest. Ich brauche jemanden mit Leidenschaft und Emotionen. Wie mein Date heute Abend Oh nein! Mein Date Ich sah auf die Uhr an meinem Armaturenbrett und realisierte, dass ich kaum Zeit haben würde, um zu Hause vorbeizuschauen, um Benene bei meiner besten Freundin Hannah zu lassen, die momentan auf meiner Couch wohnte, während sie nach einer eigenen Bleibe suchte, bevor ich, innerhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung, zum The Boathouse in Old Sacramento zum Abendessen raste. Und selbst dann würde ich wahrscheinlich spät dran sein. Was für einen tollen ersten Eindruck würde ich machen, dreckig von der Arbeit im Freien während des ganzen Nachmittags, voller Hundehaare, das Make-up durch Tränen zerstört und erschöpft durch Reagans schlechte Neuigkeit und Robocops Strafzettel. Ich funkelte den Beamten an, als er mir meinen Führerschein und meine Fahrzeugpapiere, zwei Worte, von denen ich wusste, dass sie mich heute Nacht in meinen Träumen verfolgen würden, zurückgab und mir, natürlich, einen Strafzettel verpasste. Vielleicht war er insgeheim auch Reagans herzloser Vermieter. Es würde mich nicht schockieren. Bezahlen Sie den Strafzettel bei der hier gedruckten Adresse oder fechten Sie ihn zu angegebenem Datum vor Gericht an, sagte er, wobei der den Kopf neigte. Fahren Sie jetzt vorsichtig. Ihnen auch einen schönen Tag, erwiderte ich und sah zu, wie er ohne ein weiteres Wort verschwand. Ich überlegte, den Strafzettel Benene zu geben. Funktioniert mein Hund hat meinen Strafzettel gefressen, besser als mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Seufz Ich fuhr zurück in die Stadt und lieferte Benene schnell bei mir zu Hause bei Hannah ab, bevor ich wieder losfuhr und mich damit tröstete, dass ich mir vorstellte, wie mein süßes Date irgendeinen Grund fand, damit es mir mit diesem fürchterlichen Tag ein wenig besser ging. Basierend auf den E-Mails, die wir ausgetauscht hatten, wusste ich, dass er es verstehen würde. Er würde mir zustimmen, dass der attraktive Polizeibeamte, nein, der nicht attraktive Polizeibeamte herzlos war. Er würde meiner Hand tätscheln und mir sagen, dass es absolut lächerlich war, mir in einer solchen Notlage einen Strafzettel zu geben. Er würde mitfühlend und nett sein und mir ein Stück Schokoladenkuchen bestellen, um mich zu trösten. Ich parkte in Old Sacramento und eilte in das Restaurant, wo ich am Spiegel in der Lobby anhielt, um mir ein wenig Mascara unter den Augen wegzuwischen und ein paar Hundehaare abzuklopfen, wobei ich mir versicherte, dass alles gut sein würde, da ich diesen Polizeibeamten nie wiedersehen müsste. Ich schritt zum Podest, nannte der Hostess meinen Namen und den meines Dates und dann führte sie mich zu einem Tisch am hinteren Fenster, von dem aus man Blick auf den Fluss hatte. Mein Herz schlug vor Aufregung schneller, angesichts des Mannes, der bereits am Tisch saß, angesichts des süßen Mannes, mit dem ich E-Mails ausgetauscht hatte und den ich jetzt endlich persönlich kennenlernen würde. Aber als ich einen besseren Blick auf mein Date werfen konnte, hörten meine Füße auf, sich zu bewegen und die Augen traten mir beinahe aus dem Kopf. Am Tisch saß der heiße Kopf, der mir einen Strafzettel verpasst hatte, wobei er irgendwie perfekt aussah, in einem sauberen, gebügelten Anzug und immer noch ohne ein einziges Haar, das deplatziert war. Während ich da stand und ihn anstarrte, drehte er den Kopf und sein Blick traf meinen. Er hielt inne, als er mich ansah, dann hoben sich seine Mundwinkel nur ein ganz klein wenig. Kapitel 2 Während ich mit offenem Mund im Restaurant stand, starrte ich den gefühllosen Roboter an, der mir vor ungefähr 20 Minuten einen Strafzettel gegeben hatte. Meine Emotionen wurden angeheizt, während ich überlegte, ob dieser Kerl wirklich die Frechheit hatte, mich jetzt anzulächeln. Die Mundwinkel nach oben gezogen. Tanzender Blick. Jupp, er lächelte mich eindeutig an. So nervig. Vielleicht hatte Robocop seinen Spaß daran, mich nach seinem offensichtlichen Triumph mit seinem kleinen Strafzettelblock wiederzusehen. Oder vielleicht fand er es lustig, wie zerzaustig aussah, da er mir die Zeit genommen hatte, vor meinem Date zu duschen oder einen Fusselroller zu verwenden. Wie auch immer. Es war nicht so, als würde ich hier warten und nach seinem Gedankengang fragen. Ich hatte offensichtlich den falschen Tisch. Ich wirbelte herum, wobei ich der Hostess versehentlich die Speisekarte aus der Hand schlug und in die Luft schleuderte, bevor sie mit einem dumpfen Aufschlag auf dem Boden landete. Ups. Entschuldigung. Ich habe einen schlechten Tag. So einen schlechten Tag. Aber er kann nur besser werden, oder, fragte ich, hob die Speisekarte auf und reichte sie der Hostess. Können wir einen anderen Weg zu meinem Tisch gehen, bitte? Ihre Stirn legte sich in Falten. Ihr Tisch ist genau hier. Ich neigte meinen Kopf. Wo genau? Genau hier, sie nickte zu dem Tisch, an dem der selbstgefällige Officer saß, und lächelte. Äh, nein. Nein, 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 ich schüttelte den Kopf, im Wissen, dass das nicht möglich sein konnte. Mein wundervolles Date, auf das ich mich schon seit einer Woche freute, konnte definitiv nicht der herzlose Kopf sein. Das Schicksal wäre nicht dreimal an einem Tag so grausam zu mir. Also spähte ich zu dem Tisch neben ihm. Eine Gruppe von sechs Männern in Anzügen saß daran und hatte eine Unterhaltung, die, meiner Meinung nach, fürchterlich langweilig aussah. Daneben ein Tisch mit einer vierköpfigen Familie, die über ein Brötchen stritt. Nope, auch nicht mein Date. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, um zu sehen, ob hinter Robocop noch ein Tisch war, aber da war nur das Fenster, von dem aus man den Fluss und die Tower Bridge sah, beleuchtet durch das schwindende Licht der Dämmerung. Ich sehe mein Date nicht, flüsterte ich der Hostess zu, in der Hoffnung, der Cop könne es nicht hören. Genau hier. Dunkelblondes Haar. Blaue Augen. Muskeln, ihre Stimme wurde leiser und sie warf ihm einen anerkennenden Blick zu, als wollte sie, er wäre ihr Date. Der wirklich süße Kerl. Ausgeschlossen, erwiderte ich mit einem Kopfschütteln. Das kann nicht mein Date sein. Warum nicht, fragte sie und kam näher zu mir. Er sieht gut aus und war wirklich nett, als er hereinkam. Er ist ein Roboter, sagte ich, als ich die traurige Wahrheit in Worte fasste. Die Hostess begann zu lachen und brach plötzlich ab, als ich mich ihr nicht anschloss. Oh, sie machen keine Witze. Na ja, er sagte, sein Name sei Cooper Hill, was der Name ist, den sie genannt haben. Und er sagt, er träfe eine Frau namens Abigail Apple, was ihr Name ist. Richtig? Für einen Moment zog ich es in Erwägung, meinen Führerschein hervorzuholen, um ihr zu zeigen, dass ich eigentlich Abigail Adams war, und dann abzuhauen. Aber dann kam mir ein Gedanke, der Kopf hatte nicht gewusst, dass ich Abigail Apple war, als er mir den Strafzettel verpasste. Wir hatte nur über E-Mail kommuniziert, also wusste er nicht, wie ich aussah. Er hatte gedacht, ich sei irgendeine Fremde, was immer noch ein wenig streng war. Aber wenigstens hätte er mir bestimmt nicht diesen Strafzettel gegeben, wenn er gewusst hätte, dass er mich angehalten hatte. Ich würde die Dinge mit ihm klarstellen und dann könnten wir vielleicht trotzdem einen netten Abend miteinander verbringen. Hoffentlich würde diesem Totalausfall von Tag etwas Gutes entspringen. Die Hostess führte mich den kurzen Weg zum Tisch und der Officer hielt seinen Blick auf mich gerichtet, während seine Augenbrauen in die Höhe gingen. Dann scannte er den Raum und sah zweimal hin, als ich am Tisch anhielt. Genießen Sie Ihr Abendessen, wünschte die Hostess mit aufgedrehter Stimme. Danke, erwiderte ich und versuchte Ruhe zu bewahren, als ich mich hinsetzte. Die Hostess ließ die Speisekarte da und warf dem Kopf noch einen weiteren Blick zu. Ich schüttelte den Kopf, überrascht darüber, dass sie mir kein High-Five gegeben hatte, bevor sie ging. Schließlich wandte ich mich meinem Date zu und lächelte. Hi, Cooper. Abigail Apple? fragte er. Ja, das bin ich, antwortete ich und hob die Hände. Keine Sorge. Ich verstehe, was vorhin auf der Straße passiert sein muss, ich hielt für einen Moment inne, indem ich auf das wartete, was sicherlich eine aufrichtige Entschuldigung von ihm sein würde. Als er stumm blieb, zuckte ich die Achseln. Du wusstest nicht, dass ich diejenige war, die du angehalten hast, oder? Das liegt daran, dass ich noch nicht dazu kam, meinen Fürschein aktualisieren zu lassen. Also hast du den Namen Abigail Adams statt meines neuen Namens Abigail Apple gesehen und hattest keine Chance, die Verbindung zu ziehen. Mein neuer Name hat eine lange Geschichte über einen Apfelbaum und eine Colder Life Crisis und die Sehnsucht nach einer Veränderung und Ich realisierte, dass ich drauflos geplappert hatte und hörte auf, während meine Wangen warm wurden. Wie auch immer, der Punkt ist, ich bin sicher, dass du nachsichtig mit mir gewesen wärst, wenn du gewusst hättest, dass ich diejenige war, die du angehalten hast. Es ist ausgeschlossen, dass du mir den Strafzettel verpasst hättest, wenn du gewusst hättest, wer ich war und dass wir später auf ein Date, dieses Date, gehen würden. Richtig? Er starrte mich nur an, während ich von meinem Wasser trank. Armer Kerl, er musste sich fürchterlich fühlen. Sieh mal, bitte fühl dich nicht schlecht, beharrte ich, wobei ich die Hand hob. Es ist wirklich nicht deine Schuld. Es war nur ein Missverständnis. Du musst dich wirklich nicht schlecht fühlen. Ich fühle mich nicht schlecht, er warf mir einen Seitenblick zu und lächelte leicht, während er den Kopf schüttelte. Schließlich tippte er mit den Fingern auf die Speisekarte. Um ehrlich zu sein, wenn ich gewusst hätte, wer du bist, dann hätte ich dir trotzdem einen Strafzettel gegeben. Ich lachte laut. Sieh an, da war der Sinn für Humor, den ich in den E-Mails, die wir vor dem Planen dieses Dates ausgetauscht hatten, so anziehend fand. Am Ende war also doch nicht alles so fürchterlich. Er war so lustig und liebte es, Scherze zu machen. Ha ha ha. Abigail, ich meine das ernst, sagte er und nahm einen tiefen Atemzug. Ich fühle mich verpflichtet, bei dieser Tatsache ehrlich zu sein. Ich würde nie lügen wollen. Zum zweiten Mal in weniger als zehn Minuten fiel mir die Kinnlade herunter und ich lehnte mich nach vorne. Aber ich bin kaum gerast und hatte schlechte Neuigkeiten erfahren und ich bin dein Date. Er lehnte sich ebenfalls nach vorne. Und du hast das Gesetz gebrochen. Ich atmete laut aus. Kaum. Kaum über der Geschwindigkeitsbegrenzung ist trotzdem darüber. Meine Augen wurden groß. Darüber ist darüber? Willst du sagen, du hättest mir auch einen Strafzettel gegeben, wenn ich nur einen Kilometer pro Stunde über der Geschwindigkeitsbegrenzung gewesen wäre? Du warst nicht nur einen darüber, erwiderte er mit ruhiger Stimme. Aber. Guten Abend, sagte der Kellner, der mit einer Flasche Wein neben unserem Tisch auftauchte. Ich bin Javier und werde sie heute Abend bedienen. Der Herr sagte, das wäre der Lieblingswein der Dame. Ich blickte auf die Flasche Chardonnay, die das Etikett meines Lieblingsweinguts trug. Für einen Moment begann ich zu schmelzen, dass er sich von unserem E-Mail-Austausch an meinen Lieblingswein erinnert hatte. Aber dann erinnerte ich mich daran, wie er mir diesen Strafzettel gegeben hatte. Der Strafzettel, den er mir selbst dann verpasst hätte, wenn er gewusst hätte, dass ich sein Deke war. Was lief falsch mir diesem Kerl? Der Kellner lächelte uns an. Ich kann heute Abend bereits die Funken fliegen sehen. Ich lehnte mich zurück und verschränkte die Arme, Cooper tat es mir gleich, wobei sich die Muskeln in seinem Unterarm anspannten. Wie schaffte er es, so gut auszusehen, während er so nervig war? Das fröhliche Gemüt des Kellners verblasste. Darf ich jedem von ihnen eine Kostprobe anbieten? Wasser reicht für mich, sagte ich, während ich meine auf Cooper gerichteten Augen zusammenkniff. Für mich ebenfalls, stimmte Cooper zu, der seinen Blick auf meinen gerichtet hielt. Sein Gesichtsausdruck war leer. Der Kellner zögerte, eindeutig unsicher darüber, was in der Zeit passiert war, seit Cooper, höchst aufmerksam, wenn ich das sagen darf, die Flasche Wein bestellt hatte und diesen Moment. Schließlich stellte der Kellner die Flasche in einen Eimer mit Eis, ohne uns eine Kostprobe einzuschenken. Okay. Ich werde Ihnen unsere heutigen Tagesgerichte nennen. Nur einen Salat für mich, danke, gab ich zurück. Der Kellner hatte eindeutig nicht erwartet, dass ich sofort bestellen würde, denn er holte hektisch seinen Notizblock hervor. Er klickte die Miene seines Stiftes heraus und hielt ihn bereit. Und welchen Salat hätte die Dame heute Abend gerne? Ich sah die Speisekarte nicht einmal an. Welcher auch immer am schnellsten zubereitet ist. Der Haussalat? Wundervoll. Der Kellner notierte meine Bestellung und drehte sich, sodass er Cooper ansah. Und für Sie, Sir? Ich hätte gern die Muschelsuppe. Eine Tasse oder eine Schüssel? Cooper sah betont in meine Richtung, bevor er antwortete. Tasse. Es war so still zwischen uns, dass ich das Kratzen des Stiftes auf dem Papier hörte, während ich den Augenkontakt mit Cooper hielt. Ich würde nicht die Erste sein, die nachgab. Ausgeschlossen. Und was sonst noch für Sie, Sir? Cooper blinzelte nicht einmal. Das genügt. Absolut unausstehlich, eine schnelle Mahlzeit zu bestellen, nur weil ich das zuerst getan hatte. Noch nerviger war, dass ich nicht aufhören konnte, Coopers blaue Augen mit der Farbe des Himmels über der Scheune zu vergleichen. Ich versuchte hier empört zu sein, er tappte mich aber dabei, wie ich mich fragte, ob die dunklen Tupfen in seinen Augen schwarz oder braun waren. Coopers Gesichtsausdruck war leer und der Mann war offensichtlich so stur wie ein Maultier, aber nichts dieser lästigen Persönlichkeit spiegelte sich in seinen Augen wieder. Sie sahen weich aus und sexy. Er kniff sie zusammen, als versuchte er einschüchternd auszusehen, schaffte es aber nur, meinen Bauch einen kleinen Salto schlagen zu lassen. Diese Augen machten mich verrückt. Okay, naja, dann werde ich ihre Bestellungen für sie beide vorbereiten, sagte der Kellner, als er sich vom Tisch zurückzog wie ein Wanderer, der soeben auf ein paar Berglöwen gestoßen war, die kurz vor dem Kampf standen. Cooper und ich blieben stumm, nachdem der Kellner gegangen war. Wir starrten einander über den Tisch hinweg an, während alle um uns herum Unterhaltungen führten. Ich überlegte zu gehen, aber meine übermäßig strengen Eltern hatten mich dazu erzogen, höflich zu sein. Außerdem, naja, knurrte mein Magen. Die Zeit geht vielleicht schneller vorbei, wenn wir uns über etwas unterhalten, schlug Cooper letztendlich vor. Ich dachte darüber nach und nickte. Worüber würdest du gerne reden? Verkehrsregeln? Er lachte. Wirklich, Abigail? Na gut, gab ich nach und seufzte lautstark, sodass er wissen würde, wie verstimmt ich über das Zugeständnis war, dieses Date fortzuführen, nachdem er mir einen Strafzettel verpasst hatte, den er mir definitiv gegeben hätte, Date hin oder her. So, so, so unhöflich. Welche Filme magst du, Cooper? Die Verurteilten? Der Unbeugsame? Witzig, antwortete er, wobei einer seiner Mundwinkel nach oben zuckte. Mein Bauch flatterte erneut. Ich hätte mir vom Kellner vermutlich ein Glas Wein einschenken lassen sollen. Oder mir vielleicht gleich die ganze Flasche schnappen sollen. Ich schaue gerne Dokumentationen, sagte er, wobei er nach seinem Wasser griff und einen Schluck nahm. Wenn sie genau gemacht sind. Interessant, log ich, weil schnarch. Dokumentationen waren das, was zu sehen man in der Schule gezwungen wurde, wenn man einen Vertretungslehrer hatte. Als gute und aufmerksame Schülerin war ich während der Filme die einzige gewesen, die wach war, während alle anderen schliefen hauptsächlich, weil meine Eltern wollten, dass ich nach Harvard kam, und Harvard-Studenten schliefen nicht während langweiliger Dokumentationen. Bedauerlicherweise. Was ist mit dir, Abigail, fragte er, während ich grübelte, wo im Leben mich etwas falsch gemacht hatte, um an den Punkt zu kommen, an dem ich dachte, ein Date mit diesem Mann sei eine gute Idee. Schließlich zuckte ich die Achseln. Vielleicht ist es klischeehaft, aber ich mag eine gute romantische Komödie. Interessant, erwiderte er mit all der Begeisterung eines Menschen, der kurz vor der Ziehung seiner Weisheitszähne stand. Du magst romantische Komödien nicht, wollte ich wissen. Du magst Dokumentationen nicht, gab er zurück. Um ehrlich mit dir zu sein, ich finde sie recht trocken, erklärte ich, was sich für eine eloquentere Ausdrucksweise hielt als die Sinn zum Gähnen langweilig, Kumpel. Er nickte langsam, wobei sich zwischen seinen Augenbrauen eine Falte bildete. Naja, ich finde romantische Komödien recht unrealistisch, übermäßig gefühlsbetont und, offengesagt, ein wenig unsinnig. Ich hoffte, dass Al Woods und Vivian Ward seine Träume heimsuchten. Vielleicht ein anderes Thema, schlug ich vor und lächelte, obwohl es wirklich schmerzhaft war. Außerdem musste ich aufhören, mit den Zähnen zu knirschen, ansonsten würde ich keine mehr haben, um zu kauen, wenn mein Salat aus der Küche kam. Du hast der Tierhandlung eine E-Mail geschrieben, weil du einen Hund adoptieren wolltest, als wir davon abgelenkt wurden, über alles zu reden außer der Tatsache, dass du Polizeibeamter bist, sagte ich in der Annahme, dass dies vielleicht eine nette Vorwarnung gewesen wäre. Nach welcher Art Hund suchst du? Ein Hund, der gut erzogen werden kann, antwortete er und legte eine Hand auf den Tisch. Einer, der auf meine Befehle hört. Vielleicht etwas mit ein wenig deutschem Schäferhund. Ah, er wollte ein pelziges Miniatur-Ich. Ich konnte mir vorstellen, wie sein Hund wahrscheinlich mit einem Namen wie Geschwindigkeitsbegrenzung oder Kotbuch oder Sirene-Benene anbellte, weil er auf die Couch gesprungen war. Hundestrafzettel für dies, Hundestrafzettel für das. Kein Bellen nach 20 Uhr. Kein Rennen auf dem Bürgersteig, nur gehen. Mit Küpe und Geschwindigkeitsbegrenzung würden Benene und ich vermutlich am Ende des Wochenendes im Gefängnis landen. Sieh mal, ich spähte in die ungefähre Richtung der Küche und sah dann wieder zurück zu Küpe. Unser Essen sollte bald hier sein, also machen wir einfach eine Speedrunde, okay? Er nickte zustimmend und ich lehnte mich zurück. Ich wedelte mit der Hand. Toilettenpapierrolle Von unten oder oben? Von unten ist völliger Unsinn. Aber wenn man es von oben macht, muss man das Papier runterziehen, erklärte ich, obwohl die Logik offensichtlich sein sollte. Und wenn man es von unten hat, kann man es hochziehen und es ist eine gute Erinnerung daran, dass man die Leute um sich herum hochziehen und nicht runterziehen sollte. Er starrte mich an, als hätte ich soeben vorgeschlagen, all die Verkehrshütchen in einem riesigen Lagerfeuer zu verbrennen, was wir feierten, indem wir unangeschnallt und mit 160 Kilometer pro Stunde im Kreis darum herum fuhren. Wenigstens waren diese stark aussehenden Lippen nicht Teil des finsteren Gesichtsausdrucks. Aber es löste in mir die Sehnsucht aus, nur ein winziges, klitzekleines Lächeln von ihm zu sehen. Ich tippte mit dem Finger auf die Tischdecke. Meer oder Berge? Berge. Du. Beides. Das sind nicht die Regeln. Katzen oder Hunde, fuhr ich fort, um das Spiel am Laufen zu halten. Seine Augen wurden dunkler. Als Kind hat mich eine Katze gebissen. Ich riss die Augen auf. Ich kann mir nicht vorstellen, warum. Wenn es überhaupt möglich war, schien noch mehr Feindseligkeit zwischen uns zu herrschen, als der Kellner mit dem Haussalat und einer Tasse Muschelsuppe zurückkehrte. Er stellte die Teller ab, als wären sie kochend heiß und eilte weg, ohne zu fragen, ob einer von uns frisch gemahlenen Pfeffer wollte, wahrscheinlich wollte er es nicht riskieren, länger zu bleiben. Wir aßen in Stille, die nur vom passiv-aggressiven Klirren des Löffels oder Kratzen des Messers unterbrochen wurde. Wenn es einen Rekord für das schnellste Essen einer Mahlzeit im The Boathouse gab, dann hatten wir ihn garantiert gebrochen. Wie bei einem Fotofinisch ließen wir beide im gleichen Moment unser Besteck fallen und starten einander an, wobei wir durch Augenkontakt darauf bestanden, dass wir der Erste gewesen waren. Cooper war so stur, dass er nicht einmal zugeben konnte, dass ich zuerst fertig geworden war. Oder mir diesen Sieg geben konnte. Er hatte ja schließlich auch kein Problem damit gehabt, mir den Strafzettel zu geben. Ich war bereit, dieses Date als das offiziell schlimmste aller Zeiten zu bezeichnen, als ich aus dem Augenwinkel sah, wie ein Mann zu dem Tisch mit den sechs Männern in Anzügen ging. Er begann, ihnen allen die Hände zu schütteln und die meisten Gäste drehten sich in seine Richtung, als würden sie ihn erkennen. Hm. Officer Hill, sagte der Mann, als Cooper aufstand. Was für ein Zufall, Sie hier zu sehen. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Naja, es war eindeutig nicht John Mayer, weil Mayer, also Bürgermeister, ja genauso klingt, wie ach, egal. Aber war er der Bürgermeister von Sacramento? Cooper wandte sich zu mir um. Herr Bürgermeister, das ist meine. Bekannte, Abigail Apo. Hi, sagte ich und schüttelte dem Bürgermeister die Hand, wobei ich ihn fragen wollte, ob er mich von einem Strafzettel befreien konnte. Woher kannte Cooper den Bürgermeister? Hill, wir freuen uns sehr darauf zu hören, welche Wohltätigkeitsorganisation der Ausschuss nächste Woche wählt. Ich verstehe, dass es eine sehr schwierige Entscheidung sein wird. Der Bürgermeister sprach eindeutig nicht mit mir, aber ich plapperte trotzdem dazwischen. Ey, Entschuldigung, was willen? Der Bürgermeister drehte sich zu mir um und lächelte ein großes, kamerabereites Lächeln, bevor er antwortete, die Stadt macht eine Wohltätigkeitskampagne. Officer Hill ist Vorsitzender des Ausschusses, der auswählt, welche wohltätige Einrichtung die Spende erhält. Der Bürgermeister richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf Cooper. Wir sind sehr stolz auf all die harte Arbeit, die sie spende, wie in Geld, fragte ich. Der Gesichtsausdruck des Bürgermeisters offenbarte eine leichte Verärgerung, als er sich nach meiner Unterbrechung wieder mir zuwandte. Ja, erwiderte er, wobei er mich von oben bis unten ansah und scheinbar mein unordentliches Auftreten bemerkte. Officer Hill hat geholfen, 100.000 Dollar zu sammeln, um sie der vom Ausschuss gewählten Wohltätigkeitsorganisation zu spenden. Er machte Anstalten, sich wieder umzudrehen, aber ich griff nach seinem Arm. Jede wohltätige Einrichtung, wollte ich wissen. Ja, jede wohltätige Einrichtung, erklärte er und schien dem Drang zu widerstehen, aufgrund meiner andauernden Unterbrechungen mit den Augen zu rollen. Die Qualifikationsvoraussetzungen sind auf der Webseite der Stadt. Mein Herz hüpfte. Jede wohltätige Einrichtung, wie zum Beispiel eine wundervolle Hunderettung. Ja, ja, das nehme ich mal an. 100.000 Dollar? Das sollte Reagans Hunderettung für lange Zeit am Leben halten, unabhängig davon, wie sehr der neue Vermieter versuchte, die Miete zu erhöhen. 100.000 Dollar würden bedeuten, dass diese Hunde ihr Zuhause behalten konnten, den Sonnenschein und die Hügellandschaft und die schattenspendenden Eichen und die warme Scheune in der Nacht. 100.000 Dollar für Reagans wohltätige Einrichtung würden den heutigen Tag wesentlich weniger fürchterlich machen. Es könnte ihn sogar zu einem überhaupt kein schlechter Tag machen. Ich drehte mich zu Cooper um. Und du entscheidest, welche Wohltätigkeitsorganisation gewinnt? Er nickte. Na ja, der Ausschuss und ich entscheiden. Ich bin der Vorsitzende, aber wir bekommen alle eine Stimme, welche Einrichtung die Spende bekommen wird. Ich lehnte mich auf meinem Stuhl zurück und wägte die Situation ab. Dass Cooper im Ausschuss war, war schlecht. Dass Cooper der Vorsitzende besagten Ausschusses war, war noch schlimmer. Ich würde Reagans Hunderettung vorschlagen und er würde mit seinem Hammer schlagen, ich stellte mir vor, dass er einen hatte, und erklären, wie ich irgendeine Regel und noch ein Dutzend andere verletzt oder minimal überschritten hatte. Die Hunderettung hatte keinerlei Chance. Der Bürgermeister verabschiedete sich herzlich von Cooper und warf mir ein kurzes Nitten zu, bevor er zu einem anderen Tisch weiterging. Ich kümmere mich um die Rechnung, wenn du nicht länger bleiben willst, verkündete Cooper, als er sich wieder hinsetzte. Ich habe nichts dagegen. Ich heuchelte Verwirrung. Warum sollte ich nicht länger hierbleiben wollen? Er lachte. Sehr lustig. Ich erkannte, wie sarkastisch das geklungen hatte, wenn man bedachte, wie der Abend bisher gelaufen war. Nein, nein, sagte ich und tat mein Bestes, aufrichtig zu klingen. Das hat vielleicht als unangenehmes Date angefangen, aber sind erste Dates nicht immer ein bisschen so? Vielmehr denke ich, wir sollten einem zweiten Date eine Chance geben. Er musterte mein Gesicht und ich lächelte so süß wie möglich. Mir war schon immer gesagt worden, ich hätte ein schönes Lächeln und jetzt brachte ich es wirklich nach draußen. Du willst wirklich ein weiteres Date mit mir? fragte er langsam. Na klar, ich klatschte in die Hände, als wäre ich begierig darauf, Date Nummer zwei sofort zu beginnen. Er warf mir einen Seitenblick zu. Aber warum? fragte er. Ich lachte, in der Hoffnung, dass es aufrichtig klang. Warum nicht, Dummerchen? Köper schüttelte den Kopf, aber ich entdeckte den Anflug eines Lächelns, als er dies tat. Die nach oben gerichtete Kurve seines Mundes machte mich gierig. Ich wollte ein größeres Lächeln, ein richtiges Lächeln, ein ungeschütztes Lächeln. Ich stellte mir allerdings vor, dass ihn das beinahe zu attraktiv machte, um ihn anzusehen, und ich wollte die Dinge nicht durcheinander bringen. Dieses zweite Date würde für die Hunde sein. Warum nicht, sagte Cooper, indem er meine Frage mit ungläubiger Stimme wiederholte. Weil dieses Date so nah an einem Unglück war wie irgend möglich. Nein, es war absolut herrlich. Er runzelte die Stirn. Welcher Teil genau war absolut herrlich? Ey, der Teil, als wir darüber gesprochen haben, nach welcher Art Hund zu suchst, antwortete ich dürftig. Und der Haussalat war ziemlich ordentlich. Diese Croutons haben den Knusperfaktor echt übertroffen. Der Kopfsalat hatte eine intensive grüne FA. Abigail Meinen Namen in diesem sanften Ton aus seinem Mund zu hören, ließ mich auf der Stelle verstummen. Wenn ich mich davon hätte überzeugen können, dass es nicht merkwürdig war, dann hätte ich ihn darum gebeten, meinen Namen erneut so zu sagen. Mir gefiel die Art, wie es klang, mehr als es sollte. Okay, gut. Ich gebe zu, dass das Date nicht das Beste war, lenkte ich ein und lehnte mich nach vorne. Aber du musst nach diesem Strafzettel ein wenig nachsichtig mit mir sein und mir noch eine Chance geben. Heute war ein harter Tag für mich und vielleicht habe ich es nur ein klein wenig an dir ausgelassen. Ich möchte die Chance, es bei dir wieder gut zu machen. Er schien über meine Worte nachzudenken. Ich konnte ihm sein Zögern nicht übel nehmen. Das war wirklich und ehrlich ein absolutes Desaster für ein erstes Date. Wer bei klarem Verstand würde ein zweites wollen? Aber zu meiner Überraschung nickte er. Eine zweite Chance, sagte er. Für uns beide. Dann lächelte er. Ein volles und ehrliches Lächeln, das mich beinahe von meinem Stuhl warf. Die Leute würden annehmen, ich sei betrunken, obwohl ich nicht einmal einen Schluck des köstlichen Weins genommen hatte, der in der Flasche war. Er brachte ein Lächeln in mein eigenes Gesicht, bevor ich es aufhalten konnte. Ich hole dich am Samstag bei dir ab, schlug er vor. Schnell schüttelte ich den Kopf. Ey, ich komme zu dir und hole dich ab, wenn das in Ordnung ist. Er nickte. Na dann. Ein neuer Versuch. Ich nickte ebenfalls. Ein neuer Versuch für das Date. Nachdem er die Rechnung bezahlt hatte, verließen wir das Restaurant und Cooper setzte zum gleichen Zeitpunkt für einen Handschlag an, indem ich zu einer Umarmung ansetzte. Der Moment war angemessen unbeholfen und merkwürdig. Ich drehte mich zum Winken um, als er mir bereits den Rücken zugekehrt hatte, und er wählte den Moment, als ich mich drehte, um, natürlich, zum Abschied zu winken. Ich war nicht sicher, ob zwei Leute auf noch unterschiedlicheren Wellenlängen sein konnten als wir. Ich flog hoch im Himmel und er hatte seine Füße fest am Boden. Wenn ich nach rechts ging, ging er nach links. Er sah schwarz und weiß, während ich Magenta und Petrol sah. Während ich zu meinem Auto ging, erinnerte ich mich daran, dass ich mich vor nur einer Stunde mit dem Wissen getröstet hatte, dass ich diesen Polizeibeamten nie wiedersehen müsste. Und jetzt ging ich auf ein zweites Date mit ihm. Wie hatte er es genannt? Einen neuen Versuch für das Date. Aber eine zweite Chance für wen? Ich sagte mir, dass es für die Hunde war, für Reagan und für die Rettung. Ich sagte mir, dass es sogar gut für die Allgemeinheit war. Ich sagte mir jeden möglichen Grund, außer dem einen, bei dem ich Angst hatte, dass er auch wahr sein könnte, dass ich vielleicht, nur vielleicht, Cooper tatsächlich wiedersehen wollte. Kapitel 3 Ich schwöre, die Wegbeschreibung sagte, ich solle an der Gabelung links abbiegen, sagte ich, während ich auf meinem Navigationssystem irgendwelche Knöpfe drückte und die Landstraße südlich der Stadt entlang fuhr. Oder war es rechts? Du hast links gehört, oder? Cooper sah zu mir herüber. Wir haben uns verfahren. Ausgeschlossen, erwiderte ich und schüttelte so stark den Kopf, dass mein langer dunkler Pferdeschwanz auf meiner anderen Schulter landete. Dieser Baum kommt mir bekannt vor. Wir müssen fast dort sein. Coopers Augenbrauen gingen für eine Sekunde in die Höhe, aber dann kehrte er wieder dazu zurück, auf Benene aufzupassen, der fröhlich in meiner Handtasche auf Coopers Schuss saß. Benene saß mit dem Gesicht zur Lüftung der Klimaanlage, sodass sie ihm ins Gesicht blies. So niedlich. Benene ist zu klein, um seinen Kopf aus dem Fenster zu stecken, erklärte ich mit den Händen am Lenkrad. Die Klimaanlage ist das nächstbeste für ihn. Das kann ich sehen, der Anflug eines Lächelns zog über Coopers Gesicht, als Benene mit dem Schwanz wedelte, eindeutig begeistert von der Luft der Klimaanlage. Dann hob Cooper seine große, starke Hand und kraulte Benene hinter seinem winzigen Ohr, woraufhin ich uns beinahe in den Graben lenkte. Männer und Hunde, es gab nichts Süßeres, als der wachsenden Zuneigung zwischen den beiden zuzusehen. Stört es dich, wenn ich das Fenster aufmache, fragte Cooper, während ich den Anweisungen des Navigationssystems folgte, damit wir zu dem Weingut kommen konnten, das ich für unseren neuen Versuch versprochen hatte. Von mir aus, ich bog auf eine mit Eichen gesäumte Straße ab. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Cooper Benene zum geöffneten Fenster hob. Benene legte seine Pfoten auf den Türrahmen und bellte vor Begeisterung, als die frische Luft zusammen mit dem Geruch der heißen Sommerluft und des trockenen Grases hereingeweht wurde. Sein Kopf drehte sich, um alles zu sehen und ich befürchtete für einen Moment, dass sich sein Schwanz durch das ganze Wedeln noch lösen würde. Er drehte sich um und sah mich mit einem glücklichen Blick an, der sagte, kannst du das glauben? Kannst du das eigentlich glauben? Es gefällt ihm, sagte Cooper mit einem Lachen. Ich sah herüber, wobei ich bemerkte, dass Kuopas Haar aus irgendeinem Grund immer noch perfekt gekämmt war, selbst mit dem Wind, der durch das Fenster hereinwehte. Mein Blick fiel auf sein kurzärmeliges Hemd und seine Kaki-Shorts und beides sah akkurat gebügelt aus. Seine Schultern waren immer noch steif, zurückgezogen und in Habacht-Stellung. Aber sein Gesichtsausdruck war anders, entspannt. Während wir unter dem kühlen Schatten der Bäume fuhren und Benähne im starken Griff von Cooper mit dem Schwanz wedelte, lag Frieden im Gesicht meines Roboters. Ein lockeres Lächeln umspielte seine Lippen und er lehnte seinen Kopf nach hinten an die Kopfstütze, wobei er sich die vorüberziehende Landschaft ansah. Wir sagten nicht viel, während wir fuhren, noch wesentlich weniger als an dem Abend im Restaurant, aber irgendwie spürte ich jetzt mehr Kommunikation zwischen uns. Es war gut, dass er von der malerischen Landschaft abgelenkt wurde, denn das machte es glaubhafter, dass wir uns auf dem Weg zum Weingut verfuhren. Abigail, wie genau kann einem ein Baum bekannt vorkommen? Cooper setzte sich aufrecht hin und lehnte sich zur Seite, um auf das Navigationsgeräte zu sehen. Bäume haben alle ausgeprägte Gesichter, Dummerchen, erwiderte ich, als ich erneut falsch abbog. Sie haben natürlich auch unterschiedliche Persönlichkeiten und Geschichten. Manche Bäume haben so viel Drama. Cooper rollte mit den Augen. Und ich dachte, Bäume hätten nur eine wissenschaftliche Einteilung. Nob, sagte ich und grinste ihn an. Der da hinten war ein alter Mann mit sehr großen Ohren, aus denen er die Eichhörnchen nicht heraushalten kann. Er lacht die ganze Zeit, weil es kitzelt. Ein einzigartiger Blickwinkel, bemerkte er, dann hielt er plötzlich inne. Er rutschte auf seinem Sitz hin und her und starrte aus dem Fenster, dann drehte er sich zu mir um. Naja, ich will. Dieser Baum sah aus, als lachte er, während er sich im Wind neigt. Siehst du? Jetzt begreifst du es, sagte ich, wobei sich ein schwindeliges Gefühl tief in meiner Brust ausbreitete. Er drehte sich mit einem Grinsen zu mir um. Ich bin nicht sicher, was du mit mir machst. Ich genieße nur all das mit dir, was die Bäume zu bieten haben, ich deutete aus dem Fenster, als wir ein Lächeln austauschten. Mein Bauch wurde warm. Ich fuhr uns für weitere 20 Minuten in schlängelnden, großen Kreisen, bevor ich so tat, als wäre ich frustriert. Dieses Navigationsgeräte scheint hier draußen nie richtig zu funktionieren. Ich habe mein Handy, erwiderte Küpe und Griff nach seiner Gesäßtasche. Sag mir einfach die Adresse des Weinguts und ich lasse es dann auf der Karte anzeigen. Na ja, das wäre schwer für mich, da es hier draußen kein Weingut gab. Ich legte meine Hand auf sein Handgelenk, bevor er sein Handy hervorholen konnte. Ich glaube, es ist gleich hier auf der linken Seite, sagte ich und musterte sein Gesicht, um zu sehen, ob er es mir abkaufte. Ein paar Sekunden später realisierte ich, dass meine Hand immer noch auf seinem Handgelenk lag. Er hatte den Versuch aufgehört, sein Handy hervorzuholen, aber ich hatte meine Hand noch nicht zurückgezogen. Mein Blick fiel zurück auf die Straße, während meine Hand da auf seiner lag, völlig erstarrt. Letztendlich räusperte ich mich und zog sie zurück. Mein Blick landete wieder auf seiner Hand und ich ertappte mich dabei, wie ich mich fragte, wie es wohl wäre, meine Finger mit seinen zu verschränken. Ich brauchte alles, um zu widerstehen. Eine schwere Anspannung erfüllte das Auto, die sich greifbar anfühlte. Wir fuhren in Stille weiter und die Anspannung schien nur stärker zu werden, obwohl ich meinen Blick auf die Straße gerichtet hielt. Als wir an der bekannten Straßenkreuzung ankamen, reckte ich den Hals, um das Schild zu lesen, das ich mir ins Gedächtnis eingeprägt hatte. Rescue at the Barn Kommen Sie vorbei und bleiben Sie zum Spielen Das klingt nicht nach einem Weingut, bemerkte Cooper, der sich nach vorne lehnte, um den Hügel hinauf zu der großen roten Scheune zu blicken. Es muss in der Nähe sein, sagte ich und setzte den Blinker. Lass mich schnell in diese Scheune gehen und nach dem Weg fragen. Ich habe mein Handy. Ich schüttelte den Kopf. Das hier ist einfacher. Als etwas in ein Handy einzutipen, gab er zurück und griff nach seiner Gesäßtasche. Braucht deine Programmierung zur menschlichen Interaktion ein Update? fragte ich. Ich bin kein Roboter. HMM Manche Zeichen scheinen im Widerspruch zu dieser Aussage zu stehen. Ich fuhr auf den kleinen Kiesparkplatz neben Reagans Scheune, genau wie sie und ich es am Abend zuvor am Telefon geplant hatten. Ich war pünktlich mit Cooper angekommen. Nachdem ich diesen Plan durchgezogen hatte, würde ich mich vielleicht für die CIA bewerben. Benane würde in einem kleinen Spionanzug bezaubernd aussehen. Und vielleicht konnte ich für mich einen im Angebot finden. Warte genau hier und ich frage nach dem Weg, in Ordnung, sagte ich und sprang aus dem Auto, bevor er protestieren konnte. Cooper hatte Probleme, den strampelnden Benane festzuhalten, der eindeutig mit mir kommen wollte. Das lag daran, dass er wusste, dass all seine Freunde hier waren. Oh nein! Benane würde die ganze Operation hochgehen lassen. Ich warf ihm einen Bleib-Cool-Blick zu und lächelte Cooper an, während ich die Tür schloss. Bin gleich zurück, ich winkte Cooper zu und joggte dann zur Scheune. Ich schlüpfte hinein, wobei ich versehentlich die Tür offen ließ. Ich fand Reagan im Inneren beim Hundegehege. Ey, Abigail, du weißt, dass diese Idee verrückt ist, oder, flüsterte sie, als ich mich hinkniete, um ein paar Ohren zu kraulen und ein paar feuchte Küsse zu bekommen. Wenn du mit verrückt meinst, dass es brillant ist, dann ja, es ist verrückt, antwortete ich und wedelte mit meinem imaginären Zauberstab in der Luft umher. Lass die Hunde los! Sie rollte mit den Augen und seufzte, schob aber den Riegel zurück und öffnete die Tür des Geheges. Das Dutzend Hunde und eine Handvoll Welpen schossen auf die Ohnein, habe ich die etwa offengelassen Tür zu, genau wie ich es geplant hatte. Reagan machte Anstalten, ihnen hinterher zu gehen, aber ich hielt sie zurück. Lass ihn für eine Minute oder zwei in der Niedlichkeit ertrinken, schlug ich vor. Sie lehnte sich an einen Pfosten und verschränkte die Arme. Denkst du wirklich, das wird funktionieren? Das finden wir gleich heraus, ich legte den Kopf schief und hörte, wie eine Autotür geöffnet wurde, als die Hunde bellten. Ich stellte mir vor, wie Cooper begraben unter einem Haufen flauschiger Pfoten und feuchter Küsse und wedelnder Schwänze lag. Wie konnte er unter diesen Umständen für eine andere Wohltätigkeitseinrichtung stimmen, die die Spende des Ausschusses bekam, nachdem er diese süßen Wonneproppen getroffen hatte? Diese Hunderettung zu retten wäre kinderleicht. Ich wusste, dass ich nicht zu 100% ehrlich gewesen war, aber es war für einen guten Zweck. Abigail, rief Cooper, seine Stimme über das Bellen der Hunde kaum hörbar. Genau aufs Stichwort, sagte ich und richtete mich auf. Wir sehen uns in 30 Sekunden. Reagan begann zu protestieren, aber ich ließ sie mit einem Finger auf meinen Lippen verstummen und rannte zurück durch das offene Tor der Scheune. Ich stellte mir vor, dass der Anblick, den ich sehen würde, auf der Niedlichkeitsskala ziemlich hoch sitzen würde, aber ich hatte nicht erwartet, dass er oberhalb der Niedlichkeitsskala sein würde. Cooper hatte Benerner unter den Arm geklemmt und lachte hemmungslos, während er mit Hundeliebe angegriffen wurde. Ein paar der sportlicheren Hunde hatten es sogar geschafft, mein Auto zu erklimmen und leckten jetzt an Koopas Ohren und seinem Nacken. Abigail, rief er erneut und erwischte mich, wie ich mit einem unaufhaltsamen Grinsen im Gesicht zusah. Ich ging zur Tat über. Mist, war das meine Schuld? fragte ich mit der unschuldigsten Stimme, die mir möglich war. Ich drängte mich durch die Hunde durch und nahm Cooper Benerner ab. Er wandte sich, um zum Spielen auf den Boden gesetzt zu werden. Habe ich die Tür offen gelassen? Was sollen wir jetzt tun? fragte er, bevor Hank ein riesiger Teddybär von Hund Cooper an die Tür der Beifahrerseite presste, seine Vorderpfoten auf Koopas weißem Hemd und, muskulöser, Brust ausgebreitet. Das würde einen Fleck hinterlassen, ohne Zweifel. Ich versuchte, mein Gelächter zurückzuhalten, aber der Terrier auf dem Dach meines Autos vergrub seine Nase in Koopas Haar und machte es mir sehr schwer, meine Rolle zu spielen. Wir sollten versuchen, sie zurück in die Scheune zu bekommen, oder? Hey, Hunde, kommt wieder her! Ich drehte mich um, um zu sehen, wie Reagan aus der Scheune kam, die Finger in den Mund steckte und hoch und laut Pfiff. Die Hunde rannten sofort zu ihr hin, alle außer dem Terrier, der ein letztes Mal an Koopas Haaren schnüffeln musste, bevor er schließlich von meiner Motorhaube sprang und sich den anderen anschloss. Cooper sackte an der Tür der Beifahrerseite zusammen und fuhr sich mit einer Hand durchs Haar. Tut mir leid, Leute, rief Reagan und kam zu uns. Wir hatten am Abend zuvor am Telefon hin und her überlegt, aber ich hatte es schließlich geschafft, sie davon zu überzeugen, dass es besser wäre, wenn wir so taten, als kannten wir einander nicht. Hi, ich bin Reagan Carlton, sagte sie und streckte Cooper die Hand entgegen. Cooper Hill, erwiderte er und wischte sich den Hundesabber an seinen Shorts ab, bevor er ihre Hand schüttelte. Ich bin Abigail Apple, sagte ich und zuckte aufgrund der winzigen Lüge ein wenig zusammen. Sie nickte und schob die Hände in die Taschen. Seid ihr an Adoption oder freiwilligen Arbeit interessiert? Ich blickte zu Cooper. Oh, ey, wir waren eigentlich. Heute war verrückt, unterbrach Reagan mich, genau wie wir es geübt hatten. Mir haben ein paar ehrenamtliche Helfer in letzter Minute abgesagt, also bin nur ich hier. Die Hunde sind dreckig und ich muss in die Stadt, um noch Futter zu besorgen. Entschuldigung, ich wollte nicht abschweifen, aber ich bin im Moment so überfordert. Ihr Auftritt war ein wenig gestelzt und erzwungen. Sie würde sicher keinen Oscar gewinnen, aber hoffentlich würde es den Zweck erfüllen. Ich verlagerte unbeholfen das Gewicht vom einen auf den anderen Fuß und versuchte, verlegen auszusehen. Naja, eigentlich sind wir nur hergekommen, um nach dem Weg zu fragen. Wir sind auf dem Weg zum örtlichen Weingut und bereits ziemlich spät dran und Wir könnten allerdings ein wenig aushelfen, schlug Cooper vor und legte eine Hand auf meinen Arm. Hm, ich drehte mich zu Cooper um, der mir näher kam. Meine Haut wurde unter dem Gewicht seiner Hand auf meinem Arm warm. Es stört dich nicht, hier zu helfen? Für mich ist es in Ordnung, wenn es das für dich ist, Ebigeel, sagte er und warf mir einen spitzen Blick zu. Ich weiß, dass du dich darauf gefreut hast, mit mir zu dem Weingut zu fahren. HMM, ich tippte mir ans Kinn und tat so, als würde ich darüber nachdenken. Er legte seine Hand auf meinen Rücken und sah mir in die Augen. Ich erstarrte für einen Moment. Seine Augen waren so blau und herzlich, dass ich mich fühlte, als könnte ich mich nicht bewegen. Äh, nein, ich meine, ja, sagte ich mit einem Reuspern. Klar, wir können eine Weile aushelfen. Cooper lächelte Reagan an. Wir sind dabei. Was sollen wir tun? Jetzt, wo Big Hank gebürstet, eingeseift und ausgewaschen war, drehte er sich vor Cooper auf den Rücken, der ihm mit einer Hand den Bauch rieb. Ein weiterer Hund trabte herbei und setzte sich neben Cooper, woraufhin dieser ihm das Ohr kraulte. Ich schmolz ein wenig angesichts dessen, wie süß Cooper war. Okay, vielleicht schmolz ich total. Benene rollte sich neben zwei der Welpen zusammen und seine Pfoten dienten als eine Art Decke für das ausgepowerte Paar. Ich setzte mich Cooper gegenüber. Wir waren beide dreckig und voller nasser Hundehaare, aber das war egal. In der kühlen Scheune zogen sich die Schatten länger und länger und die Zeit schien nicht zu existieren. Ein Tag nach meinem Geschmack. Ich drehte meine Lippen zu einer Seite, nahm ein wenig Heu und überkreuzte die Beine, wobei ich versehentlich an eine der Pfoten des schlafenden Terriers neben mir stieß. Er trat mit den Beinen, bestimmt jagte er in seinen Träumen ein Kaninchen. Ich habe etwas zu beichten, sagte ich. Gibst du endlich zu, dass du diesen Strafzettel für zu schnelles Fahren verdient hast? Cooper zwinkerte mir zu, was mir die Knie weich werden ließ, und ich stand nicht einmal. Ich biss mir auf die Lippe. Vielleicht habe ich zwei Dinge zu beichten. Er lächelte. Dann schieß los. Ich neigte den Kopf und blickte in diese blauen Augen, die vor Freundlichkeit aufleuchteten. Mann, ich war so ein weiblicher Pinocchio. Wenn meine Nase zu wachsen beginnt, konnte ich mir nur selbst die Schuld dafür geben. Erinnerst du dich daran, wie wir uns heute Nachmittag auf dem Weg zum Weingutverfahren haben? Naja, es war vielleicht nur ein klein wenig absichtlich. Er lachte. Ich habe auch etwas zu beichten. Wirklich? Ich sah, wie Cooper aufhörte Big Hanks Bauch zu reiben, woraufhin der Hund näher zu Cooper rückte, als wolle er ihm einen Wink geben. Sobald Cooper wieder mit dem Reiben des Bauches anfing, ließ der Hund die Zunge aus seinem Maul hängen. Was könntest du beichten? Dass du keinen Wein magst? Er schloss ein Auge und spähte über die trübe, staubige Luft zwischen uns. Ich wusste, dass du dich absichtlich verfahren hast. Ich gaffte ihn an. Wusstest du nicht? Ich fürchte, schon, er nickte und hatte scheinbar seine Freude an meiner Verlegenheit. Selbst wenn ich kein ausgebildeter Profi im Verhör wäre, was ich bin, du bist nicht gerade unauffällig in deiner Heimlichttürei. Meine Wangen wurden warm. Oh, welche Demütigung. Und ich hatte gedacht, ich wäre hervorragend in der Geheimniskrämerei. Warum hast du mich nicht verraten, fragte ich im Versuch zu entscheiden, ob das noch peinlicher oder weniger peinlich gewesen wäre. Schwierige Entscheidung Deine Motivation schien wohlgemein zu sein. Er zuckte die Achseln und streichelte Big Hank ein letztes Mal, bevor er sich die Hand an seinen Shorts abwischte. Regan macht hier tolle Arbeit. Ich kann verstehen, warum du darauf aus bist, dass der Ausschuss die Hunderettung unterstützt. Wirklich? Ich sah zu ihm auf und er lächelte. Regan braucht auf schlechte Weise eine riesige Spende. Sie mietet dieses Grundstück hier und der Vermieter verkauft. Der Käufer könnte sich weigern, es weiter zu vermieten oder er könnte die Miete so erhöhen, dass sie es sich nicht mehr leisten kann. Es bringt mich um, dass diese süßen Hunde vielleicht sonst wohin geschickt werden. Er nickte. Ich verstehe, was du meinst. Aber warum hast du mir nicht einfach die Wahrheit gesagt? Echt jetzt? Fragte ich, überrascht darüber, dass er das überhaupt fragte. Vielleicht weil du nie für diese Wohltätigkeitseinrichtung stimmen würdest, wenn du wüsstest, dass ich damit zu tun habe? Seine Augenbrauen gingen in die Höhe. Warum solltest du das denken? Kein Sinn darin, jetzt ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Weil du mich nicht magst. Denkst du das? Er begann, näher zu mir zu rutschen, aber Big Hank protestierte mit einem Winseln. Er warf mir einen Blick zu, der sagte ich habe es versucht. Abigail, ich weiß, dass unser erstes Date ein paar Temposchwellen hatte. Du musstest einfach das Wort Tempo verwenden, oder? Fragte ich mit einem Kopfschütteln. Entschuldige, er hob die Hände. Ich weiß, dass das Date nicht perfekt war und wir ein klein wenig aneinander geraten sind. Ein klein wenig, fragte ich ungläubig. Er legte einen Finger auf meine Lippen. Aber ich mag dich nicht nicht, Abigail. Meine Güte, was für ein Kompliment, gab ich zurück, wobei sich meine Lippen unter seinem Finger bewegten. Soll ich jetzt schwach werden oder später? Das habe ich nicht gemeint, er griff nach meiner Hand und hielt sie fest. Ich fühle mich zu dir hingezogen. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Meine Augen traten mir beinahe aus dem Kopf. Wirklich? Du fährst verrückt, sagte er, seine Stimme leise und sanft. Aber du bist auch mutig und lustig und du hast ein großes Herz. Es ist klar, dass du dich sehr um diese Hunde sorgst. Du siehst die Dinge voller Leben, auf Arten, wie ich es nie tue. Und, naja, wie gesagt, ich mag dich nicht nicht. Ich lächelte und biss mir auf die Lippe. Ich mag dich auch nicht nicht. Oder ist es ebenfalls? Seine blauen Augen sahen in meine und zum ersten Mal in meinem Leben wünschte ich mir, ich wäre nicht in einem Raum voller schlafender Welpen. Dennoch herrschten keinerlei Zweifel, dass es eine Verbindung gab, als wir einander in die Augen sahen. Ein Funke. Das Geräusch von Reifen auf dem Kies erfüllte die Luft, als Reagan von ihrer Notfahrt in die Stadt zum Futterholen zurückkehrte. Als sie herüberkam, musste ich ihr sagen, dass das Spiel aus war. Ich erzählte Cooper sogar, dass sie im Getreidespeicher Futter gelagert hatte, das für Monate reichen konnte. Reagan wurde rot, aber ich holte sie aus der Patsche, indem ich zugab, dass der Plan meine Idee gewesen war. Als Cooper und ich mit dem zu unseren Füßen rennenden Benäne zu meinem Auto gingen, bemerkte ich, dass Coopers immer perfekt gekämmtes Haar unordentlich war. Es stand ihm. Bevor ich kneifen konnte, streckte ich die Hand aus und schob das Haar zurück, das ihm über die Augenbraue gefallen war. Er überraschte mich damit, dass er lächelte und es ohne ein Wort wieder in Unordnung brachte. Heute war ein perfekter Tag. Ein absolut perfekter Tag. Die Vögel zwitscherten, der Himmel war blau, der Wind warm und sanft. In diesem Moment erwartete ich, dass ein Regenbogen auftauchen würde, trotz der Tatsache, dass es keinen Regen, geschweige denn eine Regenwolke am Himmel gab. Es war alles einfach so perfekt. Also wirst du bei der Wohltätigkeitskampagne dann für Reagans Hunderrettung stimmen, fragte ich, als wir vor meinem Auto standen, bereit, die Landstraße zurück in die Stadt zu nehmen. Es entstand eine Pause und ich blickte zu Cooper, der meinen Blick miet. Eigentlich, nein. Bei diesen zwei Worten klappte mit der Unterkiefer herunter und das Herz rutschte mir in die Hose. Am Montagmorgen tauchte ich in die tiefste, dunkelste, gruseligste Ecke meines Kleiderschrankes ein und durchforstete ihn, bis ich endlich fand, wonach ich suchte, meinen Power-Suit. Als ich mein Jurastudium abgebrochen hatte, hatte ich geschworen, diesen Anzug nie wieder anzuziehen, aber verzweifelte Situationen erfordern verzweifelte Maßnahmen. Und das war die verzweifelteste Situation, die ich je erlebt hatte. Cooper hatte mir gesagt, dass er plante, für Founding Friendships zu stimmen, ein soziales Programm für Obdachlose in Sacramento und nicht Regens Rescue at the Barn. Selbst nach einem magischen Nachmittag voller Spiele mit den Hunden in der Sonne, war er immer noch entschlossen, ihnen ihr sicheres, nettes Zuhause zu nehmen. Ich dachte, dass Hundeküsse meine Geheimwaffe wären. Keine Chance. Ich war am Samstagabend völlig verzweifelt zurückgekehrt. Ich hatte meine beste Karte ausgespielt und es hatte nicht gereicht. Ich hatte die Hunde enttäuscht. Aber dann realisierte ich, dass ich die besten Mittel genutzt hatte, die bei jemandem wie mir funktionieren würden. Aber ich versuchte nicht, mich davon zu überzeugen, für die Hunderettung zu stimmen. Ich meine, hallo? Ich würde eine Tonne Monaten rüberreichen, wenn ich sie hätte. Nein, die Person, die ich überzeugen musste, war Officer Cooper Hill. Also musste ich seine Sprache sprechen. Robotersprache. Und zufälligerweise sprach ich sie fließend. Ich war in der letzten Nacht viel zu lange aufgeblieben und hatte mich mit einem Softwareprogramm abgerackert, um meine bevorstehende Präsentation zu erstellen. Ich hatte Folie über Folie kreiert, Kreisdiagramm über Kreisdiagramm gestaltet und Kostennutzenanalyse über Kostennutzenanalyse kalkuliert, bis meine Finger bluteten, nicht wirklich, aber ich hätte weitergemacht, bis sie es taten, wenn es nötig gewesen wäre. Ich stellte die Slideshow um 3 Uhr und 34 Minuten morgens fertig. Den Rest der Nacht, oder der, hä, Morgenstunden, verbrachte ich mit dem Üben meiner Präsentation, mit dem Auftragen von Schuhcreme auf meine schwarzen Pumps, die ich nur im College getragen hatte, und dem Testen, welche der nicht verschreibungspflichtigen Brillen meiner Freundin Hanna mich am autoritärsten aussehen ließ. Und um 7 Uhr und 47 Minuten morgens band ich provisorisch eine Krawatte um Bananas Hals und verließ meine Wohnung mit Null Schlaf und der Überzeugung, dass dieser Plan definitiv funktionieren würde. Ich zog nicht in Erwägung, dass diese beiden Dinge vielleicht gegenseitig bedingt waren. Ich versuchte, in meinem kratzigen, inanliegenden Power Suit aus meinen Abigail Adams Tagen nicht herumzuzappeln, von dem ich jetzt sehen konnte, dass er dringend ein wenig Farbe oder wenigstens Fransen brauchte, marschierte den Gehweg entlang und direkt auf die Treppen der Sacramento-Polizeiwache zu. Abigail Apple, wo musst du so früh am Morgen so eilig hin, rief Courtney Carmichael von ihrem Kaffeewagen auf dem Gehweg aus. Courtney Carmichael besaß den Kaffeewagen mit den Zimtmilchkaffees, denen ich oft nachgab. Wir hatten das Jurastudium gemeinsam, da sie Ex-Anwältin war, die nach zwei Jahrzehnten der dauerhaft 24-ständigen Arbeit ausgebrannt war und nur materiellen Besitz für all ihre Bemühungen vorzuzeigen gehabt hatte. Ihr Mann hatte sich aufgrund von mangelnder Aufmerksamkeit von ihr scheiden lassen und sie hatte erkannt, dass sie all die Zeit mit Arbeit verschwendet hatte, wenn doch Beziehungen wichtiger waren. Jetzt trug sie immer glitzernde, lustige Oberteile als Erinnerung daran, dass es im Leben mehr als nur die Arbeit gibt. Der Kaffeewagen war Courtney's neuer Versuch im Leben und ich bewunderte sie für diese mutige Entscheidung. Guten Morgen, Courtney. Ich bin unterwegs, um die Gerechtigkeit zu verteidigen und für die einzutreten, die nicht für sich selbst eintreten können. Ich plane, für alles zu siegen, was auf dieser Welt gut und rein ist. Ich ging die ersten Stufen hoch, mein Blick auf die Eingangstür der Wache gerichtet. Aber du hast meinen nächsten Namensvorschlag noch nicht gehört, rief Courtney mir hinterher. Vor ein paar Wochen hatte Courtney das Namensspiel angefangen. Sie hatte sich statt für Kinder für die Karriere entschieden und grübelte jetzt darüber nach, wie sie ihr Kind hätte nennen können, wenn sie sich die Zeit dafür genommen hätte, eines zu bekommen. Ich nahm an, dass es eine Art Therapie für sie war, also war ich normalerweise gerne dabei. Entschuldige, ich kann heute nicht, Courtney, ich winkte mit einer Hand. Gerechtigkeit wartet auf niemanden. Ich gebe dir einen kostenlosen Milchkaffee. Mein frisch polierter Absatz hielt mitten in der Luft über der nächsten Stufe an, und ich tippte mit den Fingern auf die Aktentasche, in der sich mein Laptop mit der Präsentation befand. Ich nahm an, dass die Gerechtigkeit für einen kostenlosen Milchkaffee warten konnte. Als Managerin einer Tierhandlung hatte ich immerhin ein knappes Budget. Ich drehte mich auf dem Absatz um und eilte zurück nach unten zu Courtney's Kaffeewagen. An diesem Morgen stellte sie ein grell-orangefarbenes Hemd mit Perletten am Kragen und der Tasche zur Schau. Sie lächelte, als sie die Milch aufschäumte und dann zu mir zeigte. Ich habe diesmal den richtigen Namen, Abigail. Lass hören. Sie nahm zwei Rührstäbe und machte einen improvisierten Trommelwirbel. Kessrin Carina Carmichael. Ich verzog das Gesicht, als sie mir den Milchkaffee reichte. Dann ließ ich ein paar Dollar in ihre Trinkgeldbüchse gleiten. Ein Mädchen namens Kessrin hat mir im letzten Schuljahr mein Date für den Abschlussball abgejagt. Es ist ein reizender Name, aber ich kann nicht mit gutem Gewissen meine Zustimmung geben. Dann mache ich weiter, Courtney deutete mit dem Kinn auf die Polizeiwache. Was hast du da drin vor? Keine Probleme, hoffe ich. Oh, nein, antwortete ich und nippte an dem süßen Nektar namens Kaffee. Ich habe die Mission, Officer Hill davon zu überzeugen, für Regans Rescue at the Barn zu stimmen. Er ist zuständig für eine riesige Spende und ihre Rettung braucht das Geld sofort. Ah, ja. Er ist Vorsitzender des Ausschusses, Courtney nickte, was mich nicht überraschte. Sie wusste über das ganze Kommen und Gehen in Sacramento Bescheid. Cooper Hill hat aber ziemlich viel zu tun mit der wohltätigen Organisation für Obdachlose, Founding Friendships, oder nicht? Gibt es irgendetwas, das in Sacramento vor sich geht, von dem du nichts weißt? Ich grinste und tippte auf meine Laptop-Tasche. Aber er wird nicht mehr lange nur für Founding Friendships schwärmen, wenn ich dabei ein Wörtchen mitzureden habe. Andere wohltätige Organisationen brauchen auch Hilfe. Und ich habe viel über die Hunderettung zu sagen, um ihn davon zu überzeugen, dass sie heute seine oberste Priorität sein sollte. Vertrau mir! Bevor Courtney Einwände gegen meinen brillanten Plan vorbringen konnte, bedankte ich mich für den Milchkaffee bei ihr, verabschiedete mich von ihr und eilte zu der Treppe. Ich nahm einen tiefen, beruhigenden Atemzug, marschierte die Stufen hinauf und stieß beide Türen für meinen großen Auftritt in der Wache auf. Eine der Türen hing fest, aber meine enthusiastische Vorwärtsbewegung ließ meine Stirn gegen die Tür knallen. Stirn, Schmerz, auch. Nicht der große Auftritt, den ich mir vorgestellt hatte. Wie kann ich Ihnen helfen, Miss, fragte der Polizeibeamte am Empfang, wobei er mir einen Blick zuwarf, der seinen Gedanken ausdrückte, dass er mich für eine Verrückte hielt. Ich richtete mich auf und erholte mich von dieser kleinen Peinlichkeit. Ich brauche einen leeren Konferenzraum und Officer Hill, pronto, sagte ich und schenkte ihm ein Lächeln. Ihre Hilfe wird geschätzt von mir, einer Scheune voller Hunde und der gesamten Welt. Danke. Ein paar Minuten später brachte mich der Beamte zu einem Konferenzraum, in dem ich meinen Laptop aufbaute, die Tür war hinter mir leicht angelehnt. Ich drehte mich um, um zu sehen, wie Cooper den Kopf hineinsteckte und sich umsah, bis sein Blick meinen traf, wo ich an der Projektionsleinwand stand. Abigail, was tust du, Hai? Officer Hill, kommen Sie herein. Ich winkte mehrmals mit beiden Händen in meine Richtung, in der Geste, die bedeutete Schaff dich hier rein und sieh dir meine brillante Präsentation an. Vielen Dank, dass Sie sich an Ihrem sehr vollen Arbeitstag ein wenig Zeit genommen haben, um sich mit mir zu treffen. Sie tun viel für die Allgemeinheit, also habe ich mir erlaubt, Ihnen einen Milchkaffee als Zeichen meiner Wertschätzung zu mitzubringen. Hey, ein wenig Bestechung hatte noch niemandem geschadet. Ich hatte nur einen Schluck genommen und den Lippenstiftfleck weggewischt, also nicht urteilen. Oh, Moment, hatte ich den Lippenstift weggewischt? Abigail, ich weiß nicht, was das hier. Bitte, kommen Sie einfach herein, sagte ich und nahm ihn am Arm, der auf sehr ablenkende Art ziemlich muskulös war und zerrte ihn recht gewaltsam zu dem Stuhl, den ich in vorderer Reihe im Konferenzraum aufgestellt hatte. Setzen Sie sich. Er stolperte zurück und fiel unter meiner Anleitung auf den Stuhl. Okay, ich musste zugeben, dass er sich von mir hatte ziehen lassen. Der Kerl war immerhin ein fitter Polizist. Ein großer Krimineller hätte keine Chance gegen ihn gehabt, geschweige denn ich mit meinen 1,60 Meter. Oh, der Heldenfaktor. Zitter. Er sah mit zusammengekniffenen Augen den Bildschirm an und las den Titel meiner Präsentation, eine analytische Erörterung für die Wahl von Rescue at the Born als den Gewinner des Wohltätigkeitsausschusses für die jährliche Wohltätigkeitskampagne, Warm Rescue at the Born am meisten Sinn ergibt für die Stadt, die Bewohner der Stadt und die Menschheit im Allgemeinen. Jupp, in diesem Titel fehlte absolut nichts. Geschafft. Ich nickte, bereit mit meinem Zeigestock, der in Wirklichkeit aus ein paar Rührstäbchen bestand, die ich mir von Courtney's Kaffeewagen geholt und hastig zusammengeklebt hatte. Es war ein wackeliger Zeigestock, aber ich nahm an, dass er seinen Zweck erfüllen würde. Erster Kritikpunkt, sagte Cooper, der den beleuchteten Bildschirm im ansonsten dunklen Raum studierte. Der Titel ist ein wenig langatmig, wenn ich ehrlich bin. Er sah in seiner Polizeiuniform so gut aus, dass ich ihm sein negatives Feedback durchgehen ließ. Ich meine, der Gedanke daran, mit meiner Hand über seinen muskulösen Arm und dann über seine Marke zu fahren? Ja, es ließ mir wohlige Schauer den Rücken hinunterlaufen. Sehr sogar. Aber ich schüttelte sie ab und zog meine Schultern zurück. Die Hunde brauchten mich. Ich würde sie nicht enttäuschen. Danke für ihre Ehrlichkeit, Officer Hill, erwiderte ich, obwohl es mir völlig egal war, ob er dachte, dass mein Titel langatmig war. Je langatmiger, desto besser, meiner bescheidenen Meinung nach. Oder meiner selbstsicheren Meinung nach, um genau zu sein. Ich räusperte mich und bereitete mich mit meiner professionellen Stimme vor, die ich vor dem Abbruch meines Jurastudiums so gut verwendet hatte. Ich schätze Ihr Feedback, aber bitte behalten Sie alle Fragen und Bemerkungen bis zum Ende der Präsentation für sich. Er runzelte die Stirn und sah sich im Raum um. Wie lange genau wird das dau? Zuerst die Geschichte von Rescue at the Barn. Mit einem Druck auf meine Tastatur begann die Sleadishow, die beste Präsentation aller Zeiten. Am Ende war die Antwort auf Coopers Frage, dass die Präsentation 83 Minuten dauerte. Mein Vortrag deckte die Vorteile ab, die die Hunderettung für die Stadt hatte, einschließlich der Statistiken über die Gesundheitsvorteile, die durch das Gassigen mit einem Hund entstanden und die geistigen Gesundheitsvorteile, die durch das Lieben eines Hundes entstanden. Ich tauchte ebenfalls tief in die Kosten für die Stadt ein, die entstehen würden, wenn Regans Rescue at the Barn schließen müsste und all die Hunde von den bereits überfüllten, öffentlich finanzierten Tierheimen aufgenommen werden müssten. Ich war ausführlich darüber, wie genau Regan die Spende effektiv und wirksam verwenden würde. Ich mochte vielleicht mein Jurastudium in Harvard abgebrochen haben, aber definitiv nicht, bevor ich gelernt hatte, wie man extrem überzeugend war. Körperliche Interaktion mit den Hunden hatte nicht den Zweck erfüllt, Cooper umzustimmen, aber meine Präsentation würde perfekt auf sein analytisches, logisches, schwarz-weißes Nummerangehirn wirken. Wie konnte er danach Nein sagen? Rescue at the Barn ergab absolut Sinn. Zugegebenermaßen, ich glaube, dass Benene nach drei Minuten einschlief, aber Zahlen waren nicht seine Stärke. Aber vor Tauben wegrennen? Total sein Ding. Wie auch immer, ich ballte meine Hand an meiner Seite siegreich zur Faust, als ich meine Präsentation beendete und auf meine letzte Folie klickte, die eine sorgfältige Auflistung all meiner Quellen enthielt, APA-Style, natürlich. Und, sagte ich, es war nicht so, dass ich von ihm eine Standing Ovation erwartete, wenn es auch willkommen und wohlverdient gewesen wäre, aber trotzdem. Ich hatte nicht erwartet, dass Cooper den Bildschirm in dem dunklen, leeren Konferenzraum anstarren würde, mit leicht geöffnetem Mund. Ich meine, seine Reaktion schrie nicht gerade beeindruckt. Als er weiterhin stumm blieb und den Bildschirm anstarrte, folgte ich schließlich seinem Blick, um sicherzustellen, dass ich in meinen Zitierungen keinen Fehler gemacht hatte. Nope, alles war perfekt. Was hältst du davon? fragte ich mit munterer und optimistischer Stimme. Er drehte endlich seinen Kopf in meine Richtung, während ich auf die erwartete Reaktion und den Applaus wartete. Stattdessen runzelte er die Stirn und hob dann die Hand. Ich neigte den Kopf. Officer Hill? Darf ich jetzt Fragen stellen? Klang er genervt oder lag das nur an mir? Ja, bitte. Wir begrüßen Fragen, erwiderte ich und realisierte, dass ich den Plural verwendet hatte, obwohl nur ich dastand. Er bewegte seinen Kopf langsam vor und zurück, als hätte er so viele Fragen, dass er überlegen musste, welche er zuerst stellen sollte. Das schien irgendwie überraschend zu sein. Ich dachte, er hätte danach direkt das Geld für die Hunde überreicht. Hm. Aber professionelle Fragen zeigten, dass er meiner Präsentation angemessene Überlegung seines analytischen Verstands zeute. Was genau trägst du da? fragte er schließlich. Hm, ich blickte an meinem Anzug hinab. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher wegen der Marke. Er lachte. Seit wann trägst du solche Anzüge? Oder die Farbe schwarz? Ich versuche, professionell zu sein. Ich zuckte die Achseln und sah mir mein langweiliges Outfit an. Ich wollte nicht von der Präsentation ablenken und mich stattdessen einfach in den Hintergrund einfügen, weißt du? Er stand auf und ich sah ihn fragend an, als er näher kam. Aber Gerlapo, sagte er, seine Stimme tief und sexy, was den Abstand zwischen uns noch kleiner wirken ließ. Es wäre unmöglich für dich, dich in irgendeinen Hintergrund einzufügen. Und ich werde jede Sekunde von dir abgelenkt. Ich, äh, mein Bauch schlug ein Rad, während ich in seine Augen sah, die im Licht des Projektors wie ein sonnenbeschienener See zu glänzen schienen. Noch weitere Fragen? Seit wann sagst du Worte wie Analytik und Kostennutzenanalyse und Bevölkerungsdichte? Meine Schultern sackten zusammen und ich sah weg, aus Angst davor, wie rot meine Wangen werden würden, wenn ich in seine Augen sah. Also starrte ich meine Zehen an und zuckte die Achseln. Hey, das lief nicht so gut. Ich wollte schlau klingen, antwortete ich, da ich entschieden hatte, ehrlich zu sein. Was meinst du damit, schlau klingen? Du bist schlau, er griff nach meiner Hand und legte seine Finger um meine. Ein Kribbeln fuhr mir über die Haut. Naja, ich hatte definitiv nicht diese Reaktion auf meine Präsentation erwartet. Hielt mein Roboter wirklich meine Hand? Seine Hand fühlte sich allerdings eindeutig menschlich an. Warm. Weich. Stark. Ich konnte nicht behaupten, dass ich es hasste. Er das absolute Gegenteil. Er war wohl doch kein Roboter. Du bist auch süß, hartnäckig und fürsorglich. Ich habe keine Präsentation gebraucht, um diese Dinge über dich zu erfahren. Ich sehe es in jedem Lächeln, jedem Blick, jedem Lachen, fuhr er fort. Das tust du, fragte ich, als er meine Hand drückte, was gut war, denn ich ging in der Annahme, dass mein Körper taub geworden war. Meine Augen wurden groß, als er sich nah zu mir lehnte. Bist du bereit für meine finale Frage, fragte er, wobei sein Atem warm auf meine Wange traf. Nein. Ja. Weißt du, dass ich nicht aufgehört habe, an dich zu denken, seit wir die Scheune verlassen haben, fragte er und sein Mund verzog sich zu einem freundlichen Lächeln. Mein Herz schmolz. Wirklich? Er nickte. Wirklich. Ich fing plötzlich an zu schwanken und Körper stabilisierte mich mit seinen starken Händen an meinen Ellbogen. Wirst du bereits für mich schwach, fragte er, eindeutig scherzhaft, aber es lag auch Sorge in seiner Stimme. Nein, ich meine, ja, ich meine, mein Gesicht wurde warm und ich zwirbelte eine meiner Haarsträhnen. Ich meine, ich bin die ganze Nacht aufgeblieben, um an dieser Präsentation zu arbeiten, und ich bin ein wenig ausgelockt. Lass mich dich nach Hause fahren, er holte Schlüssel aus seiner Tasche hervor, als wäre die Sache bereits entschieden. Nein, ich möchte dich nicht noch länger belästigen, wenn ich dich bereits so lange von deinem Job abgehalten habe. Ich fahre selbst nach Hause, ich machte Anstalten, an ihm vorbeizugehen, um meine Handtasche zu greifen, in der ein immer noch schlafender Benähne lag, der mit seiner schiefsitzenden Krawatte einfach niedlich aussah. Zwischen Koopas Augenbrauen bildete sich eine Falte. Wenn du dich hinter das Steuer setzt, werde ich dazu gezwungen sein, dir einen weiteren Strafzettel zu geben. Ich wirbelte umher, was sich als schlechte Idee herausstellte, da mir das Blut in den Kopf schoss. Wie bitte, sagte ich. Unter Schlafmangel zu fahren kann so gefährlich sein wie das Fahren unter Alkoholeinfluss, erwiderte er, die Finger in die Taschen gesteckt, während er auf den Fersen wippte. Du bist beeinträchtigt und dadurch eine Gefahr für alle um dich herum. Ich kniff die Augen zusammen. Drohst du mir mit einem weiteren Strafzettel? Ja. Nur, damit du mich nach Hause fahren kannst? Er grinste. Ja. Ist das nicht Machtmissbrauch, Mr. Streng nach Vorschrift? Er zuckte die Achseln. Mein Auto steht draußen. Mich durchfuhr ein kleiner Schauer. Dann machen wir wohl eine Fahrt, schätze ich. Verwirrt und desorientiert wachte ich in meinem Bett auf und musste auf meinen Wecker sehen, um festzustellen, dass es nach 17 Uhr war. Der Geruch von Essen drang in mein Zimmer, also stolperte ich den Flur entlang. Um herauszufinden, was meine Freundin Hannah kochte. Sie drehte sich zu mir um, als ich die Küche betrat. Hey, Schlafmütze, sagte sie. Ich, wo ist Cooper? Officer McCarty, fragte sie, wobei sie lautstark pfiff. Er hat dich heute Morgen abgeladen, und zwar wortwörtlich abgeladen. Ich runzelte die Stirn. Was? Sie lachte. Ja, ich war hier und habe von zu Hause aus gearbeitet und ein Klopfen an der Tür gehört. Und da warst du, völlig K.O. in den Armen des heißesten Korps, den ich je gesehen habe. Was? Wiederholte ich, unfähig dazu, mich an auch nur das kleinste Bisschen davon zu erinnern. Hmhm, sie nickte und probierte die Soße, die sie kochte, indem sie den Holzlöffel zu ihrem Mund hob. Er sagte, du wärst Sekunden, nachdem du in sein Auto gestiegen bist, eingeschlafen. Er wollte dich nicht aufwecken und hat etwas davon gesagt, dass du die ganze Nacht wachgeblieben wärst. Ist das wahr? Wie auch immer, ich habe ihm die Richtung zu deinem Zimmer gewiesen und er hat dich reingetragen. Ich bedeckte vor Peinlichkeit mein Gesicht. Oh nein. Oh ja. Er hat sogar Benäne neben dir zugedeckt und ist dann gegangen, nachdem er dir einen Kuss auf die Wange gegeben hat. Du hast keine Ahnung, wie neidisch ich gerade bin. Ich berührte meine Wange und stellte mir Koopas Lippen auf meiner Haut vor. Mein erster Kuss mit ihm und ich hatte geschlafen wie ein Stein. Typisch. Einfach typisch. Sie spähte über ihre Schulter, während sie die kochenden Nudeln umrührte. Als er gegangen ist, hat er gesagt, dass er dir später schreiben würde. Hat er das? Fragte ich und sprintete zurück in mein Zimmer. Benäne leckte meine Hand, als ich in meiner Handtasche nach meinem Handy suchte. Ich holte es heraus und öffnete Koopas Nachricht, sehr umfassende Präsentation, MS, Apple. Du hast mir viel zum Nachdenken gegeben. PS, ich habe dir das Leben gerettet, indem ich dich nicht hinter das Steuer gelassen habe. PPS, Benärner denkt, er ist jetzt ein Polizeihund. Ich hoffe, das ist okay. Alles war jetzt sowas von okay. Er musste nach heute das Geld an Reagans Hunderettung spenden. Er musste einfach. Kapitel 5 Am nächsten Tag kamen um die Abendessenszeit herum ein paar meiner Freunde in der Tierhandlung vorbei, die ich leitete, sodass wir uns alle Neuigkeiten erzählen konnten. Das war ein Ritual, das wir oft vollführten, manchmal mit Kaffee, manchmal mit Drinks und dieses Mal mit chinesischem Essen von Wok & Brohl, da ich meine einstündige Mittagspause ausgelassen hatte. Lecker! Wir hatten die letzten 30 Minuten mit einer Diskussion über Hannas neuestes Arbeitsdilemma verbracht. Sie hatte ihre Chefin schon immer gemocht, aber diese Woche hatte sie ihre Arbeitsaufgaben drastisch erhöht, einschließlich der Anordnung, bei einer anstehenden Konferenz eine Rede zu halten. Eine sehr öffentliche Rede. Zu sagen, dass Hanna nicht begeistert war, wäre gelindeausgedrückt. Wichtige Frage für dich, Hanna, ich hob meine Essstäbchen von meiner leeren Schüssel, in der Hähnchenschau mein gewesen war, und streckte sie in die Luft. Wäre es dir lieber, dass dir ein Hund Erdnussbutter von deinen Zehen leckt, während du stillhalten musst, oder eine dreiminütige öffentliche Rede zu halten? Hör auf, dir diese verrückten Szenarien einfallen zu lassen, sagte sie und brach in Gekicher aus. Sie hielt sich während ihres unaufhaltsamen Lachanfalls die Seiten und unsere Freundin Christa wischte sich eine Träne weg, während sie mühsam einen zittrigen Atemzug nahm. Du machst den Bewohnern mit diesem Lachen Angst, sagte ich, unsicher darüber, was lauter war, meine beiden Freundinnen oder die kreischenden Sittiche. Die Rufe der Vögel heilten in den unverputzten Mauern wieder, bis hoch zu der hohen, kunstvoll gestalteten Decke, und Hannas und Christas Gelächter folgte. Ich nahm eines der Hundekauspielzeuge, die ich auf Lager hatte, und warf es auf Hanna. Der flauschige Ball prallte mit einem zufriedenstellenden Quietschen von ihrer Schulter ab, was Hanna nur dazu veranlasste, noch stärker zu lachen. Schließlich stöhnte sie. Aber ernsthaft, meine Chefin macht mich wahnsinnig. Ich würde wetten, dass Jennifer mir die Rede nur zugewiesen hat, weil sie sie nicht selbst halten will. Es ist Teil ihres Jobs. Also warum bin ich diejenige, die es tun muss? A, die Frage des Tages, ich tätschelte ihren Arm, bevor ich losging, um mich um eine Kundin an der Kasse zu kümmern. Die Frau kaufte frische Einstreu für den Hamster ihres Kindes und wir plauderten kurz, während sie bezahlte. Nachdem sie gegangen war, kehrte ich zurück, um zu sehen, wie Hanna Einstein fütterte, die ansässige Schildkröte der Tierhandlung. Sie hielt ein Stück Salat und murmelte ihm etwas über ihre Angst vor Publikum reden zu müssen zu. Sie seufzte theatralisch, während Christa ein weißes Kaninchen aus seinem Käfig holte. Ich meine, komm schon, protestiere Hanna. Ich würde lieber den ganzen Tag Dokumente einordnen und mich bei jedem Einzelnen davon am Papier schneiden, als diese Rede zu halten. Wir machten weiter und weiter, jede von uns versuchte sich etwas Abscheuliches einfallen zu lassen, das wir lieber tun würden, als eine Rede zu halten. Hanna hatte einen Kurs zum Reden vor Publikum belegt, als wir alle zusammen auf der UC Davis gewesen waren. Ihr Gesicht vor jeder Unterrichtsstunde hatte zu der grünen Couch aus den 70er Jahren gepasst, die Christas Großmutter uns netterweise für unsere Wohnung geschenkt hatte, egal, wie oft wir darauf bestanden, dass wir sie nicht wollten. Dieser Kurs war eine harte Zeit für Hanna gewesen. Ich hatte noch nie jemanden gesehen, der über eine 4 plus glücklicher gewesen war. 4 steht für ausreichend gelernt, hatte sie nach ihrer letzten Unterrichtsstunde verkündet, während sie stolz mit ihrer Abschlussarbeit wedelte, die mit einer 3 minus bewertet worden war. Auf nimmerwiedersehen, Reden halten in der Öffentlichkeit. Reisende soll man nicht aufhalten. Sie hatte sich eindeutig zu früh gefreut. In Ordnung, ich habe was Gutes, Christa kraulte das weiße Kaninchen hinter dem Ohr. Ist es schlimmer, eine 5-minütige Rede vor völlig Fremden zu halten, oder mit deiner ganzen Familie in einem Mini-Cooper auf einem 5-tägigen Roadtrip festzustecken? Hanna runzelte die Stirn. Du weißt, dass ich 4 Brüder habe, oder? Christa grinste. Genau. Hanna tippte sich ans Kinn und grübelte über den neuesten Hut im Ring nach. Einstein kroch nach vorne, um an dem Salat zu knabbern, den sie aufgrund ihrer völligen Ablenkung weiter von ihm weghielt. Roadtrip, antwortete Hanna letztendlich, wobei sie unwissendlich den Salat erneut außerhalb von Einsteins Reichweite beförderte. Er eilte so schnell er konnte hinterher, um an sein Essen heranzukommen, was vielleicht etwas schneller als eine Schnecke war. Nur vielleicht. Ich könnte Harry und Joe auf das Dach binden, Peter neben dem Auto herrennen lassen und ich bin sicher, dass ich Greg in den Kofferraum zwängen könnte. Dann hätte ich Platz, um euch beide auch mitzunehmen. Christa lachte. Du kannst nicht einfach. Die Glocke über der Tür der Tierhandlung klingelte und kündigte einen neuen Kunden an. Ich sah auf, um Cooper zu entdecken, der in seiner, oh so attraktiven, Polizeiuniform professionell aussah. Wusstest du, dass er kommt? flüsterte Hanna und spähte zu mir. Christa lehnte sich nach vorne. Ebigeel kennt diesen Kerl? Was habe ich verpasst? Sag es mir schon. Das ist ihr heißer Kopf, von dem ich dir erzählt habe, erwiderte sie. Er ist nicht mein heißer Kopf, korrigierte ich, mit dem Gedanken geschlagen, dass die Tatsache bedauernswert war. Er ist der starre, schwarz-weiße, regelbefolgende, nicht für die Hunderettung stimmen wollende Kopf. Christa brummte. Das ist er? Er ist verdammt high. Ich stieß ihr mit dem Ellbogen in die Seite, gerade als Cooper zu mir kam. Cooper, high, sagte ich, stand auf und führte ihn von Christa und Hanna weg, bevor sie irgendetwas sagen konnten, um mich zu blamieren. Würde ich meinen Freundinnen mein Leben anvertrauen? Ja. Vertraute ich ihnen, dass sie Cooper keine neugierigen Fragen stellen würden? Überhaupt nicht. Meine Augenbrauen zogen sich zusammen. Ey, was tust du hier? Er lachte. Auch schön, dich zu sehen. Ich streckte die Hand aus und berührte seinen Ellbogen. So habe ich es nicht gemeint, ich. Moment, ich berührte seinen Ellbogen. Warum berührte ich ihn und hatte das Gefühl, dass es völlig natürlich war? Ich konnte Christa und Hanna hören, wie sie hinter uns flüsterten, und mein Gesicht wurde warm, als ich, widerwillig, meine Hand von seinem Arm löste. Ich habe nur gemeint, dass ich nicht erwartet habe, dich hier zu sehen, erklärte ich recht dürftig und starrte meine Zehen an. Hi Cooper, rief Hanna, während Einstein mürrisch dem sich ständig bewegenden Salatblatt hinterherlief. Ich warf ihr einen Blamier-mich-nicht-Blick und dann einen Bitte-Blamier-mich-nicht-Blick zu, nur um alles abzudecken. Sieht Abigail heute nicht hübsch aus? fragte Hanna Cooper, wobei sie sowohl meine böse durch den Blick vermittelte Drohung und meinen Hundeblick ignorierte. Lass uns hier drüben reden, schlug ich vor und führte Cooper weiter weg, bevor ich an den Aquarien auf der anderen Seite des Ladens anhielt. Über seine hohe Schulter hinweg konnte ich gerade einen Blick auf Hanna und Christa erhaschen, wie sie miteinander flüsterten. Ich versuchte, sie so gut ich konnte zu ignorieren. Meine Wangen mussten nicht noch roter werden. Ich war sicher, dass sie kurz davor waren, die Farbe der Lichter auf Coopers Polizeiauto anzunehmen. Was ist los? fragte ich. Mein Versuch, cool zu klingen, schlug mehr als fehl, als meine Stimme brach. Cooper ignorierte es gnädig und lächelte zu mir hinab. Was hältst du von einem weiteren Date? fragte er. Ich habe gestern keine Chance bekommen, dich zu fragen, da du in meinem Auto eingeschlafen bist. Äh, ja, das tut mir leid, ich kratzte mich im Nacken. Ich war irgendwie lange auf, um meine Präsentation fertigzustellen und habe nicht wirklich viel, naja, gar keinen Schlaf bekommen. Diesen Sabber bekomme ich nie wieder aus meinem Hemd. Was? Ich habe dich Anges abbehrt? fragte ich, wobei ich mir die geistige Notiz machte, Hanna und Christa zu fragen, ob eine Rede vor Publikum halten zu müssen schlimmer war, als auf den Arm des süßen Kerls zu sabbern, der einen nach Hause fährt. Ich würde mich in diesem Szenario sowas von für die Rede entscheiden. Cooper, es tut mir so leid. Wenn du mir das Hemd gibst, kann ich es mit Bleiche versuchen. Ich bemerkte ein Zucken um Kuopas Mundwinkel herum und hielt inne. Warte mal, ich rollte mit den Augen. Du veräppelst mich. Er nickte. Das tue ich tatsächlich. Erleichterung überkam mich und ich entschied, dass diese lustige Seite von ihm gar nicht so schlecht war. Ich konnte mich sogar dazu bringen, sie ein kleines, winziges bisschen zu mögen, wenn sie nicht meinen Sabber involvierte. Also, sagte er und klatschte in die Hände. Date? Hinter Kuopas Rücken ließen Hanna und Christa sich auf übertriebene Weise auf den weichen Stapel Hundebetten fallen und ich versuchte, nicht laut aufzulachen. Klar, erwiderte ich und reagierte mit einem, wie ich hoffte, lässigen Achselzucken. Ein weiteres Date wäre schön. An wann hast du gedacht? Seine Mundwinkel gingen in die Höhe. Jetzt. Welches Witzeprogramm auch immer sie auf deiner Hauptplatine hochgeladen haben, es läuft gut. Hut ab vor dem Entwickler, sagte ich zu meinem lustigen Robocop, bevor ich zurück zur Kasse ging. Ich fand meinen Kalender unter dem Tresen und blätterte durch. Ich habe Freitag Zeit. Geht das? Ich will nicht bis Freitag warten, um noch mehr Zeit mit dir zu verbringen, gab er zurück, stützte die Ellbogen auf dem Tresen ab und lehnte sich darüber, sodass seine Lippen gefährlich nah an meinem Ohr waren. Und ich habe keinen Witz gemacht, Abigail. Ich lehnte mich zurück und warf ihm einen abwägenden Blick zu. Ein spontanes Date? War das der gleiche Folge den Regelnmann, der mir vor ein paar Tagen einen Strafzettel verpasst hatte? Du willst jetzt auf ein Date gehen, fragte ich und suchte in seinem Blick nach irgendeinem Anzeichen auf einen Witz. Seine Augen wurden dunkel. Vorzugsweise in dieser Sekunde. Mein Bauch schlug einen kleinen Salto. Ich kann nicht. Cooper sah überrascht aus. Du kannst nicht? Ich arbeite, Cooper. Und deiner Uniform nach zu urteilen, tust du das auch? Meine Schicht ist eben zu Ende gegangen. Meine nicht, ich ging von ihm weg, damit ich nicht damit herausplatzte, dass ich mit ihm gehen würde, da ich dieses Date sowas von wollte. Aber, hallo? Ein Roboter war nicht die richtige Person für mich, besonders nicht einer, der sich weigerte, für Regans Rescue at the Barn zu stimmen, das mir so sehr am Herzen lag. Ich beschäftigte mich damit, durch ein Magazin mit neuen Produkten für Hunde zu blättern. Coopers Schritte halten wieder, als er mir folgte. Er nahm das Magazin zwischen zwei Finger und drehte es. Es ist vielleicht leichter zu lesen, wenn es richtig herumliegt. Danke, murmelte ich mit heißen Wangen. Was war los mit mir? Der Kerl brachte mein Gehirn durcheinander. Darf ich fragen, zu welcher Uhrzeit du frei wärst, um mit mir auf ein Date zu gehen, hackte er nach und senkte den Kopf, sodass ich nicht länger seinem Blick ausweichen konnte. Ja, da ist die Uhr, sagte ich und zeigte triumphierend darauf. Ich bin nicht vor sieben Uhr fertig und würde niemals erwarten, dass du wartest. Entschuldige, ich kann nicht gehen, weil es noch nicht sieben ist und ich nicht vor sieben Feierabend habe, klapperte ich, wobei ich mich innerlich dafür schallt, nicht cool geblieben zu sein. Also, ja, ich kann nicht. Ich springe für dich ein, brüllte Christa vom anderen Ende des Ganges. Ich warf ihr einen Blick zu und sie zwinkerte. Ich hatte es nie bereut, meine Freundin hier einzustellen. Bis jetzt. Nein, ich muss zumachen und abschließen. Sie grinste. Ich kann den Laden zumachen, kein Problem. Du bist heute nicht im Dienst, warf ich kopfschüttelnd ein. Das ist meine Schicht und ich soll bis sieben hier sein und, naja, ich kann einfach nicht. Entschuldige. Weil nicht sieben ist, schloss ich und zeigte auf die Wanduhr hinter mir, die Zeiger in Form von Pfotenabdrücken hatte. Cooper sah auf die Uhr und richtete sich auf. Es ist sechs Uhr dreiundfünfzig. Nicht sieben, erwiderte ich und verzog angesichts des Sieben-Minuten-Lochs in meinem Argument das Gesicht. Also lass mich das klarstellen, sagte er langsam. Du kannst nicht mit mir auf ein Day gehen, weil du eine Regel befolgst? Der Anflug eines Lächelns umspielte seine Lippen, obwohl ich sehen konnte, wie sehr er versuchte, es zurückzuhalten. Ich biss mir auf die Lippe und spielte mit dem Saum meines Shirts. Seine Augen wurden schmal. Du, Abigail Apple, befolgst eine Regel? Ich zog eine Schulter hoch. Ey, ja? Süße, wir brauchen eine Unterredung, sagte Hannah, die sich hinter mich stellte. Sie hakte ihren Arm in meinen ein, zog zu Cooper Gewand die Nase kraus und hob einen Finger. Dann drehte sie mich zu einer Kehrtwende herum und zerrte mich weg. Sie ist gleich wieder da. Sie zog mich in mein Büro im hinteren Teil des Geschäfts und Christa folgte uns hinein, dann schloss sie die Tür hinter sich. Hannah verschränkte die Arme. Was denkst du, was du da tust? Was? Ich bin bei der Arbeit. Ich bin schon oft für dich eingesprungen, argumentierte Christa und reute mit den Augen. Ich habe sogar für dich zugemacht, als du früher gegangen bist, weil Shapley Shoes im Gold Rush Center diesen zwei zum Preis von einem Verkauf hatte. Hannah nickte. Müssen wir noch ausführlicher werden? Ich stehe nicht wirklich auf ihn, sagte ich und warf die Hände in die Luft. Ich meine, er und ich haben während unseres ersten Dates diskutiert und es war fürchterlich. Ich bin nur mit ihm auf ein zweites Date gegangen, weil er Vorsitz des Ausschusses ist, der eine beträchtliche Spende an eine örtliche Wohltätigkeitsorganisation vergibt und ich möchte, dass er für Regans Rescue at the Barn stimmt, sodass sie nicht zumachen muss. Hanna und Christa drehten sich zueinander um und brachen dann in Gelächter aus. Okay, nicht die Reaktion, die ich erwartet hatte. Ich verschränkte die Arme. Was ist so lustig? Christa wischte sich eine Träne von der Wange. Abigail, Liebes, es ist so offensichtlich, dass du ihn magst, also, wirklich, wirklich magst, erklärte sie, während sie weiterhin so lachte, dass sie Schluckauf bekam. Aber du willst diese kleine Tatsache offensichtlich nicht wahrhaben. Überhaupt nicht, protestierte ich. Ja, du bist völlig verrückt nach ihm, fügte Hanna hinzu. Du hättest dein Gesicht sehen sollen, als er in den Laden kam. Deine Augen sind größer geworden als letzte Woche, als du beim Mittagessen diese Katze im Tütü gesehen hast. Christa nahm einen tiefen Atemzug und nickte. Als ihr zwei geredet habt, sind deine Wangen rot geworden und du hast die ganze Zeit deine Schuhe angestarrt. Du wirst nur so nervös, wenn du jemanden wirklich magst. Hanna streckte die Hand aus und drückte meinen Ellbogen. Du hast außerdem im Schlaf seinen Namen gesagt, nachdem er dich nach Hause gebracht hat. Mehrmals. Meine Augen wurden groß. Was? Hanna lachte. Okay, den letzten Teil habe ich nur aus Spaß gesagt. Nur ein Witz, sagte sie und unterdrückte ein weiteres Kichern. Aber ernsthaft, hör auf, so lahm zu sein. Du magst ihn. Wir alle wissen es, also kannst du es genauso gut auch dir selbst gegenüber zugeben. Jetzt hat Christa die Dinge hier unter Kontrolle. Verzieh dich. Ich stemmte die Hände in die Hüften. Ihr zwingt mich zu gehen? Sie es als freundlichen Stups, sie scheuchte mich durch die Bürotür und zurück in den Laden, selbst als ich versuchte zu protestieren. Abigail ist jetzt soweit, verkündete Hanna und schob mich in Richtung des Tresens, während ich versuchte, mich um sie herumzuschleichen, um zurück in mein Büro zu gehen. Oder, Süße? Ich wollte mir gerade eine weitere Ausrede einfallen lassen, warum ich nicht auf ein Date mit Cooper gehen konnte, als ich ihn ansah und feststellte, dass all meine Worte verschwunden waren. Ein Blick in seine Augen und ich realisierte, dass meine Freundinnen recht hatten, ich mochte ihn wirklich. Vier Worte, von denen ich vor einer Woche nie gedacht hätte, dass ich sie denken würde, als er mich anhielt. Oder als er sich weigerte, mir nur eine Verwarnung zu geben und mir stattdessen den Strafzettel ausstellte. Oder als er sagte, er mochte Dokumentationen. Oder als er zugab, dass er das Toilettenpapier von oben abrollte anstatt von unten. Oder, das Schlimmste von allen, als er sagte, dass er für das Obdachlosenasyl stimmen würde und nicht für Regans Rescue at the Barn. Aber ich mochte ihn. Ich mochte Officer Hill. Ich mochte Robocop. Und ich wollte mit ihm auf ein weiteres Date gehen. Ein richtiges Date. Sofort, in genau dieser Sekunde, wenn nicht noch früher, was mir riesige Angst machte. Okay, ich bin bereit, sagte ich und trat auf Cooper zu, obwohl ich in keinster Weise für diese Gefühle bereit war, die ich nicht länger leugnen konnte. Kapitel 6 Na ja, meine Träume eines romantischen, malerischen Dates, das wie in einer romantischen Komödie ablief, starben einen schnellen Tod, als Cooper sein Auto vor einem mit Unkraut bewachsenen und zur Hälfte mit Müll bedeckten Maschendrahtzaun parkte. Wenn ich die Augen zusammenkniff, dann sah die im Wind flatternde blaue Plastiktüte irgendwie aus wie Wellen, mit viel gutem Willen. Vorgetäuschte Wellen konnten romantisch sein, oder? Ein rostiges Schloss funkelte mich von seinem Platz an einer dicken Kette an, die fünfmal um die Pfosten gewickelt war, um das Tor zusammenzuhalten, wodurch eine Schotterpiste abgesperrt wurde, die zu einem alten Wasserturm führte. Ein Betreten verboten, Schild an dem Tor durch Jahre in der Sonne verblasst hing so schief, dass ich erwartete, dass jeder Windstoß es auf den staubigen Boden werfen würde. Das Einzige, was fehlte, war der unheimliche Ruf eines Geiers in diesem verlassenen Teil der Stadt. Und vielleicht der ein oder andere Steppenläufer. Selbst Benäne zog angesichts des trostlosen Ausblicks vor uns am Fenster den Kopf ein. Bitte sag mir, dass wir uns verfahren haben, meine verzweifelte Stimme wurde eher zu einem Quietschen. Dass wir eigentlich auf dem Weg zu einem intimen Abendessen sind und du dich verfahren hast. Das ist in Wirklichkeit passiert. Oder? Er schüttelte den Kopf. Nope. Vielleicht bist du auf dem Weg zu einem Lama-Streichel zu falsch abgebogen und hast dich verirrt, ich fuhr mein Fenster herunter und sah mich hoffnungsvoll um. Bestimmt ist hier irgendwo eine Lama-Farm in der Nähe. Oder du hast die falsche Adresse für einen Helikopterflug über Sacramento eingegeben und das ist der Grund, warum wir auf einem leeren Parkplatz mit einem Tor vor einem alten Wasserturm sitzen. Wieder falsch, er lächelte zu mir herüber und tätschelte mir die Schulter. Ich kann mein Navigationsgeräte einschalten, bot ich an, da ich mich immer noch an das winzige bisschen Hoffnung klammerte. Entspann dich, Ebigil, er lachte und schaltete den Motor aus, stieg aus dem Wagen und kam zur Beifahrerseite. Benähne, wenn wir heute sterben, ich zog ihn nah an mich und fühlte mich zum Teil für diese missliche Lage verantwortlich, da ich diejenige war, die Gefühle für Cooper hatte und nicht Benähne. Dann sollst du wissen, dass du die Liebe meines Lebens warst, kleiner Freund. Cooper stand vor meiner Tür. Und Benähne, ich habe noch niemanden gesehen, der eine Krawatte besser trägt als du, fügte ich schnell hinzu und gab ihm einen Kuss auf den Kopf, in der Hoffnung, dass dies nicht das letzte Kompliment war, das ich meinem Baby machen würde. Cooper öffnete meine Tür und bot mir seine Hand an, aber ich zögerte. Ich verspreche dir, dass es die Sache wert sein wird, sagte er. Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband. Ich blickte mit zusammengekniffenen Augen am Tor vorbei auf die Schotterpiste. Schatten der hohen, wilden Gräser erstreckten sich über den Weg, während die Sonne sich immer mehr dem Horizont näherte. Ist da hinten eine Bibliothek? fragte ich in einem kurzen Moment der Hoffnung. Mit einem kleinen Lesebereich umgeben von Bäumen und Büschen und voller Lichterketten, wie eine Art Geheimagarten, in dem du mir Gedichte vorlesen wirst und ich Erdbeeren essen und Champagner trinken werde. Er starrte in die Richtung, in die ich sah, dann trommelte er mit den Fingern auf das Autodach. Ich hätte sagen sollen, beurteile einen Wasserturm nicht nach seinem rostigen Tetanusschloss, korrigierte er und reichte mir erneut seine Hand. Vertrau mir einfach. Ich nahm seine Hand an und setzte Benähne in meine Handtasche. Würde schon schiefgehen. Woher hast du die Schlüssel für diesen eindeutig verlassenen Ort, wollte ich wissen, als wir gemeinsam auf das Tor zugingen. Ich spähte zu Cooper, der nicht antwortete. Vielleicht hatte er mich nicht gehört. Hallo, ich wedelte mit einer Hand vor seinem Gesicht. Kennst du den Besitzer dieses Stück Landes oder sowas? Bist du so zu den Schlüsseln für dieses Tor gekommen? Das einzige Geräusch, das ich als Antwort bekam, war das Knirschen unserer Schuhe auf dem Kies. Schließlich lächelte er mich verlegen an. Ich habe die Schlüssel nicht. Es dauerte ein Moment, bis ich seine Worte verarbeiten konnte. Warte, was? Wie kommen wir dann? Er grinste. Ich griff seinen Arm und hielt ihn fest, wobei ich ihn mit größeren Augen anstarrte, als ich es in meinem ganzen Leben getan hatte. Cooper, sagte ich in ungläubigem Tonfall. Willst du mir etwa sagen, dass du, ich hielt inne und hob beide Arme für den dramatischen Effekt, das Gesetz brechen wirst? Ermutigst du mich dazu, ebenfalls das Gesetz zu brechen? So würde ich es nicht sagen, erwiderte er und drehte sich um, um am Maschendrahtzaun entlang und am Tor mit dem rostigen Schloss vorbeizugehen. Ich folgte ihm mit Benäne und fragte mich, ob ich mich zwitten sollte, nur um sicherzugehen, dass dies kein Traum war. Als Gesetztesttreue, pflichtbewusste Bürgerin werde ich sie melden müssen, Officer, rief ich ihm hinterher, während ich vor Freude an den Gedanken kreischen wollte, wie jemand ihm einen Strafzettel ausstellte. Vielleicht hatte Cooper einen Zwillingsbruder. Das war die einzig vernünftige Erklärung. Cooper musste irgendwo gefesselt sein, und das musste Tucker oder Sawyer oder Peter Hill sein. Er war der Bart Beutzwilling. Eine Jedermann-Festnahme, trällerte ich, während ich durch das Unkraut stapfte und den Anfang dieses Dates durch- und durchgenoss. Ich werde eine Jedermann-Festnahme mit Ihnen durchführen, Officer. Bitte leisten Sie keinen Widerstand. Ich bin sehr stark und sehr schnell. Er schüttelte den Kopf und lachte, als er anhielt, um auf mich zu warten. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich mir für meine Jedermann-Festnahme ihrer Handschellen ausleihe, fragte ich höflich. Sind sie in ihrer Größe? Einheitsgröße? Du bist unmöglich, sagte er, hob eine kaputte Stelle des Maschendrahtzaunes an und bedeutete mir, darunter durchzugehen. Ich zuckte die Achseln. Es ist nicht so, als hätte ich meine eigenen Handschellen. Ich bin immerhin Geschäftsführerin einer Tierhandlung. Eine, die sich, wenn gezwungen, vor Ende ihres Arbeitstages wegschleicht. Was für eine Rebellin, sagte er, als ich mich durch das Loch im Zaun zwängte und mich dann umdrehte, um auf ihn zu warten. Ich warne Sie, Officer. Wenn Sie weglaufen, hetze ich Benähne auf Sie, fuhr ich fort, wobei ich nicht aufhören konnte, von einem Ohr zum anderen zu grinsen. Er ist ein gefährlicher Kampfhund, trotz des äußeren Scheins. Das werde ich im Kopf behalten, sagte er und ließ den Zaun wieder zurückfallen, nachdem er durchgekrochen war. Dann kraulte er Benähne hinter dem Ohr. Benähne leckte ihm sofort mit fröhlich wedelndem Schwanz den kleinen Finger ab. Ja, gefährlich ist definitiv das Wort, das ich verwenden würde, um Benähne zu beschreiben. Ich lächelte und Cooper grinste zurück. Er legte seinen Arm um meine Schulter und führte mich zum Wasserturm. Mit seinem starken Arm um mich herum sah der Wasserturm plötzlich nicht mehr so verlassen und heruntergekommen aus. In seinen Armen zu sein, ließ den Turm wunderschön aussehen, wie er im Licht der Nachmittagssonne dastand. Plötzlich konnte ich Vögel zwitschern hören und den Geruch von Wildblumen in der sanften, leichten Brise wahrnehmen. Die alte Farbe auf dem Wasserturm schien mit Koopas Arm um mich herum irgendwie zu schimmern und der Rost sah nicht länger langweilig aus. Okay, ich mochte Cooper eindeutig. Sehr. Ich nehme Benähne, sagte er, als wir die Leiter am Fuße des Turmes erreichten. Ich starrte den langen Aufstieg hinauf. Wir gehen da hoch? Das ist die Idee. Ich gaffte ihn an. Bist du sicher, dass du stattdessen nicht lieber Pizza essen willst? Oder Polizeicode-Bücher lesen oder sowas? Er zog verschmitzt eine Augenbraue hoch. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass du im Moment mit deinem Kopf denkst. Logik muss im Moment definitiv sein. Ich blickte wieder hinauf, wie hoch der Rand des Wasserturms auf der Leiter saß. Vielleicht herrscht die Logik über mein Gehirn, da ich bei unserem dritten Date nicht runterfallen und mir den Kopf aufschlagen will. Er lachte. Du schaffst das schon. Am Ende brauchte es nur ein paar mädchenhafte Aufschreie und ein paar Ausbrüche von Ich werde sterben, bevor ich sicher den Gipfel, äh das Ende der Leiter, erreichte. Da ich mich auf der Plattform sicher fühlte und den Eindruck hatte, dass sie recht stabil war, wollte ich sie küssen, bevor ich realisierte, wie dreckig sie sein musste. Ich entschied mich dafür, die Augen zu schließen und mich mit einem zufriedenen Seufzen an den Wasserturm zu lehnen. Cooper kletterte nach mir hoch und krabbelte zu mir, bis er neben mir saß. Ich spürte seine Schulter an meiner und er legte seine Hand auf mein Bein. Mach die Augen auf. Ausgeschlossen, erwiderte ich mit einem vehementen Kopfschütteln. Das war ein entschiedenes Nein, Captain. Ein Danke, aber ein Nein-Danke. Ein Nicht-in-einer-Million-Jahre, ein Auf-keinen-Fall und ein Nur-über-meine-Leiche. Abigail, Cooper ließ seinen Daumen in kleinen, beruhigenden Kreisen über mein Bein fahren. Mach die Augen auf und sieh dir den Ausblick an. Ich machte ein Auge auf und musterte ihn durch den dünnen Schlitz. Er nickte zum Rand der Brüstung. Ich nahm einen tiefen Atemzug und stieß ihn zittrig wieder aus, dann öffnete ich beide Augen. Oh, wow! Immer war beinahe ein Flüstern. Ich drehte mich zu Cooper um und stellte fest, dass er genauso lächelte wie ich. Aber Cooper bewunderte nicht den Ausblick vom Wasserturm. Er sah mich an. Wir sahen einander in die Augen und ich vergaß selbst irgendwie den umwerfenden Ausblick, der nur eine Kopfdrehung entfernt war. Wie hast du diesen Ort gefunden? Er wandte sich ab und lehnte seinen Kopf wieder an den Wasserturm, während er über den Fluss blickte. Ich war seit Jahren nicht mehr hier, sagte er, wobei er mich aus dem Augenwinkel ansah. Aber als Kind bin ich immer hergekommen. Das Bild von Cooper als Kind brachte mich zum Lächeln. Wie viele Strafzettel hast du den Kindern aus der Nachbarschaft ausgestellt, weil sie auf ihren Dreirädern zu schnell unterwegs waren? Ich wette, du warst toll bei Simon, sagt. Cooper lachte, aber es lag eine Schwere darin, die ich nicht identifizieren konnte. Es war nicht sorglos und erreichte nicht seine Augen. Dann blickte er hinab. Ich glaube nicht, dass du mich als Kind erkannt hättest. Ich war ganz anders, als ich es jetzt bin. Meine Augenbrauen zogen sich zusammen. Inwiefern? Er öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen, dann zögerte er aber und lachte, wobei er den Kopf schüttelte. Was, hakte ich nach? Nichts. Sag es mir, ich stieß ihm spielerisch mit dem Ellbogen in die Seite, was Benene aus seinem Schläffchen auf Koopas Schoß riss. Komm schon, beharrte ich. Ich weiß, dass du etwas sagen wolltest, also spuck es einfach aus. Er starrte zur Spitze des Wasserturms hinauf. Damals war ich tatsächlich mehr wie du. Ich, ich deutete auf meine Brust, da ich es einfach nicht glauben konnte. Cooper war einmal wie ich. Ich weiß, fuhr er fort und sah zu, wie sich Benene im Kreis drehte, um einen weiteren bequemen Platz zu finden. Es ist schwer zu glauben, aber die Wahrheit. Ich habe das Leben voll ausgekostet. Ich war draufgängerisch und leichtsinnig. Hey. Und wild. Hey. Und verrückt. Ich bin nicht verrückt. Cooper sah mir direkt in die Augen und hob eine Augenbraue. Sollen wir deine Präsentation zurückholen, mit ihrem Titel, der den Umfang eines Romanes hat? Hm. Er brachte ein faires Argument vor. Gut, murmelte ich. Es ist nichts dabei, ein wenig verrückt zu sein. Wie gesagt, erzählte er weiter. Ich war auch verrückt. Aber ich bin jetzt, naja, ich bin jetzt anders. Erneut spürte ich dieses unsichtbare Gewicht, das seinen Kopf nach unten zu ziehen, seine Schultern zusammensacken zu lassen und einen Schatten über seine Seele zu legen schien. Er spielte mit einem losen Faden eines Knopfes an seinem, wie immer, perfekt gebügelten Hemd. Ich bezweifelte, dass er beim Verlassen seines Hauses gewusst hatte, dass dieser Faden da war, ansonsten hätte er ihn mit seiner winzigen Schere abgeschnitten, die wahrscheinlich mit Fadenschneideschere, beschriftet war, aus seiner Schublade mit dem Schriftzug verschiedene Scheren. Nur eine wilde Vermutung. »Ebigil«, sagte er nach einem Moment der Stille. »Ich weiß, dass wir einen etwas holprigen Start hatten und ich weiß, wie ich manchmal wirken kann. Gelegentlich kann ich als ein wenig steif herüberkommen,« sagte er, »während ich roboterhaft« sagte. Er lächelte. »Ja, vielleicht ein wenig roboterhaft.« Ein wenig, bekräftigte ich mit einem Lächeln. Ich hatte Angst zuzugeben, dass ich mittlerweile vielleicht alles an ihm mochte, einschließlich seiner Roboterseite. Jeder Teil von ihm war Cooper und ich schien ihm immer zugeneigter zu werden. Er beobachtete meine Reaktion, als er seine Hand näher zu meiner bewegte. Unsere Finger verschränkten sich ineinander und mir gefiel das Gefühl. Es gefiel mir sehr. »Ich habe dich hergebracht, da ich wollte, dass du siehst«, sagte er und hielt für einen Moment inne, indem ich merkte, wie er versuchte herauszufinden, wie er sagen konnte, was er ausdrücken wollte. »Da ich möchte, dass du mehr von mir siehst als nur die roboterhafte Seite.« Ich runzelte die Stirn, leicht verwirrt von dem, was er meinte. »Mehr von dir?« Er rutschte unbehaglich hin und her und drückte dann meine Hand. »Gib mir nur ein wenig Zeit, um es zu erklären, okay?« Nickend legte ich meinen Kopf auf seine Schulter und blickte wieder auf den malerischen Ausblick, der sich unter uns erstreckte. Sein Brustkorb hob sich, als er tief einatmete. Auf der Higgs-Schule hatte ich einen Freund, der wie ein Bruder für mich war, Harrison James. Das war unser Platz, dieser Wasserturm. Oh, ich drückte seine Hand, da ich ihn nicht unterbrechen wollte. Er bewegte sich erneut und war stumm, während ich versuchte, so geduldig zu warten, wie ich konnte. Ich verstand, dass es schwierig für ihn war, sich zu öffnen. Ich war nicht sicher, was er mir sagen wollte, aber ich war sicher, dass ich zuhören wollte. Schließlich, nach einem weiteren tiefen Atemzug, den ich durch das Heben und Senken meiner Wange spürte, fuhr er fort. »Du magst mir vielleicht nicht glauben, aber Harrison und ich haben immer Bier mit dir hochgebracht.« »Bier, das wir mit meinem falschen Ausweis gekauft hatten.« Cooper hatte recht. Ich glaubte ihm nicht. Überhaupt nicht. Wir haben uns reingeschlichen und sind hier hochgeklettert und haben getrunken und Musik gehört, manchmal bis die Sonne hinter uns aufging, sein Kopf bewegte sich und ich merkte, wie er zu mir hinablächelte. Oder bis irgendein Spaßbremsenpolizist kam und uns verscheucht hat. Ich lachte leise. »Sind die nicht die Schlimmsten?« Die Schlimmsten, stimmte er zu und rieb mit dem Daumen auf meinem Handrückenkreise. Ich dachte, dass ich ein Zittern in seinen Fingern spüren konnte. Jede Regel, die es da draußen gab, wollte ich brechen. Ich habe gegen meine Lehrer rebelliert, gegen meine Eltern und meine Berater. Der Rektor kannte mich beim Namen und es lag nicht daran, dass ich auf der Ehrenliste stand. Ich verbrachte mehr Zeit in seinem Büro, als ich es je im Biologieunterricht getan habe. Es ist schwer, dich mir so vorzustellen, sagte ich und schüttelte den Kopf. Nein, ich konnte mir diesen Köper nicht vorstellen. Hatte er sein Haar struppig und wild getragen? Hatte er Bandshirts getragen und nach der Schule unter den Tribünen gefeiert? Es fühlte sich an, als würde ich von einer Person hören, die ich nicht kannte, einer Person, die gänzlich von dem verantwortungsvollen, organisierten Mann abgetrennt war, an den ich mich lehnte. Ich dachte, ich sei ein cooler Rebell, fuhr er mit einem Kopfschütteln fort. Ich dachte, ich würde das Leben voll auskosten und dass Zäune und Pflichtenketten wären, die mich zurückhielten. Mit Harrison hätte ich Pferde stehlen können, wir gingen durch dick und dünn. Er war mein bester Freund. Ich hörte Köper schlucken und wollte mich umdrehen, um sein Gesicht zu sehen, blieb aber unbewegt, so dass ich sein Geständnis nicht unterbrechen würde, denn das war genau das, wonach es sich anfühlte, nach einem Geständnis. Also ließ ich meine Hand in seiner und meinen Kopf auf seiner Schulter. Was hat sich geändert, fragte ich. Es war unser letztes Schuljahr und wir waren beide 17, erklärte er, und seine Stimme war beinahe zu leise, um sie hören zu können. Da war ein Rockkonzert etwas außerhalb von Sacramento, auf das wir gehen wollten. Aber seine und meine Eltern hatten natürlich Nein gesagt. Harrison dachte, dass es das Ende der Welt wäre, das Konzert zu verpassen, also bestand ich darauf, dass wir trotzdem hingehen. Ich sagte, wir müssten gehen. Ich sagte, wir würden es bereuen, wenn wir es nicht täten. Ich sagte, wir müssten wild und frei leben. Und ich überzeugte ihn davon, an diesem Abend auszugehen. Schauer liefen mir über den Rücken. Ich wartete. Ich habe mich mit den Schlüsseln zum Auto meines Vaters aus dem Haus geschlichen und bin dann losgefahren, um Harrison bei sich zu Hause abzuholen. Er fiel in die Büsche unter seinem Schlafzimmerfenster und wir haben auf dem ganzen Weg zum Konzert darüber gelacht. Der Abend war alles, was ich mir erhofft hatte. Wir hatten einen Mordsspaß. Es war alles perfekt, bis ein betrunkener Autofahrer ein Stoppschild überfuhr und unser Auto einen Block von Harrisons Haus entfernt traf. Er starb bei dem Aufprall. Ich hörte auf zu atmen. Harrison war in dieser Nacht gestorben. Ich bekam eine Schramme auf der Stirn und etwas später einen gerichtlichen Vergleich. Ein Kloss von der Größe eines Felsbrockens bildete sich in meinem Hals. Ich verstand. Ich verstand, was Cooper mit mir teilen wollte. Ich verstand, was er damit meinte, dass er wollte, dass ich mehr von ihm sah. Er war mehr als nur ein Polizist, mehr als nur ein Regelbefolger, mehr als nur ein Roboter. Er hatte eine Geschichte hinter dieser Fassade. Ich hatte den Fehler gemacht, ihn so zu sehen, als sähe er die Welt nur in schwarz-weiß. Aber er war mehr als das. Er hatte Grauschattierungen. Und noch mehr als das, er hatte Farbschattierungen. Er war nett und fürsorglich und rücksichtsvoll und lustig. Er hatte Fehler gemacht und bereute Dinge und hatte Schmerz und Qual und Herzschmerz erlitten. Es ist schwer zu wissen, was man sagen soll, wenn einem eine solche Geschichte erzählt wird. Es scheint nie Worte zu geben, die das tun, was sie sollen. Keine Empfindung fühlt sich je perfekt an. Also betrachtete ich den Sonnenuntergang und lehnte meinen Kopf an Cooper und dachte darüber nach, was ich zu ihm sagen würde. Ich sehe dich, Cooper, sagte ich und drückte meine Wange an seine Schulter. Ich sehe dich. Ich wusste, dass meine Worte nicht all das sagten, was ich sagen wollte, aber er drückte meine Hand und legte seinen Kopf auf meinen, sodass ich wusste, dass ich genug gesagt hatte. Kapitel 7 Heute war der Tag Heute war der Tag, an dem alles entschieden werden würde. Heute war der Tag, an dem der Ausschuss abstimmen würde. Aber zuerst musste ich meine Präsentation abhalten. Und bevor ich präsentieren musste, war ich mir ziemlich sicher, dass ich mich übergeben musste. Und bevor ich mich übergeben musste, musste ich Appetit bekommen, damit ich etwas im Magen hatte, um mich übergeben zu können. Das Problem war, dass ich alles wegschob, mit dem Hannah mich zwangst zu ernähren versuchte. Abigail, sagte sie und stemmte die Hände in die Hüften. Du musst etwas essen oder du fällst da oben während deiner Präsentation in Ohnmacht. Hannah ließ einen Schokoladenmuffin vor meinem Gesicht baumeln, zur Hälfte wie einen mysteriösen Talisman, mit dem sie versuchte, mich zum Essen zu hypnotisieren und zur Hälfte wie ein Hundeleckerli, das ich benutzen würde, um Benenne zum Gehorsam zu bewegen. Ich bin zu nervös, um zu essen, antwortete ich, biss mir auf die Nägel und sah mich im Konferenzraum des Rathauses um, der sich kontinuierlich mit Männern und Frauen in tristen, ernsten schwarzen Anzügen und mit noch ernsterem Stirnrunzeln fühlte. Nach meinem Date mit Küpe auf dem Wasserturm hatte sich etwas in mir verändert. Er und ich telefonierten jeden Tag miteinander, trafen uns zum Kaffee und ich konnte mir mein Leben nicht mehr anders vorstellen. Aber jetzt war es der folgende Montag und ich musste mich dem Ausschuss stellen, für meine eine Chance, Regans Rescue at the Barn zu retten. Ich war mehr als starr vor Angst. Es tut mir leid, Hannah, ich kann einfach nicht essen. Zu viel hängt hiervon ab. Trotz meiner Aussage beäugte ich den Schokoladenmuffin mit Interesse und überlegte, ob die Schokoladenstücke Milchschokolade waren oder nicht. Ich begann, nach dem Muffin zu greifen, während Hannah grinste, aber das plötzliche Gurgeln in meinem Bauch hielt meine Hand auf und ich stöhnte. Hannah, geh für mich da hoch, sagte ich und schob ihr mit schweißnassen Händen meine Karteikarten zu. Bitte, bitte, bitte. Danke, ich liebe dich. Du bist die Beste. Träum weiter, Mädchen, sie lachte, bis in den Muffin und zog die Augenbrauen hoch. Wenn du mich liebst, dann solltest du für meine Chefin die Präsentation machen. Tuche, grummelte ich. In meiner kurzen Jurastudiumkarriere hatte ich regelmäßig vor großem Publikum präsentiert. Es war irgendwie Teil des Jobs. Aber ich hatte nie Probleme gehabt, mir zuvor Schokoladenmuffin über Schokoladenmuffin in den Mund zu schieben. Ich wusste, warum es sich diesmal so anders anfühlte, es war mir wichtig. Die Hunde waren mir wichtig, die durch diese Spende gerettet werden konnten. Meine Freundin war mir wichtig, der diese Spende helfen konnte. Es war mir wichtig, etwas zu tun, woran ich mit Körper, Geist und Seele glaubte. Das Jurastudium war mir nicht wichtig gewesen, weshalb ich damit aufgehört hatte. Es war der Grund, aus dem ich an das andere Ende des Landes gezogen war, einen neuen Karriereweg eingeschlagen hatte und zu einer anderen Frau geworden war. Es war der Grund, aus dem ich meinen Nachnamen geändert hatte. Verdammt, dachte ich, ich muss das immer noch auf meinem Führerschein ändern lassen. Diese verbleibende Aufgabe lenkte mich kurzzeitig von meiner überwältigenden Nervosität ab. Die Angst hatte gerade begonnen zurückzukommen. Als ich bemerkte, wie Cooper den Raum betrat. Seine Augen durchsuchten die wachsende Menge und es ließ mein Herz flattern, da ich genau wusste, nach wem er suchte, nach mir. Ein Lächeln machte sich auf seinem Gesicht breit und seine Augen leuchteten, als er mich sah, woraufhin ich ihm ein Lächeln schenkte, das seinem Konkurrenz machte. Dann zeigte er auf die Tür am anderen Ende des Konferenzraumes. Ich versicherte Hannah, dass ich gleich zurückkommen würde und sie zwinkerte mir zu. Treib es nicht zu wild, rief sie mir hinterher und schlug sich übertrieben auf die Stirn. Ich meinte natürlich bleib nicht zu lange weg. Ich wirbelte mit geröteten Wangen herum. Hanna. Sie zuckte die Achseln. Was auch immer funktioniert. Dem Grinsen nach zu urteilen, das sie nicht kontrollieren konnte, war sie weit von Schuldgefühlen entfernt. Ich schüttelte den Kopf und schlängelte mich durch die Menge, um nach draußen in den stillen, leeren Flur zu gehen, wo ich Cooper an die Wand gelehnt vorfand. Er sah auf, als das harte Klacken meiner Absätze auf dem Marmorboden zu hören war. Nervös, fragte er, während er meine Hände in seinen nahm. Nein, log ich. Überhaupt nicht. Nein, Sir. Nervös? Ich. Wie könnte ich, ich meine, warum sollte ich, ich bin nicht nervös. Du bist nervös. Er lachte und drückte meine Hände, als mein nervöses Geplapper verstummte. Ich sollte nicht nervös sein, sagte ich kopfschüttelnd. Ich bin gut bei sowas. Wenigstens war ich das. Während des Jurastudiums war ich. Jurastudium? Er starrte mich an, als hätte ich soeben Japanisch gesprochen. Ich lächelte, da es mir gefiel, dass ich ihn weiterhin überraschte. Ja, Jurastudium, erwiderte ich, zog die Schultern zurück und stellte mich gerade hin. Meine Wenigkeit ist stolze Abbrecherin des Jurastudiums. Ich, ich. Jurastudium? Jetzt war Cooper an der Reihe, zu klappern. Aber Gerabbo? Jura? Regeln und Gesetze und Regeln und Gesetzesbestimmungen und Ordnung und Regeln und Ich glaube, du hast Regeln schon mal gesagt. Und Gerichtshemmer und Gesetzbücher und Regeln. Ich zuckte die Achseln. Du bist nicht der Einzige, der einmal anders war. Er hatte sich mir letzte Woche geöffnet, was uns einander nähergebracht hatte. Ich wusste, dass das ein großer Schritt für ihn gewesen war, ein schmerzhafter, ehrlicher, großer Schritt. Und während ich ihm in die Augen sah, wusste ich, dass ich denselben Schritt für ihn tun musste. Ich wollte, dass er alles von mir sah. Nicht nur dass ich, dass ich jetzt war. Denn genau wie Cooper würde ich nicht die Frau in genau diesem Moment in diesem Flur sein, ohne die Frau gewesen zu sein, die ich vor all den Jahren während des Jurastudiums gewesen war. Wenn ich wollte, dass Cooper meine Zukunft war, dann musste ich ihm meine Vergangenheit zeigen. Meine beiden Eltern waren Anwälte, fing ich an und atmete tief ein. Erfolgreiche, strenge, ernste Anwälte, die erwarteten, dass ihre Tochter eine erfolgreiche, strenge, ernste Anwältin wird. Die Präsentation auf der Polizeiwache, sagte er, die Erkenntnis eindeutig in seinen Augen. Verbleibender elterlicher Einfluss? Du kannst das Mädchen aus dem Jurastudium nehmen, aber du kannst nicht die kontrollierenden, anspruchsvollen, strengen Eltern aus dem Mädchen nehmen. Er lachte über meinen lahmen Witz. Ich bin so aufgewachsen, das zu tun, was von mir erwartet wurde. Ich machte fortgeschritten in Kurse, Debattierclubs nach der Schule und Praktika im örtlichen Gerichtsgebäude. Mein Magen verknotete sich, als ich geistig erneut den Kummer durchlebte, nichtig zu sein. Ich habe auf dem College Englisch im Hauptfach studiert, da meine Eltern es so wollten. Ich habe zugestimmt, ohne überhaupt darüber nachzudenken, ob ich Englisch studieren wollte oder nicht. Ich habe mich auch an der Juristischen Fakultät beworben, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Ich bin in Kurse gegangen, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Ich bin Tag für Tag im Autopilot-Modus unterwegs gewesen, ohne darüber nachzudenken, ob mich diese Entscheidungen glücklich machten. Ohne darüber nachzudenken, ob das, was ich tat, für irgendjemand anderes Gutes tat. Ohne darüber nachzudenken, ob es das war, was ich tief in meinem Herzen wirklich wollte. Also was hat sich verändert, fragte er, während er immer noch mit seinem Daumen über meine Hand streichelte. Du wirst lachen, antwortete ich und ließ meinen Blink sinken. Dann lachen wir zusammen. Ich sah zu ihm auf. Er hatte Recht. Was war schlecht an Lachen? Ich war im Park und habe ein Buch über Steuerrecht gelesen, als mir ein Apfel auf den Kopf fiel, sagte ich und erinnerte mich an den Tag zurück. Ich wartete auf Koopas Reaktion. Er war für einen Moment still, aber dann bemerkte ich, wie seine Brust bebte. Das leiseste Lachen entwich seinen Lippen und das Geräusch brachte mich zum Lachen. Er lachte über mein Lachen und ich über seines und bald waren wir allein im Flur und lachten so sehr, dass wir Tränen in den Augen hatten und uns den Bauch hielten. Ich habe mein ganzes Leben verändert, weil mir ein Apfel auf den Kopf gefallen ist, brachte ich zwischen meinem hysterischen Gelächter heraus. Ein Apfel. Er sog Luft ein und lehnte sich zurück, während er sich über die Augen wischte. Abigail Apo, sagte er, wobei er ein wenig keuchte. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so dankbar für eine Frucht. Ich hörte auf zu lachen, als er zu mir hinablächelte. Jeden Apfel, den ich von jetzt an sehe, werde ich küssen, fuhr er fort. Jeder Bauer auf dem Markt wird mich von seiner Ware wegscheuchen müssen, und jeder Lebensmittelladen wird mir Hausverbot erteilen müssen, und jeder Arbeiter in jeder Obstplantage wird höhere Zäune ziehen müssen, um mich abzuhalten, denn ich werde jeden einzelnen Apfel küssen, den ich finde. Mir traten erneut Tränen in die Augen, aber nicht wegen des zuvor unkontrollierbaren Gelächters, sondern aus einem völlig anderen Grund. Äpfel zu küssen ist gegen die Regeln, erwiderte ich leise. Sein Blick verließ meinen nicht, als er genauso leise sagte, ich weiß. Ich lächelte. Aber ich habe zumindest einem ganz bestimmten Apfel dafür zu danken, dass du in meinem Leben bist, sagte er, wobei er mir den liebevollsten Blick zuwarf, den ich je gesehen hatte. Diese Hunde in der Scheune haben einem Apfel zu danken. Deine Freunde haben einem Apfel zu danken. Also werde ich für einen Apfel die ein oder andere Regel brechen. Diese Hunde haben mehr als nur mir zu danken, antwortete ich und stieß ihn spielerisch mit der Schulter an. Dir auch. Sie haben auch einem Strafzettel und einem schlechten ersten Date und einem sehr guten zweiten Date zu danken. Er lächelte, als jemand im Inneren des Konferenzraumes über das Summen der Menge hinweg verkündete, dass die Präsentationen in zwei Minuten beginnen würden. Mein Magen drehte sich. Abigail, ich möchte, dass du etwas weißt, sagte Cooper, der mein Unbehagen zu bemerken schien. Du wirst dort oben auf dem Podium toll sein. Ich habe keinerlei Zweifel. Abigail, ich nickte. All meine Tabellen sind bereit und ich habe die Prognosen gestern Abend dreimal kontrolliert. Die Zahlen sind alle da. Abigail, ich habe die Kostenanalyse neu gemacht, um sie für den Ausschuss überzeugender zu machen, aber vielleicht hätte ich die Inflationsrate mit einbeziehen sollen. Ich habe die Inflation nicht mit einbezogen. Warum habe ich nicht? Abigail, meine Aufschlüsselung der Kostensrate Kosten der Farm sollten akkurat sein. Nebenkosten und der jährliche Hundefutterkonsum und Instandhaltung von Zäunen und Ausläufen und Abigail, sind Kreisdiagramme zu kitschig, fragte ich, während mein Verstand umherwirbelte, während ich plapperte. Ich hatte keine Zeit mehr und wenn ich nicht völlig vorbereitet war, dann würde ich jeden enttäuschen. Cooper, Reagan und die Hunde. Ich hätte mehr tun sollen. Ich hätte härter arbeiten sollen. Ich hätte ein Balkendiagramm nutzen sollen. Jeder weiß, dass ein Balkendiagramm professioneller ist. Was habe ich mir nur gedacht? Ein Kreisdiagramm? Ein Kreisdiagramm? Apple. Ich öffnete den Mund, um fortzufahren, aber Cooper schnipste mir plötzlich auf die Oberseite meines Kopfes. Ich starrte ungläubig zu ihm auf, da er mich soeben geschnipst hatte. Ich rieb die Stelle. Aua, sagte ich und runzelte angesichts des Grinsens in seinem Gesicht die Stirn, woraufhin ich bockiger schmollte als beabsichtigt. Ich verschränkte die Arme und begann, mit dem Fuß auf den Boden zu tippen. Was in aller Welt sollte das? Nur eine Erinnerung, erklärte er, dann lehnte er sich vor und presste einen sanften Kuss auf die gleiche Stelle auf meinem Kopf. Ich konnte nur schockiert zusehen, als er sich wieder aufrichtete und mich anlächelte. Er strich mir mit der zärtlichsten Berührung eine kurze Haarsträhne aus der Stirn, was mir entlang der Wirbelsäule eine Gänsehaut verpasste. Eine Erinnerung daran, dass du jetzt Abigail Apo bist. Also sei Abigail Apo. Sie ist ziemlich unglaublich. Mein Magen verknotete sich. Aber so viel hängt von mir ab. Ich verspreche dir, dass diese Hunde ihr Zuhause nicht verlieren werden, in Ordnung, er hielt beide meiner Wangen mit seinen Händen. Ich werde das nicht zulassen, also hör auf, dir Sorgen zu machen. Ich habe dich noch nie so gesehen. Ich nickte. Es war alles, was ich tun konnte. Sei da oben einfach du selbst, fuhr er fort und blickte zur Tür des Konferenzraumes, als die dröhnende Stimme alle darum bat, ihre Plätze einzunehmen. Sei Abigail Apo. Seine Hände lösten sich, und ich lehnte mich zu ihm, gerade als er wie ein warmer Sommerwind an mir vorbeiging. Ich fiel beinahe um, so weit hatte ich mich nach vorne gelehnt. Meine Handtasche glitt mir von der Schulter und ihr Inhalt verteilte sich auf dem Marmorboden. Ich schüttelte den Kopf und lachte über mich selbst, dann bückte ich mich, um alles einzusammeln. Da waren die kleinen Dinge, Lipgloss und Konzialer und Taschentücher und eine verirrte Haarnadel und ein Einkaufszettel von vor sechs Monaten. Da war Bananas Krawatte von meiner Präsentation auf Koopas Polizeiwache. Da waren natürlich mein Geldbeutel und meine Schlüssel und mein Handy. Aber da war ebenfalls mein USB-Stick. Und es war mein USB-Stick, der meine sorgfältig geschriebene, vollständig recherchierte, qualvoll analysierte Präsentation für den Wohltätigkeitsausschuss enthielt, bei dem ich mich jetzt dabei ertappte, wie ich ihn hier im leeren Flur eine Ewigkeit anstarrte, während ich darüber nachdachte, was Cooper zu mir gesagt hatte, bevor er wieder hineingegangen war, sei Abigail Apo. Ich starrte den USB-Stick an, der meine Präsentation enthielt und merkte, wie ich grübelte, warum, wirklich warum ich noch nicht meinen Namen auf meinem Führerschein hatte ändern lassen. Ich sagte mir immer und immer wieder, dass ich mit meinem Job und der ehrenamtlichen Arbeit keine Zeit dafür hatte. Ich sagte mir, dass es daran lag, dass die Kraftfahrzeugbehörde eine schlimmere Erfahrung war als jede andere auf der Welt. Aber vielleicht lag es daran, dass ich Abigail Apo noch nicht voll angenommen hatte. Und vielleicht war heute der Tag, an dem ich es tun würde. Nach Coopers Ermutigung war heute vielleicht der Tag, an dem ich endlich mutig genug werden würde. Jetzt wusste ich, was ich tun musste. Mit einem Lächeln im Gesicht nahm ich den USB-Stick und marschierte direkt zum nächsten Mülleimer. Ich schleuderte ihn hinein und ließ meine Pumps aus der Zeit meines Jurastudiums direkt folgen. Barfuß und mutig suchte ich nach meinem Handy und wählte Reaganznummer. Abigail, antwortete sie atemlos. Ich gehe jetzt los. Entschuldige, dass ich spät dran bin. Da war ein Vorfall mit zwei Welpen und einem jetzt kopflosen Kauspielzeug. Aber ich. Sagtest du, du bist noch nicht losgegangen? Fragte ich. Nein, es tut mir so leid. Ich werde da sein, bevor du präsentierst. Versprochen. Ich gehe jetzt los. Ich grinste. Kein Problem. Ich bin froh, dass du spät dran bist. Aber das mit dem geköpften Spielzeug tut mir leid. Hm? Gehe noch nicht los. Am anderen Ende der Leitung entstand eine Pause. Warum nicht? Weil ich einen Plan habe, erwiderte ich, während Aufregung durch meine Adern strömte. Ich empfand nicht länger auch nur ein Stück Nervosität. Ich war Abigail Apo. Und ich wusste, was zu tun war. Kapitel 8 In meiner 30-minütigen Präsentation vor dem Ausschuss, der entscheiden würde, welche örtliche Wohltätigkeitsorganisation die Spende von 100.000 Dollar bekam, würde ich nicht eine einzige Zahl nennen. Nicht ein einziges Kreisdiagramm würde gezeigt werden. Es würde keine Tabelle in Sicht sein. Es würde allerdings einen Überfluss an Hunden geben. Naja, wenn sie innerhalb der nächsten drei Minuten ankamen. Ich stand im Flur, ging drei Minuten vor meiner zugewiesenen Zeit barfuß auf und ab und versuchte nicht zuzusehen, wie der Minutenzeiger der Uhr an der Wand nach vorne wanderte, als ich das erste Bellen hörte. Ich rannte zur obersten Stufe der Treppe und wurde beinahe von einem Ansturm von Welpen und Hunden überrannt. Nachdem ich mein Gleichgewicht wiedererlangt hatte, schoss mein Blick auf Reagan, Christa und Hannah, die hinter meinen pelzigen Freunden an Leinen hinterhergezehrt wurden. Dann kniete ich mich in das Gestöber aus feuchten Küssen und fliegendem Haar, während sich meine Freundinnen schnaufend und keuchend vornüber beugten. Sind wir zu spät? fragte Reagan zwischen flachen Atemzügen. Wie zur Antwort öffnete sich die Tür des Konferenzraumes und eine Frau streckte den Kopf heraus. Abigail Apple, Sie sind dran, verkündete sie. Ich zwinkerte Reagan zu. Ihr seid genau pünktlich. Als ich den Konferenzraum betrat, flüsterte die Frau, der Laptop ist mit dem Projektor für Sie bereit. Sie müssen nur Ihren USB-Stick einstecken und können loslegen. Ich lächelte und nickte. Aber als ich zur Vorderseite des Raumes kam und vor den 13 Leuten des Ausschusses und der interessierten Öffentlichkeit dahinter stand, schaltete ich den Projektor aus. Von der Seite des Raumes aus wedelte die Frau mit den Händen. Nein, den müssen Sie anlassen, damit Sie ihn für Ihre Präsentation nutzen können. Ich lehnte mich zu ihr. Ich werde hier stattdessen etwas Dramatisches tun. Keine Sorge. Sie hob die Hände, als wollte sie sagen tun sie, was sie wollen, aber sagen sie nicht, ich hätte sie nicht gewarnt. Ich wandte mich meinem Publikum zu und bemerkte, wie Cooper mich ansah. Meine Damen und Herren, fing ich an und stand mit vor mir gefalteten Händen da. Ich hatte eine Präsentation für sie vorbereitet, da ich ihren Verstand davon überzeugen wollte, dass Rescue at the Barn das ist, wohin die Geldmittel der Wohltätigkeitskampagne gespendet werden sollten. Ich winkte Reagan zu, die an der Tür zum Konferenzraum wartete. Aber ich wurde von jemandem, der mir sehr am Herzen liegt, daran erinnert, dass das Herz genauso wichtig ist. Also dann mal los. Und während der nächsten 30 Minuten teilte ich meine persönliche Erfahrung mit Regans Rescue at the Barn, während die Hunde auf den Schößen der Ausschussmitglieder saßen, sich unter ihren Stühlen zusammenrollten und neben ihnen saßen, wobei sie gelegentlich an Ohr oder Bauch gekrault wurden. Ich sprach offen und ehrlich über die Auswirkungen, die die ehrenamtliche Arbeit auf mein Leben gehabt hatte. Ich wies auf Benäne und die Freude hin, die er mir gebracht hatte, während er Cooper das Ohr leckte. Und ich erklärte den Bedarf nach Tierrettungen. Ich ließ die Hunde den Rest der Überzeugung tun. Am Ende meiner Präsentation half ich Reagan, Christa und Hannah und ein paar netten Publikumsmitgliedern dabei, die Hunde einzusammeln, dann verteilten wir Fusselrolle an alle Mitglieder des Ausschusses, sodass sie die Hundehaare von ihren Anzügen entfernen konnten. Da ich die Letzte gewesen war, stand Cooper, als Vorsitzender des Ausschusses, an der Vorderseite des Konferenzraumes auf und verkündete, dass sie sich nun beratschlagen und später zurückkehren würden, um den Gewinner der 100.000 Dollar bekannt zu geben. Während er mit den anderen zwölf Mitgliedern hinausging, fing er meinen Blick im Chaos der zwanzig hungrigen Hunde auf und zwinkerte. Ich wusste, dass ich es geschafft hatte. Ich wusste, dass Rescue at the Barn sicher war. Ich wusste, wie der Ausschuss abstimmen würde. Also kehrte ich nach zehn Minuten, in denen Hundeblasen erleichtert und die Hunde in den Park hinter dem Rathaus befördert wurden, mit Zuversicht im Herzen in den Konferenzraum zurück. Als der Ausschuss zurückkam und seine Plätze einnahm, fühlte ich mich nicht im geringsten nervös oder ängstlich oder besorgt. Und als Cooper aufstand, wobei er einen riesigen, umgedrehten Scheck hielt, um den Namen des Gewinners zu verbergen, hatte ich nichts zu befürchten, da ich bereits die Worte kannte, die aus diesem perfekten Mund kommen würden, den ich so gerne küssen würde. Das war eine sehr schwierige Entscheidung, fing Cooper an. Ich nickte mit dem Gedanken, dass er das natürlich sagen musste. Vertrauen Sie mir, wenn wir sagen, dass wir wünschten, wir könnten die 100.000 Dollar jeder einzelnen wohltätigen Organisation geben, die sich heute präsentiert hat. Sie verdienen es alle und das zeigt uns nur, wie viel Arbeit wir als Stadt noch zu erledigen haben. Ich nickte erneut, bereit dafür, dass er sagte, was ich bereits wusste. Aber wir mussten uns für diese Spendel für nur eine Organisation entscheiden und sind sehr glücklich zu verkünden, er hielt inne, aber ich ging bereits zur Vorderseite des Raumes, als er sagte, dass die wohltätige Organisation, die die Spendel von der Stadt Sacramento erhalten wird, das war er. Das war der Moment. Founding Friendships ist. Ich hielt mitten im Schritt an und blinzelte. Moment. Was? Dann sah ich zu, wie Jill Pornell, Direktorin von Founding Friendships, einer sozialen, gemeinnützigen Organisation für Obdachlose, aufstand und in ihrem Designeranzug und ihren High Heels auf Cooper zuschritt, während das Publikum applaudierte. Ich versuchte, Coopers Blick einzufangen, aber er war der Direktorin zugewandt, der er die Hand schüttelte und den riesigen Scheck überreichte, den Reagans süße Hunde so drängen brauchten. Ich kniff die Augen zusammen, um den Namen auf dem Scheck zu lesen, in der Hoffnung, dass dies die Dinge aufklären würde. Bestimmt stand auf dem Scheck Rescue at the Barn, aber Cooper musste nervös geworden sein und die falsche Organisation verkündet haben. Hey, wenn es bei den Oscars passieren kann, dann auch im Rathaus von Sacramento. Ich kniff und kniff die Augen zusammen, aber egal wie eng die Schlitze wurden, auf dem Scheck stand immer noch das gleiche, Founding Friendships. Mein Magen wurde in Aufruhr versetzt und in meiner Handtasche vibrierte es, also fischte ich mein Handy heraus und versuchte, mich nicht zu übergeben. Mein Handybildschirm zeigte eine Nachricht von Regan, die immer noch mit Christa und Hanna draußen war und sich um die Hunde kümmerte. Wir haben das Jubeln gehört. Haben wir gewonnen? Sind die Hunde gerettet? Mir rutschte das Herz in die Hose. Wie konnte ich ihr sagen, dass ich sie im Stich gelassen hatte? Wie konnte ich zurückschreiben, dass die Hunde nirgendwo würden hingehen können, wenn die Rettung geschlossen wurde? Wie konnte ich wohl sagen, wie leid es mir tat? Das sollte nicht passieren. Jeder um mich herum war glücklich und ich verstand nicht, warum. Das war nicht richtig. Das war überhaupt nicht richtig. Fragten die sich nicht, was mit Rescue at the Barn passieren würde, wenn es schloss. Fragten die sich nicht, wie die Hunde ihre nächste Mahlzeit, ihre nächste Fellpflege und ihren nächsten Spaziergang bekommen würden. War es ihnen egal, ob die Hunde am Leben blieben oder nicht? Die Menschen im Raum mussten Antworten haben, die ich nicht hatte, denn von meinem Standpunkt aus hatte ich keinerlei Grund, glücklich zu sein. Wir wollen allen danken, dass sie heute gekommen sind, sagte der Bürgermeister vom Podium aus, als alle für ihn still wurden. Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die dieser Ausschuss geleistet hat, und besonders auf den hart arbeitenden Vorsitzenden, Officer Cooper Hill. Ich klatschte benommen, da ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte. Es fühlte sich an, als wäre mein Körper nicht mein eigener. Ich sollte jetzt eigentlich einen Scheck für Rescue at the Barn in der Hand halten. Und da ich dies nicht tat, wusste ich kaum, was ich mit mir anfangen sollte. Ich schaffte es gerade noch, nicht zusammen zu brechen und zu weinen. Meinem Verständnis zufolge entschied wegen Gleichstands eine letzte Stimme über die Abstimmung, fuhr der Bürgermeister fort. Also tolle Arbeit an all die wohltätigen Organisationen, dass sie der Allgemeinheit helfen. Wir sehen uns nächstes Jahr. Ein Gleichstand? Ich entdeckte Cooper in der Menge. Er sprach immer noch mit der Direktorin von Founding Friendships, die sich angeregt mit ihm unterhielt. Genau wie alle anderen im Raum, sah er glücklich aus. Mein Kopf neigte sich zur Seite, während ich ihn anstarrte. Ein Gleichstand. Die Teile waren alle da, aber mein Verstand war nicht willens, sie alle zusammenzusetzen. Das Bild des verstreuten Puzzles war so klar, so offensichtlich, so unvermeidlich, und trotzdem wollte ich es nicht sehen. Denn das würde bedeuten, dass Cooper die entscheidende Stimme gewesen war. Es würde bedeuten, dass Cooper, mein Cooper, derjenige war, der für Founding Friendships anstatt für Rescue at the Barn gestimmt hatte. Es bedeutete, dass Cooper mich angelogen hatte, als er gesagt hatte, diese Hunde würden ihr Zuhause nicht verlieren. In diesem Moment drehte er sich zu mir um und sah mir in die Augen. Dann fiel sein Lächeln. Ich spürte Tränen in meinen Augen brennen und rannte so schnell ich konnte aus dem Raum. Ich raste die Treppe hinunter, darauf erpicht, dort wegzukommen, so weit weg wie möglich vom Rathaus zu sein, und weg von ihm. Menschen starrten mich besorgt an, als ich an ihnen vorbeieilte und mir über die Augen wischte, aber ich rannte einfach barfuß weiter. Ich stieß die Türen zum Rathaus auf und war zur Hälfte die Treppe herunter, als ich Cooper meinen Namen rufen hörte. Ich ignorierte ihn. Abigail rief er erneut. Ich wäre weiter weggelaufen, aber er holte mich ein und legte eine sanfte Hand auf meinen Arm. Er drehte mich um, selbst als ich versuchte, meine Tränen zu verbergen. Abigail, bitte. Warst du derjenige, der den Gleichstand gelöst hat, fragte ich, während Zorn schnell meinen Schmerz ersetzte. Es stellte sich heraus, dass die Tränen weiterliefen, egal welche Emotion die Zügel übernahm. Warst du die entscheidende Stimme im Ausschuss, fragte ich. Ich wartete, hoffte gegen die Hoffnung, dass er eine Erklärung hatte. Ich wollte, dass er sagte, er hätte für Rescue at the Barn gestimmt. Ich wünschte mir, er würde sagen, es hatte ein Missverständnis gegeben, irgendeine alberne Fehlkommunikation. Ich wartete und hoffte, aber tief in mir kannte ich die Antwort. Er seufzte und griff nach meiner Hand. Ich zog sie weg und verschränkte die Arme. Sag es mir einfach. Er fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. Ja, ich habe für Founding Friendships gestimmt. Naja, da war es unvermeidlich und herzzerreißend. Du sagtest, du würdest für Rescue at the Barn stimmen, sagte ich, wobei ich versuchte, die Verzweiflung in meiner Stimme zu verbergen. Du sagst, ich müsse nur ich selbst sein. Das war nicht, was ich meinte, erwiderte er und runzelte die Stirn. Hör mir nur für zwei Sekunden zu und ich erkläre es, okay? Was gibt es da zu erklären, fragte ich und hob eine Faust zu meiner Brust. Ich wollte wütend sein. Ich wäre lieber wütend gewesen, anstatt mich darauf zu konzentrieren, wie sehr ich verletzt und betrogen worden war. Ich fühlte mich dumm, so unglaublich dumm, dass ich ihm geglaubt hatte. Abigail, ich habe nie gesagt, dass ich für euch abstimmen würde, für Rescue at the. Ich kann nicht glauben, dass ich dachte, du seist anders, unterbrach ich ihn und warf die Hände in die Luft. Er hielt inne und kniff die Augen zusammen. Was soll das heißen? Gefühle kochten in mir hoch und ich konnte nicht mehr stillstehen. Stattdessen ging ich auf dem Treppenabsatz hin und her, als er die letzte Stufe herunterkam und sich vor mich stellte. Ich dachte, du hättest dich verändert, erklärte ich, wobei ich Gefahr lief, dass meine Stimme eine Frequenz erreichte, die nur Reaganshunde hinter dem Rathaus würden hören können. Ich dachte, du hättest erkannt, dass man nicht immer nur mit dem Kopf denken kann und dass du ein Herz hast. Ich dachte, du wärst mehr als nur ein Roboter. Er zuckte bei den Worten zusammen, die eindeutig einen tieferen Teil von ihm getroffen hatten als beabsichtigt. Ich war verletzt, aber ich wollte nicht, dass er im Gegenzug auch verletzt wurde. Ich öffnete den Mund, um mich zu entschuldigen, als ich Bananas entferntes, ausgelassenes Bellen hörte. Er war bei Reagan und den anderen Hunden in dem kleinen Park hinter dem Rathaus. Ich hörte es erneut und Schmerz überkam mich, als ich darüber nachdachte, was mit den Freunden passieren würde, mit denen er jetzt spielte. Was, wenn das Benäne wäre? Ich stellte mir die kleine, pelzige Liebe meines Lebens in einem kalten Metallkäfig auf einem Betonfußboden vor. Ich stellte mir vor, wie er zitterte und allein war und den ganzen Tag darin feststeckte. Ich sah ihn in einem anderen Leben, in dem Regans Rescue at the Barn nicht existierte und es keine Farm und keine Hügellandschaft und keinen warmen Sonnenschein und keinen kühlen Schatten und kein frisches Wasser aus dem Bach gab. Benerner war sicher bei mir. Er würde bei immer bei mir sicher sein. Aber die anderen Hunde? Dieses andere Leben, das ich mir vorstellte, würde bald ihres sein. Dieses andere Leben war jetzt ihre Realität. Und als ich zu Cooper aufsah und daran dachte, wie leicht er ihr Schicksal hätte ändern können, konnte ich nicht die Kraft in meinem Herzen finden, um mich zu entschuldigen. Founding Friendships hätte ohne diese Spende nicht geschlossen, sagte ich mit geschlagener und trauriger Stimme. Rescue at the Barn wird das allerdings tun müssen. Aber das ist dir egal, selbst nachdem du mit all diesen Hunden dort warst. Es ist dir immer noch nicht wichtig genug. Abigail Nein, unterbrach ich ihn mit einer Hand. Bitte, sag nichts mehr. Ich kann nichts mehr davon hören. Es ist erledigt. Es ist vorbei. Er öffnete den Mund, hielt dann aber inne. Was ist vorbei? Ich glaube nicht, dass wir noch länger zusammen sein können, erwiderte ich, wobei mir zum zweiten Mal an diesem Tag das Herz brach. Ich legte eine Hand auf meine Brust. Ich weiß, dass ich mit meinem Herzen denke und ich weiß, dass es mich manchmal in Schwierigkeiten bringt. Ich weiß, dass es mich dazu bringen kann, mich zu sehr an Dinge zu klammern und zu stark zu lieben und zu stur zu kämpfen. Ich weiß, dass es bedeutet, dass meine Gefühle freien Lauf haben. Ich atmete tief ein, während er wartete und mich mit diesen blauen Augen ansah. Ein salziger Geschmack drang mir in den Mund, als ich eine meiner eigenen Tränen schmeckte. Sie liefen frei herunter und ich war ziemlich sicher, dass mir auch die Nase lief. Aber so stark zu empfinden bedeutet ebenfalls, dass ich mich mit jemandem von Herz zu Herz verbinden möchte, fuhr ich fort und atmete zittrig ein. Ich will mein Herz mit jemandem teilen, der fähig ist, sein Herz mit mir zu teilen. Sein Gesicht wurde blass und er stand da wie eine Statue. Aber ich wusste, dass er mich gehört hatte. Und nach heute, naja, ich seufzte kopfschüttelnd. Da glaube ich nicht, dass du dazu fähig bist. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Ohne ein weiteres Wort drehte ich mich um und ging weiter die Treppe hinunter, dann verließ ich das Rathaus. Ich war immer noch barfuß, nachdem ich meine Pumps weggeworfen hatte, aber es war mir egal. Während ich den Bürgersteig entlangmarschierte, ignorierte ich die oft verwirrten, oft besorgten Blicke der Passanten, die an mir vorbeigingen. Ich hatte ein Ziel und es war mir egal, wer mich so sah. Als ich das Büro betrat, war es voll, natürlich war es das. Ich wusste, dass es das sein würde. Aber ich zog eine Nummer, setzte mich und wartete und wartete und wartete. Ich atmete den muffigen Geruch ein und wartete weiter. Heute war nicht so gelaufen, wie ich es gewollt hatte. Es war eindeutig nicht so gelaufen, wie ich erwartet hatte. Ich hatte erwartet, zur Feier mit Reagan, Christa und Hannah eine Pina-Cola da zu trinken. Und mit Cooper. Ich hatte erwartet, mit diesem lächerlich großen Scheck zur Bank zu gehen, in der Hoffnung, dass ich nicht von einem starken Windstoß davongetragen werden würde. Ich hatte erwartet, mit Reagan zu ihrem Vermieter zu gehen und ihm das Geld zu übergeben, das sie als Anzahlung für die Farm brauchte. Ich hatte erwartet, dass Cooper mit uns dorthin gehen würde. Ich hatte Glück und Freude und Gelächter an diesem Abend erwartet. Aber vor allem hatte ich Glück und Freude und Gelächter mit Cooper erwartet. Das geschah nicht. Jedoch gab es eine Sache, die ich heute gelernt hatte, ich wusste, wer ich war und wer ich sein wollte. Ja, manchmal tat es weh, so tief zu empfinden, sich so sehr zu sorgen, mit dem schlagenden, schmerzenden Herzen zu denken. Aber ich wollte nie aufhören, ich zu sein, nur weil es schwer war. Ich wollte nie mehr die alte Abigail sein, die einfach nur durch das Leben zog. Ich wollte Abigail Apple sein. Endlich wurde meine Nummer aufgerufen und ich schlängelte mich durch die wartende Menge an den Schalter. Wie kann ich ihnen helfen, fragte der Mann. Ich schob meinen Führerschein über den Tisch. Ich muss meinen Nachnamen aktualisieren. Kapitel 9 Drei Wochen später weinte ich immer noch, wenn ich daran dachte, das Rescue at the Barn schloss. Ich gab mehr Geld für Taschentücher aus als seit Jahren. Ich sah aus, als hätte ich soeben ein 1000 Meilen langes Hundeschlittenrennen in der Arktis gemacht. Ernsthaft Bomber Banana Jedes Mal, wenn ich weinte, rollte er sich neben mir zusammen und leckte meine Tränen weg, und so viel Salz konnte für einen so kleinen Hund einfach nicht gesund sein. Wie sollte er im Herbst in seine süßen kleinen Pullover passen, wenn er so aufgedunsen war? Aber ein Loch blieb immer noch in meinem Herzen. Und ich war mir nicht völlig sicher, ob es nur am Ende von Reagans Hunderettung lag. Etwas anderes fehlte. Jemand anderes fehlte. Nicht, dass ich das zugeben würde. Aber heute ging es nicht um ein gebrochenes Herz. Ich musste mir nur noch einen Kaffee holen, bevor ich zu Reagans Rescue at the Barn fuhr. Naja, nicht, dass es noch länger Reagans Hunderettung sei würde, da das Gelände verkauft worden war und sie meine Hilfe brauchte, um alles zusammenzupacken. Die Hunde würden bald auf meine Rückbank gestopft werden, um zum Tierschutzverein von Sacramento gefahren zu werden. Heute ist der Tag, rief Courtney mir zu, als ich alleine über den Gehweg in der Innenstadt Sacramento's auf ihren Kaffeewagen zuging. Hi Courtney, sagte ich und brachte das zustande, was einem Lächeln unter meinen Umständen am nächsten kam, während sie meine gewöhnliche Bestellung vorbereitete, einen Zimtmilchkaffee. Heute ist der Tag, wiederholte sie und streckte mit einem Zwinkern den Finger in die Luft. Ich habe den Namen, der fabelhaft gewesen wäre. Diesmal keine schlechten Erinnerungen an Abschluss bei Dates. Du wirst ihn lieben. Ich wusste, dass das Denken an Kindernamen, die ihr gefallen hätten, wenn sie ein Kind bekommen hätte, bevor es zu spät war, eine Art von Therapie für Courtney war, aber die Tatsache, dass sie Liebe gehabt und sie verloren hatte, machte mich heute besonders traurig. Obwohl ihr mit Cartoon-Surfern bedrucktes Hawaii-Hemd mich ein klein wenig aufmunterte, egal wie entschlossen mein Herz dazu war, sich elend zu fühlen. Lass hören, Courtney, sagte ich. Sicher, dass du dafür bereit bist? Ich streckte halbherzig die Daumen in die Höhe. Das brachte Courtney zum Innehalten und das Ende des Sahnehöpschens erstarb mit einem halbherzigen Spritzen. Abigail Apple, sagte sie und zog die Augenbrauen hoch, während sie das Getränk abstellte. Du bist nicht du selbst, sprich mit mir. Ich streichelte Bananas Kopf und hielt die drohenden Tränen zurück. Ich bin auf dem Weg, um Reagan dabei zu helfen, Rescue at the Barn zu schließen, erklärte ich mit zugeschnürter Kehle. Ich kann nicht aufhören, daran zu denken, wie unfair das ist. Ich dachte, Cooper würde so abstimmen, dass die Spende an Reagan geht, aber das hat er nicht. Und diese Hunde haben ihn gebraucht, ich ließ den Kopf hängen und starrte meine mit Strass besetzten Flipflops an, als würde ich darum bitten, dass meine Zehen mich von all dieser Schrecklichkeit retteten. Die Zisch-Zisch-Geräusche der sprühserne Dose ließen mich den Kopf heben. Courtneys Stirn legte sich vor Konzentration in Falten, während sie sich darauf fokussierte, so viel Schlagsahne auf mein Getränk zu häufen wie irgend möglich. Doppelt so viel wie das, was sie mir normalerweise gab. Aber nicht einmal Schlagsahne konnte mich jetzt aufmuntern. Nimm das und hör zu, sagte sie und reichte mir den Kaffee. Du brauchst etwas Süßes, während ich dir ein wenig kalte, harte Realität serviere. Warum habe ich Angst, fragte ich, leckte an der Schlagsahne und starrte sie über den weißen Berg hinweg an. Ich hatte sie noch nie mit so ernster Stimme sprechen hören. Normalerweise schien sie pure Pina Colada zu sein, also verwirrte mich das ernste und strenge Anspannen ihres Kiefers. Ich werde dir von meiner Freundin Beth erzählen, ihre Augenbrauen zogen sich zusammen, als sie mit einem Tuch über das kleine Stück Anrichte unterhalb der Espressomaschine wischte. Ich habe Beth vor ein paar Jahren getroffen, als ich immer noch praktiziert habe. Es ist so schwer, mir dich als Anwältin vorzustellen, erwiderte ich und beäugte erneut diese Cartoon-Surfer, da ich mich fragte, ob sie aus in der Dunkelheit leuchtendem Material waren. Du weißt nicht, wie oft ich das gehört habe, fuhr sie fort und seufzte schwer. Diese Art von Glück kommt davon, nicht länger Anwältin zu sein. Uck, die langen Arbeitszeiten. Die langen Nächte. Die ständigen Konflikte. Ich war entschlossen, dieses Spiel zu gewinnen und habe mich recht gut geschlagen, aber ich bin eines Tages aufgewacht und die Anwaltskanzlei war alles, was ich hatte. Meine Mundwinkel zogen sich nach unten. Du scheinst jetzt glücklich zu sein. Du brauchst mehr Schlagsahne. Courtney sprühte mir noch mehr Sahne auf den Becher und stellte die Dose dann zurück in den Minikühlschrank. Wie gesagt, ich habe Beth kennengelernt, als ich Anwältin war. Sie war in einer gewalttätigen Beziehung und fühlte sich gefangen. Mein Magen drehte sich. Wie grauenvoll. Es kann sehr verwirrend sein, wenn jemand, den man liebt und dem man vertraut, beginnt einen zu verletzen. Der Selbsterhaltungstrieb hat Beth endlich den Mut gegeben, zu gehen, aber sie konnte nirgendwo hin. Was ist passiert, fragte ich, im Wissen, dass es auf der ganzen Welt nicht genug Schlagsahne für diese Unterhaltung gab. Sie neigte den Kopf und warf mir einen eindringlichen Blick zu. Da war eine junge Anwältin namens Jill Pornell, die Sacramento im Sturm eroberte. Hat die härtesten Fälle angenommen, lag gleichauf mit den besten Anwälten der Stadt und hat gewonnen. Jill Pornell Jill Pornell Warum klang dieser Name so bekannt? Durch eine Reihe von Umständen servierte sie eines Tages den obdachlosen Frühstück und sah sich Beth gegenüber, erzählte Courtney und sah mir in die Augen. Sie waren im selben Alter und sahen sich sogar ziemlich ähnlich. Jill sagte, es war, als hätte sie in einen Spiegel gesehen. Mein Gesicht wurde taub, als ich mich daran erinnerte, wo ich den Namen Jill Pornell gehört hatte. Weißt du, was Beth gerettet hat, Abigail? Ich schüttelte den Kopf und wartete auf die Antwort. Doch, tust du. Tief drin glaube ich, dass du es weißt. Was ich wusste, war, warum ich die extra, extra, extra Schlagsahne brauchte. Denn der Geschmack in meinem Mund war bitter. Und es war alles hausgemacht. Jill ist die Direktorin von Founding Friendships. Beth ist der Grund, aus dem Jill Founding Friendships gestartet hat, Courtney nickte und sah mich mitfühlend an. Jill hat mir gesagt, sie hätte erkannt, dass sie unter anderen Umständen Beth hätte sein können. Also fühlte es sich für Jill nicht genug an, Beth Frühstück zu servieren. Sie wollte Beth die Möglichkeit schenken, ihr Leben neu aufzubauen. Unterkunft, Beratung, Berufstraining, fürsorgliche Unterstützung, das ganze Paket. Deshalb hat Jill das soziale Programm für Obdachlose gestartet? Ganz allein? Die gemeinnützige Organisation ist jetzt so groß geworden, antwortete ich, wobei ich erkannte, dass sie mit der großzügigen Spende des Ausschusses noch besser funktionieren würde. Sie ist eine sehr zielstrebige Frau. Sie hat ein Team zusammengestellt, um Founding Friendships zu bilden und sie haben damit angefangen, nur einem Menschen zu helfen. Beth. Rate mal, was Beth jetzt tut? Ich schüttelte den Kopf. Sag es mir. Beth ist in ihrem zweiten Jahr des Jurastudiums. Courtney lächelte, als wäre sie mehr als stolz. Sie hat ein Herz dafür, andere Opfer häuslicher Gewalt zu vertreten und zu verteidigen. Und sie ist brutal. Ich hoffe, dass sie ihre Arbeitszeiten besser ausbalanciert, als ich es getan habe. Das hoffe ich auch, stimmte ich zu, da ich Mitgefühl für Courtney hatte, aber beeindruckt von Beth war. Aber dann sackten meine Schultern zusammen und ich ließ den Kopf hängen. Ich miss keine Founding Friendships, die spenden nicht. Ich wollte nur wirklich, dass Cooper für Rescue at the Barn stimmt, um all diese Hunde zu retten, die mir so viel bedeuten. Wer weiß, was jetzt mit ihnen passieren wird? Courtney streckte die Hand aus und drückte meinen Unterarm. In einer perfekten Welt gäbe es genug Geld für alle. Wir müssen einfach das Beste tun, was wir können, sie hielt inne, als grübelte sie. Wenn es eine perfekte Welt wäre, fuhr sie fort, wobei sie sich mit einem Finger ans Kinn tippte, müssten die Hunde überhaupt nicht gerettet werden. Sie würden alle in einem wundervollen Zuhause sein, mit Menschen, die sie lieben, wie das Zuhause, das du Benene geschaffen hast. Und niemals endende Schlagsahne, ergänzte ich mit einem Lächeln. Ich merkte, wie Benene aus seinem Vormittagsschläffchen in meiner Handtasche aufwachte. Aber wir leben nicht in einer perfekten Welt, Abigail, erinnerte sie mich. Manchmal müssen schwere Entscheidungen getroffen werden, genau wie die, die Officer Hill zu treffen hatte. Und ich bin sicher, dass er das Gefühl hatte, dass er die bestmögliche Wahl unter solch schwierigen Umständen trifft. Ich nickte, da ich verstand, was sie meinte. Jemand räusperte sich hinter mir, und als ich aufsah, bemerkte ich die Schlange, die sich jetzt über den Gehweg erstreckte. Aber Courtney blieb auf mich konzentriert, was in mir die Frage aufwarf, ob sie wusste, dass die Leute da waren. Aber niemand sagte etwas. Hörten sie Courtneys Geschichte zu? Als ich als Anwältin unglücklich und unerfüllt war, machte sie weiter, wusste ich, dass mein Herz mehr vom Leben wollte, aber es war furchterregend, diesen Sprung zu wagen und eine Veränderung zu machen. Und als Beth sich der schweren Entscheidung gegenüber sah, ihrem alten Leben zu entfliehen, ist sie ihrem Herzen gefolgt, obwohl sie in das große Ungewisse sprang. Und du bist deinem Herzen gefolgt und hast für die Hunderettung gekämpft, sagte sie mit einem sanften Lächeln. Genau wie Cooper es getan hat, indem er für Founding Friendships gestimmt hat, beendete ich den Satz für sie, als über meinem Kopf eine Glühbirne anging. Das Wort Aha verließ zwar nicht meinen Mund und mir wurde keine Augenbinde von den Augen genommen, aber jetzt konnte ich klar sehen. Ich habe Cooper um Unterstützung bei dem gebeten, was mir wichtig war, aber ich habe nie dasselbe für ihn getan. Da du offensichtlich die Dinge erkannt hast, glaube ich, ich bin bereit für den Nächsten in der Schlange, sagte Courtney und spähte über meine Schulter. Was darf es sein, Sir? Während Courtney die Kaffeebestellung des Mannes fertigstellte, drehte sich mir der Kopf. Ich hatte Cooper beschuldigt, mehr mit dem Kopf als mit dem Herzen zu denken, aber ich hätte diese Anschuldigung mir vorwerfen sollen. Wenn ich nur für einen Moment aufgehört hätte, mit meinem eigenen Kopf zu denken, dann hätte ich sehen können, was in Coopas Herz war. Stattdessen war ich darüber hinweggetrempelt. Ich legte meine Hand auf Courtney's und drückte sie, genau wie sie meinen Arm gedrückt hatte. Danke für den Kaffee, Courtney. Kaffee ist gut für die Seele, sie zwinkerte und drückte das Espressopulver zusammen. Wie wäre es mit Atticus Aaron Carmichael? HMM, ich neigte den Kopf und tat so, als würde ich darüber nachdenken. Netter Name, aber Atticus erinnert mich an wer die Nachtigall stört und wer die Nachtigall stört erinnert mich an die Higgs-Schul und die Higgs-Schul erinnert mich an Akne und Sportunterricht. Also werde ich da leider Einspruch erheben müssen, Courtney. Courtney seufzte und zuckte die Achseln. Man kann nicht alles haben, nehme ich an. Hey, Courtney, fragte ich und wartete, bis sie zu mir aufsah. Es ist nie zu spät, einen pelzigen Freund zu adoptieren und ihn Atticus zu nennen. Tatsächlich wäre das ein netter Name für einen Pudelmischling, den ich kenne. Sie hielt für einen Moment inne und dann begann ihr Gesicht mehr zu strahlen, als es das je getan hatte. Das ist die beste Idee, die ich das ganze Jahr gehört habe. Wir reden nachher. Nachdem ich genickt hatte, widmete sie sich wieder ihrem Kaffee und ich schritt den Bürgersteig entlang, mit Zimtmilchkaffee in der Hand und einem völlig neuen Verständnis im Herzen. Während ich den Bürgersteig entlang galte, klingelte mein Handy mit dem neuesten Justin Timberlake-Song. Ich sah auf den Bildschirm und erkannte, dass es Hannah war. Ich nahm ab, als ich in mein Auto stieg, damit ich zu Wagens Farm fahren konnte, um ihr beim Umzug der Hunde zu helfen. Hey Hannah! Ich kann nicht. Ich liebe es, eine Rede vor großem Publikum zu halten, brüllte sie. Ich ließ beinahe das Handy bei dem Versuch fallen, es von meinem Ohr wegzuhalten, damit ich nicht durch das schrille Quietschen taub werden würde, das ihrer Aussage folgte. Wir haben eindeutig eine schlechte Verbindung. Es klang, als hättest du gesagt, du magst es, in der Öffentlichkeit eine Rede zu halten. Nein, Ebigeel. Ich liebe es, vor der Öffentlichkeit zu reden, sagte sie und schrie. Oh, Ohrschaden. Liebe es, liebe es, liebe es. Es ist meine liebste Sache auf der ganzen weiten Welt. Auf dem Beifahrersitz neben mir hob Benene die Ohren und legte den Kopf zur Seite, aus Neugier über die unmenschlichen Geräusche, die aus meinem Handy dröhnten. Es ist Hannah, hauchte ich mit bedecktem Hörer. Das musste für Benene perfekten Sinn ergeben haben, denn er wandte sich dem Gebläse vor ihm zu und fuhr damit fort, die frische Luft, alias, die Klimaanlage, zu lecken, die auf ihn zuwehte. Ein Stich der Traurigkeit traf mich, als ich mich daran erinnerte, wie Cooper hier gesessen und mein kostbares, kleines Baby ans Fenster gehalten hatte, damit er für einen Moment ein großer Hund sein konnte. Es schmerzte noch mehr, mich daran zu erinnern, wie Cooper Benene angelächelt hatte, also schob ich dieses geistige Bild aus meinem Verstand und konzentrierte mich auf die Straße, und noch wichtiger, auf meine Freundin, die eindeutig einen Nervenzusammenbruch erlitt. Okay, also was genau geht hier vor sich, fragte ich, als das Bluetooth meinen Anruf endlich auf die Autolautsprecher übertrug, sodass ich die Hände frei hatte. Ich sage dir, ich liebe es mehr vor Publikum zu reden, als frisch gebackene Kekse mit Schokoladenstücken aus dem Ofen zu essen. Blasphemie Ich liebe es mehr, als an einem schönen Sommertag meine Zehen im Sand zu vergraben, während mir der Wind durchs Haar weht. Wahnsinn Abigail, ich liebe es mehr, als das Gefühl eines Pullovers, wenn er an einem Winterabend direkt aus dem Trockner kommt. Das ist das beste Gefühl der Welt und jeder weiß das. Du steckst eindeutig in einem anderen Universum fest, sagte ich und nutzte den einen Moment des Nichtschreiens, als Hannah dazu gezwungen war, zittrig einzuatmen. Öffentliches Redenhalten ist das Schlimmste und wir haben alle zugestimmt. Was hat sich geändert? Naja, ich habe etwas völlig Verrücktes getan, das du nie glauben wirst, erklärte Hannah, wobei sie mit niedrigerer Lautstärke sprach, die weniger wahrscheinlich in einer permanenten Ohrschädigung enden würde. Ich habe mit meiner Chefin Jennifer geredet. Du hast mit deiner Chefin über das Redenhalten vor Fremden gesprochen, von dem sie wollte, dass du es tust, obwohl es ihr Job ist. Ich lachte, als ich auf die Landstraße abbog, die mich zu Wagens Rescue at the Bourne führen würde. Mutiger Zug, Hannah Ich weiß, erwiderte sie und ich konnte fast sehen, wie sie mit den Augen rollte. Es war verrückt, oder? Aber es stellt sich heraus, dass ich die Dinge völlig falsch gesehen habe. Ach nee. Sie hat nicht versucht, ihre Arbeit bei mir abzuladen, verdeutlichte Hannah. Sie hat für diese riesige Beförderung an mich gedacht und wollte sehen, ob ich zu größerer Verantwortung fähig sei. Nein. Doch Hannah lachte. Und ich dachte, sie wollte mir die fürchterlichen Aufgaben überlassen, die sie nicht tun wollte, und die ganze Zeit hatte sie die besten Absichten. Ich meine, ich kann es nicht glauben. Was habe ich mir nur gedacht? Du hast darüber nachgedacht, wie sehr du das öffentliche Reden verabscheust, gab ich zurück und blickte zu Benene, der mich mit einem Blick ansah, der grob übersetzt Mädchen, ich versuche, diese Fahrt zu genießen. Kannst du sie darum bitten, nicht so laut zu sein? Ich hätte meiner Chefin vertrauen sollen, sagte Hannah und stieß ein Stöhnen aus, das klang, als hätte sie Schmerzen. Warum in aller Welt habe ich ihr nicht einfach vertraut? Ich blickte durch mein Schiebedach hinauf zum Himmel. Zwischen Courtney und jetzt Hannah war es klar, dass das Universum versuchte, mir in den Kopf zu hämmern, dass ich Cooper hätte vertrauen sollen. Zumindest erschien es mir so und ich verstand es jetzt völlig. Ich freue mich riesig für dich, Hannah. Aber ich bin jetzt gleich bei Reagan, also muss ich auflegen. Oh, richtig. Das mit ihrer Hunderrettung tut mir leid. Du weißt, ich wünschte, ich könnte für euch da sein und nicht hier bei der Arbeit. Ich weiß, antwortete ich mit einem Seufzen. Bis nachher. Wir verabschiedeten uns und ich legte auf, als ich auf den kleinen Kiesparkplatz neben der roten Scheune fuhr und parkte. Ich konnte die Hunde auf den Feldern rennen sehen und Benene konnte sie eindeutig hören, da sein Schwanz heftig zu wedeln begann. Reagan versuchte wohl, sie alle auszupowern, bevor wir sie ins Tierheim fahren mussten. Ich legte meine Stirn auf das Lenkrad und schloss die Augen. Wie sollte ich Cooper vertrauen, wenn er mich angelogen hatte? Er hatte versprochen, dass egal was passierte, Rescue at the Barn nicht schließen würde, und trotzdem hatte seine Stimme dafür gesorgt, dass es das musste. Wie konnte ich einem Mann vertrauen, der log, egal wie gut seine Gründe dafür waren? Ein dumpfer Schlag an meinem Fenster ließ mich zusammenzucken und ich sah auf, um zwei Pfoten und einen großen Sabberfaden auf mein Auto tropfen zu sehen. Erstens, Igitt. Zweitens wollte ich weinen. Oh, die Gefühle kamen, und zwar schnell. Ich nahm Benene aus meiner Handtasche, während sich meine Kehle zuschnürte und ich aus dem Auto stieg. Meine Augen brannten, selbst in der kühlen Brise, die über die Farm wehte. Umgeben von wedelnden Schwänzen und stinkendem Hundeatem, den zu riechen ich nie aufhören wollte, sagte ich gegen mein Auto und rutschte an der Tür hinunter auf den Kies. Dort weinte ich, während ich versuchte, so viele der Hunde zu umarmen wie ich konnte, eine Art Hundegruppenumarmung. Ich wollte, dass jede abgeleckte Stelle dort für immer feucht und schmierig blieb. Hundehaare bedeckten bald meine Klamotten und es ließ mich nur noch mehr weinen, im Wissen, dass ich eine große Packung Fusselroller gekauft hatte, die ich jetzt nie brauchen würde. Ich zog jeden Hund an meine Brust und küßte ihn oder sie auf den Kopf, wobei ich völlig die Haare ignorierte, die mit Sicherheit meine Zunge bedeckten. Meine Emotionen übertrafen mühelos meinen gesunden Menschenverstand, den wenigen, den ich überhaupt hatte, solange ich hier draußen an meinem Auto war, umgeben von den besten Tieren, die je gelebt hatten. Die Zeit stand in meinem Zustand des Kummers still. Abigail rief Reagan Mit verschwommenem Blick reckte ich meinen Hals über die Hunde, um Reagan von der Scheune aus auf mich zukommen zu sehen. Als sie mich sah, wobei ich vermutlich wie ein Wrack aussah, eilte sie herüber. Was tust du da unten? fragte sie. Ich kann es nicht tun, Reagan, jammerte ich. Ich kann mich nicht von ihnen verabschieden. Wir müssen etwas tun, um diese Hunde zu retten, sagte ich und versuchte erfolglos, ein drahtiges Haar auf meiner Zunge auszuspucken. Wir können nicht einfach aufgeben. Abigail, hast du nicht dein Handy dabei? Doch, es ist im Auto, seit ich mit Hannah telefoniert habe, ich streichelte den Hals eines Doggemischlings. Sieh mal, ich weiß, dass du die Idee beim ersten Mal abgelehnt hast, aber ich denke immer noch, dass wir eine Bank ausrauben könnten. Da ist ein Ausverkauf für schwarze Skimasken in der Mall. Rauben wir einfach eine Bank aus, okay? Abigail, ich habe ange. Ich bin nicht gewalttätig und ich weiß, dass du nicht gewalttätig bist, aber wie wäre es hiermit, ich hobbenähne über die anderen Hunde. Wir gehen zu deinem Vermieter und lassen Benähne seine Zehen lecken, bis er nachgibt und dir die Farm zurückgibt. Wenn wir erwischt werden, wird es die Polizei bestimmt verstehen, sagte ich, wobei ich sofort an Cooper dachte, wie er in seiner Uniform kam. Er würde mir sowas von einen Strafzettel verpassen oder mich ins Gefängnis stecken, wenn er das musste, ob er einen guten Grund dafür hatte oder nicht. Regan verschränkte die Arme und runzelte die Stirn. Du sprichst wieder verrücktes Zeug. In die Luft schreiben, platzte ich heraus und versuchte aufzustehen. Mein Versuch scheiterte schnell, als ich erkannte, dass einer der größeren Hunde fröhlich auf meinem Schoß saß. Wir mieten ein Flugzeug und schreiben in den Himmel, Red Hat Rescue at the Barn, schlug ich vor, da ich mit Sicherheit wusste, dass dies die brillanteste Idee überhaupt war. Jeder in Sacramento würde es sehen. Regan zog eine Augenbraue hoch. Weißt du, wie man ein Flugzeug fliegt? Ich wies sie mit einer Handbewegung ab. Details, Regan. Nur Details. Sie rollte mit den Augen und wartete durch die Hunde hindurch. Es ging nur langsam voran, da sie alle an ihr hochsprangen. Abigail, wo ist dein Handy? Sie krabbelte in mein Auto. Ich streckte meinen Hals, um ihre dreckigen Stiefel herausblitzen zu sehen. Ich weiß nicht, erwiderte ich und fragte mich, warum sie ein Handy brauchte. Ich vermute, es ist in meiner Handtasche. Kennst du einen Piloten? Rufst du einen Piloten an? Einen Bankräuber, um nach Rat zu fragen? Ihr Kopf tauchte wieder aus dem Auto auf und sie hielt mir mein Handy hin. Ich habe dir vorhin geschrieben, sagte sie. Okay, ich kniff die Augen zusammen, um den Text auf meinem Bildschirm zu sehen. Dann schüttelte ich den Kopf. Ich lasse die Worte erneut. Ich rieb mir die Augen und versuchte es dann ein weiteres Mal. Dann zwickte ich mich und lasse immer noch dasselbe. Ich konnte es nicht glauben, aber ich träumte nicht und mein Sehvermögen ließ mich nicht im Stich. Die Nachricht war folgende, der Käufer des Grundstückes hat mir die Farm gegeben. Sie mir einfach gegeben. Abigail, Rescue at the Barn geht nirgendwo hin. Ruf mich an. Ah. Als ich aufsah, stand Reagan mit einem breiten Grinsen im Gesicht über mir. Wirklich? Fragte ich. Sie nickte. Wirklich. Ihr Grinsen wurde zu einem ausgewachsenen Lächeln und meine Augen wurden feucht, aber diesmal waren es Freudentränen. Ich lächelte und wir umarmten uns und sprangen auf und ab, bis mir die offensichtlichste Frage in den Sinn kam. Ich lehnte mich zurück und sah Reagan an. Wer würde so etwas tun, fragte ich, dann stockte mir der Atem. Es gab eine Person, die mir versprochen hatte, dass die Hunderettung sicher sein würde, und er schien wirklich die Art Mensch zu sein, die ein Versprechen hielt. Aber die Spende von 100.000 Dollar war nur genug für eine Anzahlung für das Grundstück und nicht genug, um es zu kaufen. Außerdem war der Scheck bereits an Founding Friendships gegangen. Also, wie um alles in der Welt hatte Cooper die Farm gerettet. Kapitel 10 Naja, hier war ich wieder und raste eine Landstraße entlang, mit Benenne an meiner Seite und mehr Gefühlen, die in mir aufkochten, als ich gewusst hätte, was ich damit tun sollte, Bedauern, Angst, Dankbarkeit, Glück, Freude, die arg, warum muss ich aus alles und jedem im Leben ein Chaos machen, Emotion und eine weitere, von der ich mir sicher war, dass sie einem gewissen L-Wort sehr nahe kam. Und ich meinte nicht Lavatörtchen. Meine Gefühle fühlten sich an wie Wellen, die sich über mir brachen, und ich drückte meinen Fuß fester und fester auf das Pedal, mit dem Gedanken, dass ein Stück Lavatörtchen jetzt eigentlich ganz gut klang. Aber ich musste so schnell ich konnte zu Cooper. Ich musste jetzt zu ihm, was nicht früh genug zu sein schien. Ich musste heute Morgen zu ihm, oder noch besser, gestern Morgen. Nein, ich musste zu ihm in dem Moment, in dem ich ihn auf den Stufen des Rathauses angeschrien hatte. Aber in der Zeit zurückzugehen war unmöglich. Also würde ich mich mit so früh ich konnte zufriedengeben und hoffen, dass das früh genug sein würde. Ich dachte zurück an vorhin, als ich Kies unter meiner Kehrseite gehabt hatte, das warme Metall meines Autos an meinem Rücken, die Hunde um mich herum und Reagans lächeln über mir. Ich hatte zu ihr aufgesehen und die offensichtlichste Frage gestellt, wer würde so etwas tun? Wer hatte die Farm Regans Vermieter abgekauft? Wer hatte so viel Geld herumliegen? Wer hatte ihr das Grundstück geschenkt, ohne im Gegenzug etwas haben zu wollen? Wer hatte Rescue at the Barn gerettet? Wer hatte den einen Ort auf Erden gerettet, der mir am wichtigsten war? Wer würde so etwas tun, fragte ich. Sie blickte zu mir herab und lächelte. Weißt du es nicht? Komm schon, Abigail. Du musst wissen, wer so etwas tun würde. Entschuldige, erwiderte ich kopfschüttelnd. Ich kenne keine Millionäre, die es sich leisten könnten, dieses Grundstück zu kaufen. Sie verschränkte die Arme. Anscheinend kennst du wohl einen. Wer, fragte ich und wünschte mir, sie würde diese Frage einfach beantworten, damit wir nicht all diesen Unsinn durchmachen müssten. Ich wollte wissen, wem ich zu danken hatte. Ich wollte wissen, wem ich meine ewige Dankbarkeit schuldete. Warum wollte sie es mir nicht einfach sagen? Und dann sagte sie es mir. Ich muss gehen, sagte ich und sprang schnell auf, um in der Ansammlung aus Hunden meinen winzig kleinen Benähne zu suchen. Oh mein Gott, Reagan, ich muss wirklich gehen. Jetzt! Geh, ermutigte sie mich und schob genügend Hunde beiseite, sodass ich in mein Auto einsteigen und die Tür schließen konnte. Ich fuhr das Fenster herunter, als ich rückwärts fuhr und war natürlich vorsichtig, dass ich keinen der Hunde zerquetschte süße Hunde, die jetzt sicher waren. Rescue at the Barn war vom fantastischsten, selbstlosesten Helden gerettet worden, der je diese Erde betreten hatte, und ich musste ihm danken. Ich muss gehen, schrie ich zurück, während ich winkte, da meinem Gehirn in diesem Moment nichts anderes einfiel. Ich muss gehen, ich muss gehen, ich muss sowas von, oh, warte. Ich weiß nicht, was ich tun werde, wenn ich ihn finde. Du wirst wissen, was du tun musst, antwortete sie, als ich in einer Staubwolke zurücksetzte. Ich war nicht so sicher, ob ich wissen würde, was ich tun musste, wenn ich dort ankam. Nachdem ich das Jurastudium abgebrochen hatte, dachte ich, ich hätte alles im Griff. Ich dachte, ich kenne meinen Weg. Ich dachte, ich wüsste, was zu tun ist, da ich meinem Herzen folgte. Naja, jetzt musste mir mein Herz netterweise zeigen, wie ich wieder aus diesem Chaos herauskam, das ich verursacht hatte. Ich raste schneller und schneller in Richtung Stadt und verzog über das riesige Chaos, das ich kreiert hatte, das Gesicht. Während ich fuhr, übte ich, was ich zu Cooper sagen würde, wenn ich ihn fand. Gott sei Dank übte ich mündlich, denn wenn ich all die Ideen auf Papier geschrieben hätte, dann wäre meine Rückbank mit zerknüllten Bällen aus fehlgeschlagenen Entschuldigungen überflutet worden. Nicht einer war gut genug, und wenn ich nicht die heulende Sirene hinter mir gehört hätte, die mich innehalten ließ, dann hätten meine metaphorischen, zusammengeknüllten Bälle begonnen, über Benäne und mir zusammenzubrechen. Die Sirene heulte und heulte, laut genug, um mich aus meinen potenziellen Entschuldigungen zu reißen. Ich erkannte rote und blaue Lichter in meinem Rückspiegel und wusste, dass dieser Stopp kostbare Zeit kosten würde. Okay, vielleicht hatte ich meinen Fuß ein wenig zu sehr auf das Pedal gedrückt und vielleicht hatte ich die Geschwindigkeitsbegrenzung ein klitzekleines bisschen überschritten. Aber diese Entschuldigung war sowas von überfällig. Ich musste mich schnell diesem Strafzettel entziehen, damit ich mich zurück auf den Weg zur Cooper machen konnte. Zeig dich von deiner besten Seite, Benäne, wies ich meinen Hund an, während ich mich im Spiegel meiner Sonnenblende ansah. Diesmal würde ich direkt zur Unterwürfigkeit übergehen. All das begann tatsächlich, sich nach einem Déjà-vu anzufühlen, bis hin zu der verwischten Wimperntusche und den vom Weinen aufgequollenen Augen. Ich tat, was ich konnte, mit ein wenig Konzialer und etwas Lippenstift. Ich fuhr das Beifahrerfenster herunter und hörte eine bekannte Stimme. Ma'am, würden Sie bitte aus Ihrem Auto aussteigen, bat er, aber das Geräusch kam von meiner Seite des Autos, der Fahrerseite. Ich erstarrte. Ich kannte diese Stimme. Ich kannte diese Stimme in meinem Herzen. Es war die Stimme, die ich innerhalb der letzten drei Wochen immer und immer wieder in meinen Träumen gehört hatte. Ma'am, wenn es Ihnen nichts ausmacht, wiederholte er. Steigen Sie bitte aus Ihrem Auto aus. Meine Hände zitterten, als ich nach der Tür griff. Aber dann ließ ich meine Hand auf mein Bein fallen, damit ich den Schweiß abwischen konnte. Ich war nicht sicher, ob mich meine Beine halten konnten, als ich meine Füße auf der Schotterpiste abstellte, da sie sich bereits wie Wackelpudding anfühlten und ich immer noch saß. Als ich aufstand, behielt ich eine Hand auf dem Türrahmen und eine an der Seite des Autos, dann drehte ich mich zu der Stimme um, die ich so gut kannte. Eine Uniform, ein strenges Stirnrunzeln und die nettesten blauen Augen überhaupt. Ma'am, sagte Cooper und stemmte die Hände in die Hüften. Haben Sie irgendeine Ahnung, wie schnell Sie gefahren sind? Ich festige den Griff an meinem Auto, da ich jedes Mal, wenn ich dachte, ich könnte alleine stehen, in seine Augen sah und merkte, wie meine Knie wieder nachgaben. Naja, ich hatte es eilig, sagte ich, überrascht darüber, dass meine Stimme funktionierte. Das ist keine Entschuldigung, um leichtsinnig über eine Landstraße zu rasen, Ma'am. Regeln sind Regeln. Aber ich hatte einen wichtigen Ort, zu dem ich musste, Officer, ich biss mir auf die Lippe und widerstand dem Drang, ihm näher zu kommen. Nur ein Schritt. Nur ein Schritt näher und ich wäre zufrieden. Aber selbst als ich das dachte, wusste ich, dass ich mich selbst belog. Ich wäre nicht zufrieden, bis ich ihm so nahe war, dass ich nicht mehr näher kommen konnte. Naja, ich wollte nicht wirklich irgendwo hin, gab ich zu und sah ihm in die Augen. Ich wollte zu jemandem. Es war, als löste sich ein Gewicht von meinen Schultern, als Cooper einen Schritt auf mich zumachte. Jemand, fragte er und zog die Augenbraue hoch. Ich nickte. Jemand, der stur ist und dickköpfig und meist eine richtige Nervensäge, erwiderte ich, wobei ich vorsichtig sein Gesicht beobachtete. Er verschränkte die Arme. Ich bin nicht sicher, warum sie es eilig haben sollten, zu so jemandem zu kommen. Ich trat einen Schritt näher. Naja, dieser jemand ist auch ehrenhaft und nett und engagiert und selbstlos und der beste Mann, den ich je kannte, also. Ich sah Cooper an und meine Augen wurden groß. Wie sollte ich erklären, wie leid es mir wirklich tat, wie ich mich am Rathaus verhalten hatte. Dass ich das Schlimmste angenommen hatte und mit voller Geschwindigkeit von ihm weggerannt war, wenn ich doch eigentlich nur in seine Arme hatte laufen wollen. Nicht mehr als ein Meter war zwischen uns, während wir einander anstarrten. Naja, ich war selbst in Eile, um jemanden zu finden, antwortete er, wobei seine Stimme sanfter war als die Brise, die die Wildblumen im Feld uns gegenüber schwanken ließ. Er verringerte den Abstand zwischen uns noch mehr und fuhr fort. Und dieser jemand, nachdem ich gesucht habe, ist auch ein wenig stur und vielleicht ein wenig dickköpfig und meist eine Nervensäge. Ich merkte, wie ein winziges Lächeln an meinen Mundwinkeln zuckte. Klingt nicht nach jemandem, der es wert ist, sich zu beeilen, gab ich zurück. Er schüttelte den Kopf. Ich kenne niemanden, der es mehr wert ist, sich zu beeilen als diese Person, erwiderte er, wobei er ernster klang, als ich ihn je gehört hatte. Denn dieser jemand hat das größte Herz von allen und ist jemand, der sich mit dem ganzen Herzen hineinstürzt, ohne vorher nachzusehen. Dieser jemand ist leidenschaftlich und fürsorglich und liebevoll. Und wenn dieser jemand Fehler macht, dann liegt es daran, dass dieser jemand mehr fühlt als alle anderen, die ich kenne. Tränen traten mir in die Augen und mir kam der Gedanke, dass ich bei dieser Geschwindigkeit anfangen musste, in bessere wasserfeste Wimperntusche zu investieren. Werden Sie mir einen Strafzettel geben, Officer? fragte ich und kam einen Schritt näher. Ich sehe nicht, wie ich das kann, Ma'am, sagte er mit einem weiteren Schritt. Es war nur noch ein Schritt zu tun und ich nahm ihn, meinen Blick auf ihn gerichtet. Denn, Abigail Apple, ich bin genauso gerast wie du, im Versuch, dich zu finden, gab er zu. Es war kein Platz mehr zwischen unseren Füßen. Als er nach mir griff, war kein Platz mehr zwischen unseren Händen. Dann lehnte er sich nach unten und es war kein Platz mehr zwischen unseren Lippen. Der Kuss war wie Sonnenschein auf der Farm, die er gerettet hatte, zärtlich und sanft und warm. Er löste sich leicht und ich fiel beinahe nach vorne auf ihn. Abigail, flüsterte er. Ja? Sind das Hundehaare auf deiner Wange? Ich öffnete den Mund, um mich zu entschuldigen, aber dann erkannte ich etwas Wunderschönes. Cooper liebte mich ganzheitlich, Hundehaare mit eingeschlossen. Ich grinste und nickte. Er lächelte, schüttelte den Kopf und presste seinen Mund ohne ein weiteres Wort auf meinen. Während ich mich an ihn drückte, um diesen Moment zu genießen und wollte, dass er nie endete, war ich in einer ziemlichen Zwickmühle. Ich musste die Worte aussprechen, die mir auf dem Herzen lagen, aber ich dürfte auch auf keinen Fall den Kuss unterbrechen, da ich diesen Kuss nie unterbrechen wollte, solange ich lebte. Also machte ich den Versuch, alles gleichzeitig zu haben und sprach die Worte gegen Koopas Lippen. Was? murmelte er zurück. Leid, brachte ich heraus, als er einen Arm um mich gleiten ließ und ich seufzte. Er lehnte sich leicht zurück und blickte zu mir hinab. Leid? Ich bedeckte mein Gesicht mit den Händen und sagte die Worte erneut. Doch sie waren in meinem kleinen Kokon nur gedämpft zu hören. Plötzlich legten sich seine starken Hände sanft um meine Handgelenke, um meine Hände von meinem Gesicht zu nehmen. Ebigeel, was sagst du da? Meine Wangen wurden heiß. Es tut mir leid. Er lächelte mich an. Oh! Es tut mir leid, wiederholte ich. Es tut mir so, so leid, dass ein neues Wort für die Tiefe des Wortes erfunden werden muss. Er lehnte sich an mein Auto und zog mich mit sich. Wir standen Seite an Seite da und betrachteten die Wildblumen, wie sie in den goldenen Strahlen tanzten. Ich nehme deine Entschuldigung nicht an, sagte er und blickte direkt nach vorne, selbst als ich mich überrascht umdrehte, um ihn anzusehen. Aber er konnte seinen charakteristisch ernsten Gesichtsausdruck nur für einen Moment aufrechterhalten, bevor er sich mit einem weiteren Lächeln zu mir drehte und seine Hand um meine legte. Ebigeel, es gibt nichts, für das du dich entschuldigen musst. Du hast mich nicht enttäuscht. Tatsächlich hast du mir ein Geschenk gegeben, das ich dir nie zurückzahlen kann. Das habe ich, fragte ich, blinzelte und fragte mich, wann ich das getan hatte. Er nickte. Nach Harry Sohns Tod habe ich so sehr versucht, das genaue Gegenteil von dem zu sein, der ich gewesen war, als ich unverantwortlich gehandelt und es Harrison sein Leben gekostet hatte. Ich wollte jede einzelne Regel befolgen und mein Herz nie von dem abweichen lassen, von dem mein Kopf wusste, dass es richtig war. Und es half mir zu heilen, aber es hat mich auch von anderen Leuten abgeschnitten und davon, eine bedeutende Verbindung mit einem besonderen Jemand aufzubauen. Ich drückte seine Hand und lächelte zu ihm auf. Du hast dafür gesorgt, dass ich mein Herz wieder voll öffnen möchte, fuhr er mit sanfter und leiser Stimme fort. Und du, Abigeel Abo, hast mir den Mut gegeben, es endlich zu tun. Ich lehnte meinen Kopf an seine Schulter und dachte, dass ich zufrieden sein konnte, wenn ich für den Rest meines Lebens genau hier stehen bleiben könnte, als ein Bellen aus dem Auto die Vögel in den Bäumen über uns erschreckte und Köpe und mich zusammenzucken ließ. Jemand fühlt sich ausgeschlossen, bemerkte er und lachte, als er sich an mir vorbeischob und sich über den Fahrersitz meines Autos beugte. Dann tauchte er mit Benene sicher in seiner Hand wieder auf. Benene wandte sich fröhlich und leckte Koopas Daumen. Ich habe noch eine Frage, sagte ich und sah zu, wie er Benene hinter dem Ohr kraulte. Schieß los. Bitte versteh das nicht falsch, aber wie genau hast du das Geld beschafft, um Regans Farm von ihrem Vermieter zu kaufen? Sie sagte, sie hat eine Million Dollar gekostet. Er hielt seinen Blick auf mich gerichtet. Nachdem Harrison gestorben war, bekam ich eine Versicherungsabfindung. Ich wollte das ganze Geld in bar nehmen und es verbrennen, da es sich falsch anfühlte, auf diese Art entschädigt zu werden, da nichts die Trauer nehmen würde, die dieser Fahrer verursacht hatte. Ich wollte nichts mit diesem Geld zu tun haben. Ich wollte es nie sehen, nie ausgeben, nie daran denken. Also habe ich es bei der Bank gelassen. Emotionen schnürten ihm die Kehle zu, aber er räusperte sich und fuhr fort. Ich habe die Kontoauszüge zerrissen, die ich jedes Jahr bekommen habe, in denen stand, wie viele Zinsen durch das Geld auflaufen. Ich fühlte mich, als würde ich darüber hinwegkommen, nach vorne gehen und mit dem Leben weitermachen, wenn ich dieses Geld ausgab, was mir ohne Harrison nicht fair erschien. Trauer ließ Falten in seinem Gesicht entstehen, aber als er zu mir sah, war da auch ein trauriges Lächeln. Und ich wusste, dass es bedeutete, dass alles gut werden würde. Als du und ich auf gemeinsam auf diesem Wasserturm waren, sagte er und drückte meine Hand. Da konnte ich nicht umhin zu denken, dass Harrison dich geliebt hätte. Und ich konnte nicht umhin zu denken, dass er mir wahrscheinlich eins auf den Schädel geben würde, dass ich dich von meinem Herzen auf Abstand gehalten habe. Und in diesem Moment wusste ich, wie es ihm gefallen hätte, dass dieses Geld ausgegeben wird. Rescue at the Barn, platzte ich mit dem Offensichtlichen heraus. Deshalb hast du mir versprochen, dass die Hunderettung nicht schließen würde. Er nickte. Ich habe geglaubt, dass Founding Friendships die Stadt brauchte, wusste aber, dass Rescue at the Barn mich brauchte. Also habe ich so abgestimmt, wie ich musste. Ich habe meinem Herzen vertraut und dann. Und dann habe ich meinem nicht vertraut und bin gegangen, antwortete ich für ihn und schüttelte den Kopf. Wir brauchen einen neuen Versuch. Cooper nickte. Es ist Zeit, dass wir unseren Herzen eine zweite Chance geben. Was sagt dir deines im Moment? Ich formte mit den Händen eine Muschel um mein Ohr und lehnte meinen Kopf in Richtung meiner Brust. HMM, ich glaube, es sagt, dass du mich definitiv nochmal küssen sollst. Er lachte. Ist das so? Ich nickte. Kein Zweifel, dass es das gesagt hat, Cooper hielt meine Wangen und streifte mit seinen Lippen über meine. Ich spürte, wie sich mein Brustkorb verkrampfte. Wenn ich einen Herzinfarkt bekam, dann fand ich, dass es schlimmere Weg gab, diese Erde zu verlassen. Wir hören besser auf dein Herz, flüsterte er und presste seinen Mund auf jede Seite meiner Lippen, bevor er mich wieder richtig küßte. Und ich muss sagen, dass ich nicht gewusst hatte, dass Roboter so gut küssen können. Aber dieser war besonders. Vielleicht war dieser besonders, da sein Herz selten und echt war. Vielleicht war dieser besonders, da dieser Roboter meiner war. Epilog Drei Monate später explodierten die orangefarbenen und gelben und roten Blätter auf Wagens Form vor Begeisterung, bis zu dem Punkt, dass es nicht nötig war, für die Fire Balance zu kaufen. Der Himmel stellte für diesen besonderen Anlass sein umwerfendstes Blau zur Schau und der Wind flüsterte in vergnügter Erwartung zwischen den Bäumen und den wilden, goldenen Gräsern. Das glänzende Fell der Hunde war sauber und gebürstet und jeder trug eine Schleife, da dies ein Tag war, den wir alle nie vergessen würden. Benene beeilte sich, mit mir Schritt zu halten, als ich in diese und jene Richtung sprang und dafür sorgte, dass jedes letzte Detail für die große Eröffnung der neuen und verbesserten und erweiterten und fantastischeren Hunderettung dank Koopas Großzügigkeit an Ort und Stelle war. Ich hörte Bananas leises Keuchen, während ich mich durch die Menge schlängelte, die zum Feiern gekommen war. Abigail, rief Hanna. Ich wirbelte herum, wobei ich vorsichtig war, nicht auf meinen kleinen Mann zu treten, und entdeckte Hanna, die sich durch die Leute drängte. Hey, du! Danke fürs Kommen, sagte ich und zog sie in eine Umarmung. Ich kann nicht allzu lange bleiben, erwiderte sie und drückte mich fest. Ich muss heute Nachmittag wieder zurück im Büro sein. Aber ich wollte dir das hier geben. Ich nahm den weißen Umschlag von ihr und zog die Augenbraue hoch. Was ist das? Hanna grinste. Nur eine kleine Spende für die Hunderettung. Tränen stiegen mir in die Augen und sie rollte mit ihren. Musst du über alles emotional werden, Abigail? Ich schob meine Unterlippe nach vorne. Ich werde nicht über alles emotional, log ich. Sie verschränkte die Arme. Hast du oder hast gestern Abend nicht über diese Baby-Shampoo-Werbung geweint? Aber das Baby und der Welpe und der, ich konnte nicht mehr sagen, ohne zu weinen, also zog ich Hanna einfach in eine weitere Umarmung. Ich liebe dich, Hanna. Ich bin stolz auf dich, erwiderte sie mit einem Drücken. Hanna rief eine Frau in elegantem schwarzem Anzug, während sie auf uns zumarschierte und es dabei irgendwie schaffte, gleichzeitig Hanna anzulächeln und auf ihrem Handy zu tippen, als hinge ihr Leben davon ab. Hanna lächelte der Frau zu. Jennifer, ich freue mich so, dir. Nur, unterbrach die Frau sie, während ihre Finger über die winzige Tastatur flogen, eine, sie hielt einen Finger hoch. Sekunde. Der Bildschirm wurde schwarz und dann ließ sie das Handy in ihre Handtasche gleiten, bevor sie Hanna und mich anlächelte. Sie hielt mir ihre Hand entgegen und gab mir den wohl festesten Händedruck meines ganzen Lebens. Jennifer Page, sagte sie. Und du musst Abigail sein? Ich nickte. Nett, dich kennenzulernen, Jennifer. Hanna wandte sich zu mir. Jennifer ist meine Chefin, erklärte sie. Chefin, wenn wir bei der Arbeit sind. Freundin, wenn Feierabend ist, wie jetzt, korrigierte Jennifer, deren Lächeln aufrichtig und nett war, obwohl ihre Hand immer wieder in Richtung ihrer Handtasche zuckte. Schreibentzug? Abigail, sagte Jennifer zu mir und schob eine Hand in ihre Tasche. Ich finde, es ist absolut wundervoll, was du hier getan hast. Wirklich, ich empfinde so viel Bewunderung für Leute, die ihre Zeit opfern. Ich will das immer tun, aber mit meinem Vollzeitjob und meinem Vollzeitgeschäft nach Feierabend, sie griff in die das vorderste Fach ihrer Handtasche und holte einen Umschlag hervor. Das ist das Beste, was ich momentan tun kann, eine Spende für Rescue at the Barn. Das ist sehr großzügig von dir, erwiderte ich, nahm den Umschlag und fühlte mich gerührt von ihrer Aussage und ihrer Spende. Das wird hier gute Verwendung finden. Vielen Dank. Gern geschehen, antwortete sie, gerade als ihr Handy in ihrer Handtasche vibrierte. Hannah lachte. 45 Sekunden weg vom Handy, bemerkte sie und stieß Jennifer neckend mit dem Ellbogen an. Ein neuer Rekord für dich. Du solltest das als großes Kompliment sehen, Abigail. Ich grinste. Wichtige Geschäfte? Vielleicht, sagte Jennifer und zuckte die Achseln, was, wie ich annahm, wohl locker wirken sollte. Hoffentlich. Sei nicht bescheiden, Jennifer, warf Hannah ein, bevor sie sich mir zuwandte. Jennifer hat einen potenziellen Investor für ihr Geschäft. Ich lächelte. Das ist wundervoll. Jennifers Finger trommelten auf der Seite ihrer Handtasche, obwohl ich sehen konnte, wie sehr sie versuchte, sie davon abzuhalten. Bevor ich etwas sagen konnte, vibrierte mein eigenes Handy in meiner Tasche und ich holte es zwischen dem ganzen Lipgloss und den Haarsprangen hervor und sah auf den Bildschirm, um eine Nachricht von Cooper zu entdecken. ISS den Kuchen nicht ohne mich. Ich bin gleich da. Ich lächelte Jennifer an. Hey, ich habe auf meins gesehen, es ist nur fair, wenn du auf deins siehst. Jennifer stieß einen großen Seufzer der Erleichterung aus und fischte ihr Handy aus ihrer Handtasche, während Hannah lachte. Ich zwinkerte Hannah zu, bevor ich mich schnell verabschiedete, Benene in die Arme nahm und mich umdrehte, um den Kiesweg hinunter zur Landstraße am Fuße des Hügels zu rennen. Turnschuhe wären vielleicht eine vernünftige Idee gewesen. Aber vernünftig ist kein Wort, das oft in meinem persönlichen Vokabular zu finden ist. Außerdem kann man keine Turnschuhe zu einem wunderschönen, neuen schwarzen Kleid mit einer Schleife um die Taille tragen, nicht einmal, wenn es durch das feinste Hundehaar im Bundesstaate Kalifornien betont wird. Stattdessen trug ich ein paar Riemchen High Heels und sie brachten mich beinahe um, als ich rannte, um Cooper zu überraschen. Am Schild zu Regans Farm holte ich Luft, als Cooper anfuhr. Ich zog schnell das Tuch zurecht, das sich über das Schild geworfen hatte und lächelte, als er anhielt. Er fuhr das Beifahrerfenster herunter und lehnte sich herüber. Was machst du hier unten, fragte er, während er seine Sonnenbrille abzog. Warum bist du nicht oben bei der Farm? Geht es dir gut? Kannst du aussteigen und herkommen, bitte, bat ich. Er sah sich um. Hier kann man nicht parken. Ich rückte Benene auf meinem Arm zurecht und wies ihn mit einer Handbewegung ab. Du bist auf einer Landstraße. Da kommt niemand. Zieh einfach die Handbremse und komm her. Er sah sich erneut um. Abigail, es ist illegal und nicht sicher, hier zu parken. Regeln sind Regeln. Ich reute mit den Augen. Man kann den Polizisten aus seiner Uniform nehmen, aber man kann nicht die Uniform aus dem Polizisten nehmen. Dann realisierte ich, dass er wohl Witze mit mir machen musste. Ich presste meine Hände in betender Haltung zusammen. Würdest du bitte nur für zwei Minuten diese wirklich unwichtige Regel brechen? Cooper lachte, blickte erneut die Landstraße entlang und schaltete dann den Motor aus. Er sah so gut aus, als er aus seinem Auto stieg, die Haare etwas weniger perfekt, das Hemd draußen, der Saum seiner Jeans zerrissen, wo Benene während des Filmeabends letzte Woche daran gekratzt hatte. Okay, okay, gab er nach und schob die Hände in die Taschen. Ich bin hier. Was ist so wichtig? Ich lächelte und zeigte auf das Schild. Ich brauche deine Hilfe hierbei. Er neigte den Kopf. Ihr habt ein neues Schild für die Farm? Jupp. Kannst du mir helfen, dieses Tuch wegzuziehen? Ich sah zu, wie sich seine Stirn vor Verwirrung in Falten legte. Ich halte Benene. Es war die erste lahme Ausrede, die mir in den Sinn kam, warum ich das Tuch nicht einfach selbst wegziehen konnte. Da er der beste Mann war, der je diese Erde betreten hatte, trat Cooper nach vorne und zog das Tuch vom Schild. So, sagte er und faltete das Tuch sauber zusammen. Können wir jetzt hochgehen, um? Ich beobachtete Coopers Gesicht die ganze Zeit und lächelte, als er endlich bemerkte, dass das neue Schild auch einen neuen Namen hatte. Reha Gans Hunderettung war nicht länger nur Rescue at the Barn. Ich hatte sie vor zwei Wochen wegen der Änderung gefragt und sie hatte von ganzem Herzen zugestimmt. Ich sah zu, wie Cooper den neuen Namen hauchte, festgefroren wo er stand. Er drehte sich zu mir um. Rescue at the Barn at Harry Sohns Haus? Ich nickte. Es gibt jetzt einen Teil des Hauses, der allein den Welpen gewidmet ist. Du hast Harry Sohns Namen hinzugefügt, fragte er und schien die Worte kaum herauszubekommen. Ich dachte, die Spende ist in seinen Ehren gemacht worden, also uff, ich schrie vor Überraschung auf, als Cooper mich in die Arme nahm und mich vom Boden hob, mit Benene zwischen uns. Du hast keine Ahnung, wie viel mir das bedeutet, flüsterte er und drückte mich noch fester. Als er sich löste, bemerkte ich den Anflug von Tränen in seinen Augen. Ich legte meine Hand auf seine Wange und lächelte. Dann, da ich nicht vor der Party weinen wollte, drückte ich ihn zu seinem Auto. Hey, wer hat gesagt, dass Sie hier illegal parken dürfen, Officer Hill? Er lachte und schüttelte den Kopf. Bring mich nicht dazu, dich bei der Polizei zu melden, fügte ich zwinkernd hinzu. Er hielt mir die Tür auf und hielt mich fest, bevor ich einstieg, um mich schnell zu küssen. Danke dir, sagte er. Nein, erwiderte ich und schüttelte den Kopf. Ich danke dir. Die große Eröffnung von Harrisons Haus war ein riesiger Erfolg. Mit Koopas Hilfe konnten wir es zu mehr als nur einer Hunderettung machen. Jetzt, wo nicht mehr jeden Monat Miete zu zahlen war, hatte Reagan die finanziellen Mittel, um sich mit Fanding Friendships zusammenzutun, um Teilzeitjobs für die Obdachlosen anzubieten, damit diese mit den Tieren auf Reagans Farm arbeiten konnten. Die Spenden an diesem Morgen flossen förmlich und in diesen paar Stunden wurden mehr Hunde adoptiert als in den ganzen letzten Monaten, einschließlich eines besonderen Pudelmischlings, der jetzt den Namen Atticus trug und von Courtney Carmichael adoptiert worden war. Als die Menge begann kleiner zu werden, suchte ich nach Cooper und fand ihn bei Reagan, wo er Papiere unterzeichnete, die denen sehr ähnlich sahen, die ich unterschrieben hatte, um Benäne zu adoptieren. Konnte dieser Kerl noch perfekter werden? Seufz. Abigail, sagte Cooper, als er mich auf ihn zueilen sah. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Ich legte meine Hände um seinen Arm und quietschte. Wir standen vor dem Gehege, in dem die Hunde spielten, während er zeigte. Darf ich dich mit Fido bekannt machen? Ich suchte unter den Hunden. Es sah aus, als deutete er auf diesen struppigen Kerl in der Ecke. Du meinst den Terrier-Mischling? fragte ich. Nein, Abigail, erwiderte Cooper und lachte, während er in die entgegengesetzte Ecke zeigte. Der große Hund dort. Der große kommt mit mir nach Hause. Ein schwarzer Labrador-Mischling, der aufgedreht und riesig ist? Bist du verrückt? Ich warf die Hände in die Luft und drehte mich zu ihm um. Er wird Benäner bei lebendigem Leibe auffressen. Er wird ihn unter einer dieser riesigen Pfoten zerdrücken und wir werden nichts von Benäne übrig haben als Pfannkuchen. Oh, Bananenpfannkuchen klingen jetzt richtig gut. Willst du hier nach Bananenpfannkuchen holen? Abigail Nein, du hast recht, ich lasse mich ablenken, sagte ich, schüttelte den Kopf und stieß mir wiederholt mit dem Finger auf die Stirn. Konzentrier dich, Abigail Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es ausgeschlossen ist, dass unsere Hunde miteinander klarkommen werden, Cooper. Absolut ausgeschlossen. Ein Wedeln von Fidos Schwanz und Benäne wird fliegen. Abigail Ein einzelnes Bellen wird dem kleinen, armen Benäne seine kleinen, armen Ohren platzen lassen. Abigail Was, wenn sich dein Hund auf Benäne setzt, fuhr ich fort, wobei meine Stimme höher und höher wurde. Was, wenn sich dein Hund auf Benäne rollt? Was, wenn? Er legte plötzlich einen Arm um meine Schulter, wirbelte mich umher und zeigte dann in die Ecke des Geheges. Abigail, sieh mal, flüsterte er ruhig in mein Ohr. Würdest du für zwei Sekunden still sein und hinsehen? Ich wandte mich wieder dem Gehege zu und entdeckte den großen Hund, Coopers Hund, Fido, wie er an Benäne schnüffelte. Und er war nichts anderes als der sanfteste Riese mit meinem kleinen Mann. Weißt du was, flüsterte Cooper mir ins Ohr. Manchmal ziehen sich Gegensätze an. Ich drehte mich, sodass wir uns ansahen. Das tun sie allerdings. Weißt du noch was, er fuhr mit dem Daumen über meine Wange und lehnte sich dann zu mir, wobei er mich mit diesen wunderschönen blauen Augen ansah. Manchmal verlieben sich Gegensätze völlig und komplett ineinander. Ich liebe dich auch, ich lächelte, stellte mich auf die Zehenspitzen und presste meine Lippen auf seine. So viele Emotionen durchfuhren mich, während wir uns küßten, dass ich nicht wusste, welche ich wählen sollte, also fühlte ich sie alle auf einmal, tief, leidenschaftlich und mit meinem ganzen Herzen. The End Wenn Sie es genossen haben, Zeit mit diesen Figuren zu verbringen, lesen Sie auf jeden Fall Yennifers Geschichte in das Doppel-Date-Desaster-Serie, Ein neuer Versuch für ein Date, Buch 2. Sie haben sich das 1-Million-Dollar-Date-Serie, Ein neuer Versuch für ein Date, Buch 1, angehört. Copyright 2020 von Susan Hattler Hörbuch Copyright 2024 von Susan Hattler Susanne Hattler ist eine Bestseller-Autorin der New York Times und von USA Today, die humorvolle, gefühlsbetonte, zeitgenössische Romantik für Erwachsene sowie Romane für Heranwachsende schreibt. Viele ihrer Bücher werden ins Spanische und ins Deutsche übersetzt. Da sie von Natur aus Optimistin ist, glaubt sie, dass das Leben überraschend ist, Menschen faszinierend sind und Fantasie grenzenlos. Gerne verbringt sie ihre Zeit mit den Hauptfiguren ihrer Geschichten und hofft, dass sie das genauso gerne tun. Vielen Dank! Vielen Dank.